Vorwort von von Wundern und Tieren. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Von Wundern und Tieren. Neue naturwissenschaftliche Plaudereien. Von Wilhelm Bölsche. Vorwort Es ist über hundert Jahre her, da kam Alexander von Humboldt von seinen Orinoco- und Cordillierenfahrten zurück, aller Wunder der Tropenlandschaft voll und wie verklärt von der ungeheuren Schau auf die Herrlichkeiten der Natur an einer ihrer irdisch größten Stellen. Daheim aber brannte der Krieg in roten Flammen zum Himmel, eisern lag die Hand der Fremdherrschaft auf seinem deutschen Volke und nur ein neuer, furchtbarer Kampf verhieß, sie zu brechen. Damals erschienen dem edlen Manne gegen den Sturm dieser Stunde seine Urwälder und Tiere, bei denen er so lange gelebt und mit denen er so manches Abenteuer ausgefochten, plötzlich wie ein fernes, blaues Reich des Friedens. Und so widmete er das wundervolle Werk, das er schrieb, die Ansichten der Natur, den bedrängten Gemütern, deren Sehnsucht nach den Bergen ging, wo nach den Worten des Dichters die Freiheit wohnen sollte und der Hauch der Grüfte nicht in die reineren Lüfte drang. Die kleinen Naturskizzen meines Büchleins hier sollen selbstverständlich nicht mit den Blättern Humboldts verglichen werden, die heute mit Recht für klassisch gelten. Höchstens, dass man eben an ihnen sehen kann, wie leicht es uns heute gemacht ist, von der Natur zu erzählen, nachdem solche Vorbilder uns den Weg gewiesen haben. Aber mein Büchlein fällt äußerlich in eine ähnliche Zeit. Wieder ist der Himmel blutesrot und noch ganz anders als damals ringen wir um das Wurzelrecht und Kronenrecht unseres Volksbaumes. Fast ist die Stunde zu groß sogar für das Eingeständnis der Sehnsucht im bedrängten Gemüt. Dennoch meine ich, es trifft etwas zu, das wohl auch Humboldt meinte. Selbst im furchtbarsten eigenen Kampfe hat der Blick auf die große, unerschütterliche Ewigkeitslinie der Natur eine beruhigende Macht. Gewiss, dass kein größeres Wunder ist als der Mensch selbst. Aber wenn aus diesem Wunder so die dämonischen Züge glühen wie heute, so sucht der Gedanke das Rätsel der Natur, das Uralte, und erfüllt in ihm die starke Hand, die, wie du sie nun nennen magst, zuletzt doch auch allen Dämonen wieder zurückzwingt, zu der Ackerscholle und dem Fluge heilig stillen Werdens auf immer bessere Fernen zu. Um das zu erkennen und sich zu sagen, auch in solcher Sturmesstunde kann kein Bild und Wunder zu klein sein, und wäre es auch nur das Summen einer Mücke oder das leise Geigen des Heimchens hinter dem Herd daheim, für dessen Friedensflamme unsere Helden draußen streiten. Die meisten Blätter des kleinen Bilderbuchs, die ich hier vereine und die eine unmittelbare Fortsetzung meiner Stunden im All bilden, lagen bereits bei Ausbruch des Weltkrieges gedruckt vor. Nur in den letzten wird man leise das Gewitter vom düstern Horizont rollen hören. Zu der Scherzstelle vom Regenwurm sei hier noch nachgetragen, dass dieser merkwürdige Geselle gleich mehreren anderen Tieren, deren Genuss dadurch vorübergehend beeinträchtigt wird, gewisse Zeiten im Leben zu haben scheint, wo er einigermaßen giftig wirken könnte. Friedrichshagen, 1. November 1915 Wilhelm Bölsche Ende von Vorwort Abschnitt 1 aus Von Wundern und Tieren Von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eine Räubergeschichte aus dem Termitenbau Der Mensch mit seinen sonnenhaften Augen ist von Natur ein geborenes Lichtgeschöpf. Dennoch hat ihn seine Kultur vielfältig genötigt, im Finstern zu hantieren, lange hat er in Höhlen hausen müssen und nachher ersetzten die Höhle, die düsteren Gänge und Verließe enger Burgen, die Korridore und Treppen finsterer Schlösser und Häuser. Selbst unsere höchste Technik von heute muss noch im Bergwerk graben, muss Tunnels bohren. Die Fantasie hat das aber immer mit einem gewissen Grauen empfunden. Aus den schwarzen Schlünden krochen ihr Drachen und Scheusale aller Art ungesehen auf den Eindringling los. In jedem Bergwerk lässt die Sage gespenstische Bergmönche und schwarze Männer umgehen, die den armen Grubenleuten den Hals umdrehen und im alten Schlosskorridor spukt die weiße Frau. Wo die Dinge aber real bleiben, da bleibt mindestens doch die unheimliche Romantik der Räuberhöhle als fester Begriff. Und doch besaßen wir seit Alters wenigstens die Gabe, künstliches Licht da unten mit hineinzuführen. Was würden Wahrheit und Dichtung erst für Grauen geschaffen haben, wenn uns Menschen im Ganzen das Los für unser Gesellschaftsleben getroffen hätte, das einem anderen, kleineren, ebenfalls überaus geselligen und tatkräftigen Geschöpf unseres Planeten zugefallen ist. Das Los in den Ländern der hellsten, glühendsten Sonne, doch fast sein ganzes, unsagbar verwickeltes, millionenköpfiges Staatsleben, fast alle Wunder seines patriarchenhaft gesegneten Liebeslebens, in künstlich hergestellten, finsteren, von keinerlei Kunstlicht erhellten Schachtgängen auszuleben. Ja, da drinnen selbst das zu treiben, was das Untrennbarste scheint von Sonne und Licht, seinen ganzen Ackerbau. Zu den Charaktergebilden tropischer Sonnenlandschaft gehören mitten zwischen der üppigsten, sonnenfrohen Vegetation gewisse künstliche Hügel, manchmal bis sieben Meter hoch, steinhart, durchweg von außen abgeschlossen gegen diese Sonnenwelt, wie mit solidesten Klostermauern, die finstere Verborgenheit des Innern zu wahren. Das sind die Bauten der Termiten, seltsamster Insekten, von denen erst allmählich und neuerdings entscheidend bekannt geworden ist, dass die geradezu märchenhaften Taten ihres Soziallebens und Kulturwesens fast alles bisher von Ameisen und Bienen berichtete, noch in den Schatten stellen. Die Termiten sind nach gangbarer Systematik engste Verwandte unserer Küchenschaben oder Schwaden, also körperlich weder den Bienen noch den Ameisen näher vergleichbar. In solchem, wie gesagt, mehrmillionenköpfigen Staat der auffälligsten tropischen Arten lebt normal nur ein einziges eierlegendes Riesenweibchen, die Termitenkönigin. Bis zu 30.000 Eier kann sie an einem Tage legen, ewig so der wimmelnden Volksmasse Abrahams Segen garantierend. Zehn, vielleicht sogar 15 Jahre kann sie das so treiben. Und ihr zur Seite steht dabei ebenso lange der ebenfalls nur als einmalige nationale Kostbarkeit vorhandene König. Zusammen haben die beiden einst den Staat, der später den Hügel bewohnt, individuell neu begründet, indem sie aus einem anderen Staate eines Tages wie zwei Handwerksburschen fortwanderten, sich einten und eine erste schlichte kleine Hütte bauten, in der ihre Hochzeit stattfand und erste Kinderwiege stand. Aber aus dem Segen, der wachsend auf ihnen ruhte, ergab sich bald ein ungeheures Volk um sie, in Kasten geteilt, geschäftige kleine Arbeiter und wehrhafte Soldaten. Dieses Volk schützte und fütterte von gewissem Zeitraum an auch das ehrwürdige Elternpaar der Nation und es fügte durch Unterkellern und Überbauend zu der alten Hütte den kolossalen Staatspalast oder besser das Staatsbergwerk. Bis diese Hütte, in der nach wie vor der Urvater und die Urmutter hausten und die Nationen weiter und weiter ergänzten und vergrößerten, nur noch ein einzelnes, kleines, dunkles Kämmerchen im Ganzen, die Königszelle darstellte. Große Schachte ventilieren diesen Gesamtbau, ohne ihn doch im Innern zu beleuchten. Denn wenn die Termiten auch wenigstens zum Teil selber nicht so unbedingt lichtscheu sind, wie man früher wohl meinte, und mehr als die helle Sonne, die trockenheiße Außenluft ihrer Heimatländer scheuen, so bleibt doch tatsächlich ihr Leben ein extremes Dunkelmännerdasein, dem nicht einmal das winzigste Grubenlämpchen glüht. Allenthalben in das düstere Staatslabyrinth aber lagern sich kellerartige Sonderräume ein, in denen als der eigentliche Nationalwohlstand tatsächlich der eifrigste Ackerbau getrieben wird. Ein regelrechter Bergwerksackerbau, der in Wahrheit nichts anderes ist, als eine ebenso raffinierte, wie dem Volkswohl ergiebige Pilzkultur größten Stils. Das unterirdische Nährgeflecht der Pilze wird auf besonders präparierten Mistbeeten künstlich gezüchtet und liefert vor allem den Kinderbrei, für die beständig wie Sand am Meer sich mehrende Jugend des Volkes. Noch nicht anderthalb Jahrhunderte ist es her, dass wir auch nur ein weniges von diesen Geheimnissen der Termite in ihrem finsteren Hades wissen. Genauere Beobachtung setzte erst neuerlich ein und ganz besonders ist es der ausgezeichnete Münchner Professor K. Escherich gewesen, der in den letzten Jahren durch Zusammenfassung des Älteren und reiche Sammlung neuen Materials unsere Kenntnis aufs Glücklichste erweitert hat. Je heller jetzt aber wenigstens das Licht unserer Forschung in den Hades leuchtet, desto seltsamer, desto unerhörter werden seine teils lustigen, teils grausigen Mysterien. Und ein besonders unheimliches Kapitel betrifft da die Gespenster im Bau. Auch im Termitenbergwerk gehen graue Gespenster um, die den braven Arbeiter in seiner Nacht bedrohen, kriechen grässliche Drachen aus unsichtbarem Höhlengang, die ihn als Beute fortschleppen. Bald sind diese Gespenster fremde Termiten, die in das Labyrinth der normalen Bergwerksgänge ein noch feineres, für gewöhnlich streng getrenntes Laufnetz für sich eingesponnen haben, von dem aus sie diebische Vorstöße in die Vorratskammern der rechtmäßigen Grubenbesitzer machen. Bald sind es echte Ameisen, die ebenso aus Geheimgängen, sozusagen aus Wandschränken und unbekannten Hintertreppen wie langbeinige Spinnen jählingshuschend auftauchen und nicht bloß stehlen, sondern auch schon den kleinen, hilflosen Termitenarbeiter selbst, dem gerade kein wehrhafter Soldat beisteht, gelegentlich überfallen und als Mordbeute verschleppen. Kleine Käferchen aus der Gruppe der Staphyliniden gleiten wie Gnomen blitzschnell im Finstern vorbei, Kopf und Glieder tief unter einem aalglatten Deckschild verborgen, das die Dienste einer Tarnkappe tut. So unfassbar wie allgegenwärtig spielen sie die Hasen in den unterirdischen Kohlfeldern der Pilzgärten. Ganz scheußlich aber sind die wirklichen Drachenhöhlen der Abgrundnacht da unten, auf die zuerst Escherich bei seinen Studien auf Ceylon aufmerksam gemacht hat. Besonders in der Nähe der Pilzbeete, wo es stets von Termitenkindern und ammenhaft wartenden und fütternden Arbeitstermiten wimmelt, finden sich flaschenförmige Geheimgelasse, die mit schmaler Pforte in den großen Pilzkeller der solches Beet umschließt einmünden. In jeder dieser extra Höhlen aber lauert ein fettes Ungetüm, das mit seinem flaschenhaft verdickten Bauche genau in die Wölbung passt. Dem Blick des Zoologen enthüllt es sich als die wunderlich aufgeschwollene weiße Larve eines Karabus-ähnlichen Käfers namens Orthogonius, also im Sinne unseres Maikäfers als ein Engerling. Hier im Termitenschacht aber haben diese Engerlinge sich zu regelrechten Drachen ausgebildet. Bei Homer lesen wir von der grässlichen Skülla, die aus engem Felsspalt plötzlich ihre Fressmäuler streckt, um sich am Menschenfleisch harmloser Passanten zu mästen. Und so streckt auch der feiste engerlinghafte Bewohner unseres Geheimschachts nur eben seine spitzen Kiefern aus dem unsichtbaren Hinterhalte seiner Flaschenhöhle vor. Wehe aber dem harmlos in die Nähe kommenden Termiten Kinde wehe der nichtsahnend vorbeihastenden treuen Termiten Amme. Unerbittlich werden sie gepackt, hereingezogen und bestialisch abgeschlachtet. Die türkische Falle hat dabei eine ganz frappante Ähnlichkeit mit einer anderen, die bei uns zulande der sogenannte Ameisenlöwe den Ameisen stellt. Bekanntlich wühlt dieser Ameisenlöwe, der ebenfalls bloß die räuberische Larve eines großen, äußerlich libellenähnlichen Fluginsekts ist, im losen sandezierliche Trichter aus, in deren Mitte er als böser, kleiner Minotaurus auf hinabstürzende Ameisen lauert. Das Hinabstürzen befördert er dabei selber durch geschickt zielende Sandwürfe von unten. Auch die kühnste Fantasie würde aber nicht zu erfinden wagen, dass ein Heer solcher Ameisenlöwen ihre Fallgruben mitten im Ameisenhaufen selbst etabliert Die Engerlinge im Termitenbau haben in ihrer Weise selbst diese tollste Überbietung erreicht. Kein Wunder, wenn sie an so vorzüglichem Fleck Schmerbäuche bekommen. Fast wie die alte Termitenkönigin selber sehen sie endlich aus, dabei spielt aber offenbar noch etwas Besonderes mit. Diese staatserhaltende Dame, die Königin, wird, wie gesagt, in allen späteren Semestern ihres gesegneten Daseins von ihren Vasallen, den Termitenarbeitern, künstlich mit einem besonderen Futter ernährt, dass diese Arbeiter in ihrem eigenen Leibe, wie in einer natürlichen Milchflasche heranbringen und und einfüttern. Dabei aber schwillt nun ihr Leib zu vielfach geradezu kolossalen Maßen an, die sie als wahre Riesen über ihrem Volke thronen lassen. Dieser Umfang spielt im Ferneren bei ihr ja wieder seine gute Rolle, für die doch ebenfalls bei ihr so märchenhaft kolossale nationale Mutterpflicht. Offenbar aber muss in dem Futter, das man ihr eintrichtert, schon etwas stecken, was gerade auf ihn hin wirkt. Die bösen Engerlinge nun haben auf ihrer Lebensstufe keinerlei eigene Mutterpflichten. Hätten sie sie, so würden sie ohnehin ja doch nur wieder neue Drachen erzeugen, sehr zum Unheil des Termiten Volks. Gleichwohl wirkt auch auf sie offenbar jene Kraft des Futters, dass sie vielfältig beim Verzehren ganzer Termiten, die gerade ihre Milchflasche im Leibe gefüllt trugen, einfach mitfressen mussten. Sie werden nicht nur wohlgenährt überhaupt, sondern sie bekommen regelrechten künstlichen Königinnenumfang im Sinne königlicher Spezialmast, genauso als wenn sie selbst gutwillig auf Königin von den Termiten gefüttert würden. Von hier aus aber ist nun wiederum ein höchst wunderbarer Schachzug in diesem verwegenen Spiel möglich geworden. Zu den Eigenarten, die das königliche Spezialfutter bei der Termitenkönigin hervorbringt, scheint nämlich auch allgemein zu gehören, dass der ungeheure, schließlich einer kleinen Kartoffel vergleichbare Leib dieser Königin einen narkotischen Saft absondert, den die pflegenden Termitenarbeiter mit höchster Wonne schlürfen. Die Lust daran ist so groß, dass es vielfach fast aussieht, als pflegten sie die alte Dame nur deshalb so heiß, weil sie ihnen zugleich diesen Kneiptisch, diese wahre königliche Staatskneipe eröffnet. Mindestens sind der Trieb zum Pflegen und die Freude an dieser Kneiperei aufs Ängste bei ihnen aneinander angeschlossen. Wie aber nun, wenn dieses Narkotikum sich auch bei den Drachen in ihren Höhlen einstellte, es ließe sich etwas ganz Nichtswürdiges denken. Die Engerlingsdrachen kröchen einfach in das offene Termitengewimmel, ja bis in das Heiligtum gar der Königszelle selber hinaus. Äußerlich der Königin höchst ähnlich in der Leibesgestalt würden sie von den Termitenarbeitern, die sie nicht sehen, sondern nur fühlen können, für wahre Königinnen gehalten, deren gelegentlich auch einmal mehrere nebeneinander nach dem Termitischen Hausgesetz nicht ganz unmöglich sind. Man ginge ihnen also gar nicht mehr aus dem Wege und ungestört könnten sie ihr scheußliches Räuberhandwerk sozusagen mitten auf der offenen Straße fortsetzen. Der bekannte Jesuitenpater Wasmann, dessen Philosophie nicht eben jedermanns Sache ist, der aber als Spezialforscher auf diesen Gebieten sich mit Recht allgemeiner Sympathie erfreut, hat gelegentlich da schon von tapferen Orthogonius Engerlingen selbst vermutet, dass sie solche freien Spaziergänge in Königinnen Maske probierten. Escherich hat es gerade von dieser Sorte Käferlarven indessen nicht bestätigen können. Aber nehmen wir einmal an, andere Drachen da drinnen hätten es wirklich gemacht. So musste die Absonderung auch noch eines königenhaften Narkotikums durch die verkappten Herrenräuber die Situation nochmals ins ganz Tolle weiter treiben. Die Kneippgelüste der Termitenarbeiter mussten sich nämlich bei Begegnungen mit höchstem Eifer auch diesen Räubern zuwenden. Während die Scheusale rechts und links in die Schar der kleinen Kneipp Panten im Dunkeln mit Sküllermäulern hineingriffen und nach Herzenslust ihre Opfer massakrierten, strömte die Menge selbst ihnen immer begeisterter entgegen. Da aber der Kneipptrieb so eng mit dem Füttertrieb hier verschwistert war, boten sich die andrängenden Termiten, wenn sie genug gekneipt hatten, gar auch noch den fremden Ungeheuern als freundliche Fütterer da, suchten sie zu nähren und zu pflegen wie wahrhaftige Königinnen. Sie, die im nächsten Moment stets bereit waren, den naiven Fütterer selbst oder irgendeinen seiner Nebenmänner leibhaftig samt dem Futtertopf aufzufressen. Groteskes Bild, Rausch, sorgende Liebe und rücksichtsloser Mord, alles bunt durcheinander waltend. Nun ist aber kein Zweifel, dass gerade diese letzte Station der Dinge wirklich existiert. Gewisse fertige Käfer, also nicht bloß Engerlinge aus der Gruppe der schon genannten Staphyliniden leben genauso im Termitenbau. Sie haben Riesenbäuche wie Königinnen, laufen frei zwischen dem Termitenvolk herum, schwitzen narkotische Kneipsäfte aus und werden von den Termiten Arbeitern mit Königinnen Futter genährt. Letzteres lassen sie sich schon lange ganz gewohnheitsmäßig gefallen, sodass sich sogar ihre Zunge durch Verbreiterung direkt daran angepasst hat. Und doch sind sie ihrem grundlegenden Wesen nach alte Räuber und Termitenfresser geblieben, nach wie vor. Einen Moment könnte man ja versucht sein, zu hoffen, das letzte Stück dieses ungeheuerlichen Weges sei von selber bestimmt, doch noch wieder auf einen Friedenspfad zu führen. Wenn nämlich jede Termite, die dem Räuber vor den Mund kam, ihn fortan freiwillig fütterte, so brauchte er ja schließlich keine mehr zu fressen. Die Beobachtungen sprechen bisher aber gegen diesen letzten Schluss. Bei den Ameisen, wo ganz ähnliche lebendige Kneipen in Gestalt kleiner Käferchen vielfältig im Bau gehalten und ebenfalls gefüttert werden, haben sich diese zweifelhaften Existenzen doch durchweg nebenher noch als arge Räuber auch so erwiesen und nicht viel anders scheint es bei den Termiten zu stehen. Die allgemeine und extreme Staatskneiperei bei der echten Königin anscheinend noch eine gemütliche, ja förderliche Zutat, hat eben zur regelrechten Drachenzucht in diesem sonst so wohlgeordneten Staat verleitet. Ob die amüsante Geschichte aus Mutternaturs Skizzenbuch hier am Ende doch noch eine besondere Nutzanwendung hat, hingegen soll der brannte Wein um Mitternacht nicht schädlich sein. Die Wahrheit dieses ehrwürdigen Satzes wird beim Menschen neuerdings bekanntlich öfter bestritten. Ob auch in der ewigen Mitternacht des dunklen Termiten Baues die Kneiperei selbst die staatlich Konzessionierte sich schließlich doch nicht recht bewährt hat, indem sie zu solchen fatalen Extravaganzen führte? Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 2 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Amadinens illuminierte Kinderstube Aus unseren Kinderstuben pflegt uns fürs Leben eine kleine Gespensterei nachzufolgen, die unausrottbar fest bleibt. Im Märchen kommt es vor. Das Kind geht durch den finstern Wald, da funkeln plötzlich aus der Dunkelheit ein paar rotglühende Augen. Alle dämonischen Schauer der Nacht vereinigen sich in diesem Zuge. Wölfe und Teufel haben solche Augen. Später lernt man dann, dass allerhand Tier Augen wirklich so leuchten. Gefährliche wie ganz harmlose. Katzen und Eulen sind das bekannteste Beispiel, aber der Schmetterlingssammler merkt mit Staunen, wie auch die Augen seiner Schwärmer, die abends so wild um Winde und Geißblatt gaukeln, aufglühen gleich kleinen brennenden Kohlen. Und im Berliner Aquarium habe ich das unheimliche Phänomen in seltener Kraft an den großen Glotzern der dicken Ochsen Frösche beobachten können. Unheimlich bleibt es aber immer. Wie oft habe ich von schönen und sehr gebildeten Lippen gehört, dass die Katzenaugen sich wirklich selber ihr Licht dabei anstecken, dass sie irgendwie phosphorisieren, wie die gangbare Meinung es den Johanniswürmchen oder den winzigen Erzeugern des herrlichen Meerleuchtens zuschreibt. Von solchen Leuchtkäfern und Leuchtinfusorien weiß man aber heute, dass auch ihr nächtlicher Glanz mit wirklichem Phosphorschein nichts zu tun hat, sondern auf gewissen Stoffwechselprodukten dieser Lebewesen beruht, die bei ihrer Verbindung mit Sauerstoff Licht hervorbringen. Aber es bleibt jedoch wirklich bei Eigenlicht und warum sollte also das Katzenauge nicht eine ähnliche Kraft bewähren? Und wenn wir von gewissen leuchtenden Fischen, die es in der ewig dunklen Tiefsee gibt, gar hören, dass ihre Leuchtorgane an besonderen Nerven angeschlossen sind, also willkürlich bald in Kraft gesetzt und bald wieder abgedreht werden können, so scheint uns auch Frau Kätzin sehr deutlich etwas derart zur Verfügung zu haben, denn jeder merkt, wie auch ihre Glühäugelchen, wenn sie im Dämmer schleicht, bald aufglänzen, bald wieder verlöschen. Es ist es ist etwas über hundert Jahre her, dass Prévot zum ersten Mal die damals für die ganze Medizin und Zoologie nicht nur kühne, sondern geradezu ungeheuerliche Behauptung aufstellte, das Leuchten des Katzenauges sei nur eine ganz zufällige Reflexerscheinung für den Beschauer, die durchaus nichts mit eigener Leuchtkraft oder gar Willkür des Tieres selbst zu tun habe. Katzenaugen leuchteten überhaupt niemals im absolut Dunkeln, sondern es bedürfe dazu stets eines, wenn auch ganz schwachen, einfallenden Dämmerlichtes, das dann vom tiefen Grunde des Auges je nach Stellung für den Zuschauer zurückgeworfen, reflektiert würde. Noch mehr als drei Jahrzehnte später musste unser damals größter deutscher Physiolog Johannes Müller diese richtige Deutung gegen ernsthafte wissenschaftliche Gegner verteidigen. Und es ist amüsant, heute seine eigenen Worte darüber zu hören, die zugleich die Sinnestäuschungen berühren, denen jeder ungeübte Urteiler bei so delikaten Dingen zu unterliegen pflegt. Wer, sagt Müller, für das Leuchten der Katzenaugen aus Neigung eingenommen, dem empfehlen wir, wie wir getan haben, eine Katze in einen absolut dunklen Raum mit sich zu nehmen und sich vom Gegenteil zu überzeugen. Dabei aber die durch eine schnelle Bewegung unserer eigenen Augen und durch Zerrung des Sehnerven entstehende, bloß subjektive Lichtempfindung nicht zu verwechseln. Ein neuerer Versuch, den ich mit einer Katze in einem absolut dunkeln Raum, in einem Keller der hiesigen Anatomie, in Gegenwart mehrerer angestellt, fiel ganz negativ aus. Eine Person hielt die Katze. Diese Person wurde von mir im Dunkeln an einen Ort wahrnehmen mussten, falls die Katze Licht aus den Augen ausströmte. Alle sahen nichts, bis auf einen, dieser wollte zwei feurige Kreise gesehen haben. Sogleich ließ ich diesen seinen Arm nach der Gegend ausstrecken, wo er die Kreise gesehen haben wollte. Dann wurde die Tür geöffnet und nun zeigte sich, dass der Arm nach der entgegengesetzten Seite von derjenigen, wo die Katze gehalten wurde, hinwies, zu nicht geringer Belustigung. Offenbar hatte derjenige, der die zwei feurigen Kreise sah, seine eigene Empfindung gesehen. Bei rascher Wendung der Augen im Dunkeln sieht man wegen Zerrung der Sehnerven sehr leicht zwei feurige Kreise, welche nichts als die gesteigerten Empfindungen der Sehnerven sind. Die Sache wurde aber wissenschaftlich erst ganz sicher, als der Nachweis glückte, dass zwar bei Katzen, Eulen und Konsorten das Augeninnere besonders gut reflektierte, tatsächlich aber bei richtiger Einstellung auch bei jedem beliebigen anderen Auge der Erfolg im Sinne der Theorie herausgezaubert werden könne, und zwar schließlich auch beim Menschen selbst. Brücke, einer der genialsten Schüler Müllers, konnte zum ersten Mal zeigen, dass das menschliche Auge, wenn man es in dunklem Raum mit einer Blendlaterne bestrahlte und dann einen Beobachter an dieser Lichtquelle vorbei hineinblicken ließ, für diesen Beobachter leuchtete. Und es war eigenartigerweise ein dritter Physiolog ersten Ranges und anderer großer Schüler Johannes Müllers, dessen Auge zum ersten Mal zu diesem Experiment benutzt wurde, also zum ersten Mal ein Menschenauge mit Katzenlicht zeigen sollte, Émile Dubois Raymond. Der eigenartige Fund, der jetzt endgültig eine jahrtausendealte Volksmeinung umwarf, ist damals, auf der Wende zu den 50er Jahren, in Fachkreisen besonders noch berühmt geworden, weil sich an ihn unmittelbar einer der größten medizinischen Fortschritte aller Zeiten anschloss, nämlich die Erfindung des sogenannten Augenspiegels durch Helmholtz. Dieses wunderbaren Apparates, der es dem Arzt fortan ermöglichte, ein vollkommenes Bild der Netzhaut am lebendigen Auge zu gewinnen. Helmholtz kam einfach darauf, als er seinen Schülern eben jene brückische Theorie des menschlichen Augenleuchtens in möglichst anschaulicher Form vortragen wollte. Er konstruierte in Zeit von acht Tagen einen kleinen optischen Hilfsapparat dazu und plötzlich erschien etwas noch viel Bedeutsameres als bloß das Katzenleuchten eines Menschen Auges zum ersten Mal hatte, wie er selbst berichtet, ein Mensch die Freude, eine lebendige menschliche Netzhaut mit all ihren verzweigten Blutgefäßen und der Eintrittsstelle des Sehnervs in der eigenen natürlichen Vergrößerung durch ihre zugehörige natürliche Linse klar vor sich liegen zu sehen. Hier aber sei nun ein kleiner Sprung erlaubt. Von den Wundern des Katzen- und Menschen Auges wenden wir uns zu einem der lieblichsten Schönheitswunder der Natur einem kleinen Vögelchen von juwelenhafter Herrlichkeit. Mancher wird es kennen, denn obwohl seine Heimat der ferne Eukalyptuswald Australiens ist, sieht man es doch seit Mitte der 80er Jahre nicht selten in unseren Liebhaberkäfigen. Ein altes Volksmärchen lässt den lieben Gott, nachdem er alle Tiere hübsch angemalt, den Stieglitz noch aus den letzten übrig gebliebenen Farbkleckschen zusammenstoppeln. Nun, in diesem Sinne möchte man vermuten, er habe umgekehrt sein gesamtes Werk mit frischesten Farben bei der Amadine, wie das Vögelchen heißt, begonnen. Denn mit solcher genialen Pracht und zugleich doch solcher edlen Einfachheit der Pinselführung ist kaum ein zweiter Vogel im großen Erdenatelier bedacht worden. Die schönste Abart der sogenannten Frau Golds Amadine, getauft nach der Gattin des großen Spezialisten der australischen Vogelwelt Gold, wirkt bei einfachster Gestalt eines kleinen Sperlingsvogels durch die Folge ihrer Farben, die in ungetrübter Schöne wie ein vom Prisma gebrochenes Lichtspektrum über ihren zierlichen Körper gehen. Rücken und Flügel vom durchsichtigsten Grasgrün, das gegen die dunklen Schwanzspitzen in ein zartes Himmelblau verdämmert, am Halse durch ein ähnliches Blauband und einen schwarzen Samtstrich davon getrennt, eine leuchtend blutrote Kopfkappe, die tief bis über die Wangen herabfällt und prachtvoll gegen das Elfenbein Weiß des Schnabels und die schwarze Kehle steht. Wiederum zu diesem Grün und Rot aber die Brust mit einem breiten Feld des unvergleichlichsten Lila und ganz scharf wieder dagegen abgesetzt, aber herrlich in der Farbenharmonie zugleich einklingend, der Bauch mit dem sattesten Dottergelb. Seiner engeren Verwandtschaft nach gehört dieses Farbenwunder zu den sogenannten Webefinken, jener Vogelgruppe, zu der unter anderem auch der berühmte Siedelweber oder Siedelsperling zählt, eines der merkwürdigsten sozialen Tiere der Erde. Er lebt nämlich nicht nur gesellig in großen Scharen, die ihre Nester dicht gedrängt in den gleichen Baum bauen, sondern die Schutzdächer dieser Nester werden zu einem gemeinsamen Dach verschmolzen, das allmählich immer mehr verstärkt, zuletzt wie ein ungeheurer Heuschober in den afrikanischen Buschbäumen hängt und die darunter liegenden, immer wieder neu eingebauten Nesterkolonien gleich einer alten Zyklopenmauer beschirmt, in deren Schutz die Generationen eines Dorfs aufwachsen. Solche Leistung lässt wohl auf manches Verblüffende auch sonst, in dem Liebes- und Gesellschaftsleben dieser Vetternschaft der Weber schließen. Aber was von den Amardinen gerade hier bekannt geworden, das schießt doch im eigentlichen Sinne den Vogel ab. Schon seit längerer Zeit war es den Anatomen aufgefallen, dass die kleinen, noch nicht pflücken Nestjungen dieser und verwandter Prachtfinken, wie der Liebhaber dieses zumeist farbenschöne Völklein im Ganzen zu benennen pflegt, in ihren Spatzenecken, wie der Volksmund das wohl bei Menschenkindern bezeichnet, nämlich in den Mund- oder Schnabelwinkeln beiderseits gewisse dick vorspringende Kugeln zeigten. Bei den jungen Frau Gohls Amardinen saß jederseits genau ein Paar solcher Anhängsel und jede Kugel war schön blau mit einem dunklen Ring. Eine so auffällige Färbung bei einem solchen Nestling, dass sie klärlich irgendetwas Bedeutsames markieren musste. Wuchs das Junge sich aus, so verschwand der ganze Spuk wieder vollkommen. Es musste sich also um etwas handeln, das speziell nur die Kinderstube anging. Nun, in die Kinderstube des Tieres spielt ja so manches für sich hinein. Bald müssen die kleinen Lebensanfänger nach urgegebenem Gesetz in ihr noch einmal Züge der Ahnen wiederholen, sozusagen Großvaters Maske aufsetzen, ehe sie ihr eigenes Gesicht endgültig bekommen. Vielfach aber unterliegen sie auch besonderen Anpassungen dort, die nur den Nutzzwecken der Kinderstube selbst dienen, gleichsam Wiegen und Windel Anpassungen darstellen, wenn man es menschlich ausdrücken soll. Sorgsame Beobachtung wies nun nach, dass es sich bei den jungen Amadinen um einen Fall der letzteren Art allein handle, aber um einen ganz unerwarteten. Wir alle kennen ein Bild aus dem Trauten Leben der Mutter bei uns. Es ist tiefe Nacht, alles weithin still und dunkel. Nur in der Kinderstube dämmert ein blasser Schein. Dort lässt die treue Mutter ein Nachtlichtlein brennen, um sogleich orientiert zu sein, wenn das kleine etwas braucht. Dunkel, immerzu recht dunkel, ist es aber auch in der Kinderstube solchen niedlichen Weber-Vögelchens, in seinem fast ganz geschlossenen Webernest. Und wenn der alte Vogel durch die kleine Öffnung einfliegt und die hungrigen kleinen Atzen soll, so wäre auch ihm wohl zu gönnen, dass er da drinnen ein Nachtlichtchen finden könnte, das ihm den Weg zu den sperrenden Schnäbelchen wiese. Es ist aber in der Tat dafür gesorgt, dass er es findet. Sobald er seine Kinderstube besucht, leuchtet es ihm nämlich von da drinnen entgegen wie kleine Lämpchen. Und diese Lämpchen sitzen sogar höchst sinnreich gerade da, wo sie wirklich am besten auf den Weg weisen, nämlich eben in den Schnabelwinkeln der kleinen Schnäbel selbst. Es ist, als trage jede Jung Amadine dort einige winzige, aber vollkommen wirksame Glühbirnen angeheftet, deren Glanz das finstere Stübchen illuminiert. Nichts anderes als solche angewachsenen Glühbirnen sind eben die bewussten geheimnisvollen Kugeln mit ihrem Blau, Leuchtorgane der Nestjungen zur Orientierung des fütternden Vogels im finsteren Nest. Das war nun, als man endlich darauf kam, eine Entdeckung, wie sie die Tierkunde selten erlebt hat. Leuchtende Vögel, und zwar zu so sinnreichem Zweck. Auch hier musste die Frage entstehen, konnte es ein echtes Leuchten sein, wie bei den Johanneswürmchen oder Tiefseefischen? Prinzipiell hätte schließlich nichts im Wege gestanden, dass es selbst das war. Die Nestjungen hätten dann in ihren Glühbirnen eine echte oxidierende Leuchtsubstanz produzieren müssen. Kuhn, der jüngst verstorbene treffliche Leipziger Zoologe, hat nach sorgfältigster Analyse indessen anders entschieden. Amadinens blaue Leuchtkugeln leuchten tatsächlich nach der Methode des Katzenauges. Ohne Ohne selber Augen zu sein, wirken sie doch als raffinierter Reflektierapparat. Sie fangen, konzentrieren und strahlen hell zurück die schwachen Stäubchen Dämmerlicht der nicht absolut schwarzen Neststube. Genau wie das Katzenauge aus der Dämmernacht, die uns als vollkommenes Dunkel erscheint, doch noch gleichsam einen roten Funken sammelt. Das Wunderbarste aber ist, dass auch dieses reflektierte Licht hier in den Dienst eines bestimmten Nutzzweckes tritt. Und dass es ausdrücklich in einem besonderen Leuchtorgan nur für diesen Zweck erzeugt wird, anstatt nebenbei zu entstehen, wie im funkelnden Katzenauge. Das macht Amadinens illuminierte Kinderstube zum Exempel einer Lebensleistung, die bisher einzig in ihrer Art ist und mit der gleichsam ein neues Kapitel der Naturgeschichte beginnt. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 3 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Vorfahren des Schmetterlings In dem lieblichen Schöpfungsbilde der Bibel sehen wir, wie die junge Erde sich mit allerlei Getier belebt. Vögel schwingen sich in die Lüfte, Fisch und Walfisch tummeln sich im Meer, das Vieh geht zur Weide und der Wurm wühlt sich durch den Grund. Aber einen hat der Chronist vergessen, den Schmetterling, der über die Blüten gaukelt. Wie viel fehlte der irdischen Landschaft, wenn er nicht wäre. Goethe hat bei Gelegenheit seiner Metamorphose der Pflanzen einmal gesagt, der Schmetterling sei selber eigentlich nur eine Blüte, die sich eines Tages vom Stängel gelöst habe und frei fortgeflattert sei. Er dachte dabei wohl an die wunderbare Wasserpflanze Wallisneria, bei der sich die männlichen Blüten in der Tat selbsttätig von den Stielen ablösen, um sich durch das Wasser zu den Weiblichen tragen zu lassen. Aber noch in einem tieferen Sinn hatte er Recht. Die Raupe, die träg im Blattwerk der Pflanze hängt, immer nur auf Fressen und Wachsen bedacht und in der Farbe oft grün wie das Blatt, das sie verzehrt, hat in ihrem Stande etwas von der Pflanze selbst, die bloß erst empor wachsend Sprossen und Blätter treibt. Der Schmetterling aber, der aus dieser Raupe durch das Knospenstadium der Puppe eines Tages entsteht, gleicht der Blütenbildung an solcher Pflanze. Wie sie tritt er in reifer Entfaltung gleich ganz hervor, wie sie lebt er wesentlich nur der Liebe, wie sie prangt er durchweg in herrlichen Formen und Farben. Der Kenner weiß sogar, dass Schmetterlinge nach Vanille und anderem Aroma lebhaft duften können. Und zum Überfluss ist der Schmetterling verknüpft mit dem Leben der Blume. Seit grauen Zeiten ist er ihr Liebesbote geworden, der ihr selber unentbehrlich ist, den sie mit Näschereien füttert, dem sie ihren Duft und ihre Farben entgegen bringt. Seit grauen Zeiten. Aber auch das Graueste muss zuletzt einmal angefangen haben. Auch unser Schmetterling mit all seiner Blumenschöne und Blumenliebe muss zuletzt auch einmal auf Erden entstanden sein. Solange Menschen sich erinnern, war er da. Aber das ist doch nur eine ganz kurze Zeit. Wir blicken zurück in die wunderbaren Wälder der Urwelt, durch die noch kein Menschenschatten mit Menschengröße und Menschenqual ging. Und wir sehen im Steinkohlenwald diesem Sumpfforste gigantischer Schachtelhalme und Bärlappe noch keine leiseste Spur eines gaukelnden Schmetterlings. Wohl war das fliegende Insekt als als solches schon da. Sei es nun, wie die einen wollen, aus einem trilobitenhaften Krebs damals hervorgegangen, der sich mit schwerfälligem Erstlingsfluge aus einer austrocknenden Pfütze so zur nächsten besseren rettete, sei es, wie andere vermuten, auf einem langen Wege vom Tausendfuß gekommen, genug, es schwirrte, obwohl in wirklich noch einigermaßen mühseliger Form im Kleinen unseren Aeroplanen von heute noch vergleichbar, die auch vielleicht erst bei unseren Enkeln einmal schmetterlingshaft zierlich werden. Seltsam freilich, in der relativen Größe, an Insektenmaßen selbst gemessen, waren diese ersten lebenden Aeroplane des Steinkohlensumpfs die Riesen ihres Geschlechts. Nie wieder sind Insekten auf Erden überhaupt so kolossal geworden. Da flog mit Halbstarrem System, das sich erst nach oben aufrichten, aber noch nicht nach hinten gefaltet übereinander liegen ließ, der Koloss Meganeura, dessen Flügel zusammen an drei Viertel Meter spannten. Aber Meganeura war kein Schmetterling, Näher verwandt war der Riese den heute noch in jener Methode fahrenden Libellen. Lange noch auch in der mittleren Urwelt hat es prachtvolle Flieger aus den Kreisen dieser Nicht-Schmetterlinge gegeben, wenn auch keine ganz so kolossalen in der Folge mehr. So flog noch in der berühmten Lagune von Sollenhofen zur Jura-Zeit die herrliche Caligrama Hackeli, bei der jeder Vorderflügel über zwölf Zentimeter maß und auf allen Flügeln riesige Kreisflecken wie bei unseren Pfauen Augen standen. Sie war keine Libelle, sondern eine nächstverwandte jenes hübschen Insekts, das aus unserem allbekannten Ameisenlöwen als seiner hässlichen Larve steigt. All diese Urwäldler lehren uns aber nichts über den engeren Werdegang unseres Schmetterlings. Überschlagen wir ungeheure geologische Zeiträume nach jenen Steinkohlensümpfen und ihren riesigen Meganeuren und machen erst wieder Halt in jenen viel näheren, obwohl immer noch urweltlichen Wäldern der Terziär-Zeit, wo der Bernstein als Harzträne von den Fichtenstämmen perlte und gerade Spuren des Insektenlebens wie in einem Archiv aufbewahrte, so finden wir dort in der Tat schon den Schmetterling vollendet. Der niedliche Bläuling gaukelte schon am Tage über die Bernsteinbäume, der dicke Schwärmer nahte sich abends den Waldblüten. Noch war auch damals die Zahl nicht groß, die grenzenlose Prachtentfaltung muss erst in unseren eigenen Tagen liegen, aber die Stunde war erfüllt, darüber ist kein Zweifel. Zwischen damals und jenem nebelfeuchten Farnwalde von so viel früher muss die Schöpfungsstunde des Schmetterlings gelegen haben, da er nicht einzeln wie jeder von heute aus seiner Puppe, sondern im Ganzen gleichsam aus einem anderen Insekt hervorgekrochen war. Was könnte das aber für ein Insekt gewesen sein? Wir betrachten einen Moment genauer den heutigen Falter, irgendeinen Admiral oder Trauermantel des Tals oder den wundervollen Apollo der Hochgebirgsmatte und zweierlei erscheint uns als sein charakteristisches im Gegensatz zu allem sonst vertrauten Insektenvolk. Seine Mundwerkzeuge bilden statt harter und roher Beißer eben jenen feinen Saugrüssel, mit dem er den Blütennektar nascht und eben seine blütenhaft bunte Farbenpracht entsteht durch eine Art köstlichen Pelzes, dessen schuppenförmigen Haare lose in dem zugrunde liegenden nackten Glasflügelwurzeln. In der Herkunft dieser beiden Besonderheiten muss das Geheimnis der Schmetterlings Herkunft stecken. Hier mag uns aber ein kleines Erlebnis bedeutsam werden, das wohl ein jeder von uns einmal durchgemacht hat. Wir haben als Kinder im flachen Schilfgrund gegründelt oder das angeschwemmte Genist des Ufers zerteilt. Da geriet uns ein sonderbares kleines Futeral aus zäh verknüpften Rohrstückchen, Sandkörnchen oder gar Schneckenhäuschen in die Hand, das wir nicht zu deuten wussten. Indem wir es aber drückten, schaute vorne ein unwillig gestörter, hässlicher Kopf hervor. In der Hülse wohnte als ihr Verfertiger ein langer, wurmhafter Geselle. Das jetzt aber war kein echter Wurm, sondern auch eine Insektenlarve, entsprechend dem Raupenstande beim Schmetterling. Köcherfliege oder Köcherjungfrau heißt das fertige Insekt, das später aus ihr hervorgeht. Ein Flügelinsekt, das auf sehr viel gelenkigerem, schon hinterwärts kunstvoll zusammenfaltbarem Luftschiff dahinfahren wird, als es etwa eine Libelle besitzt. Aber bezeichnenderweise wird solche Köcherjungfrau auch Wassermotte genannt. Wirklich trägt sie, einzig unter allen nicht schmetterlingshaften Insekten der Jetztzeit auch auf ihren Flügelchen einen deutlichen bunten Pelzbesatz, obwohl von etwas primitiverem Haarstande. Und ebenso erscheint auch ihr kleiner Mund verkümmert zum Derben Beißen. Er bietet bereits den deutlichen Anfang eines zarten Blütensaugers. Wie ein Doppelgänger taucht dieses Wasserkind neben dem Schmetterling auf. Eine leichte Bleistiftskizze gleichsam zu dem dort glänzend vollendeten Kunstwerk. Schon früh ist es also denkenden Beobachtern aufgeblitzt, hier müsse noch etwas bis heute fortleben aus dem ursprünglichen Werdegang des Schmetterlings und einmal angeschlagen hat das dann zu einem weiten Gewebe der Möglichkeiten gelockt. Jene Köcherfliegen oder Früganiiden verknüpfen sich selber heute ziemlich ersichtlich noch mit einem anderen Insekten Geschlecht. Das sind die sogenannten Skorpionfliegen oder Panor Paten. Sie führen keinen Flügelpelz und keinen sanften Honigheber, ein wildes Räubervolk sind sie, mit einem bösen Beißschnabel, der unerbittlich über anderes Insektenvolk herfällt. Die bekannteste Sorte führt beim Männchen hinten eine zum Rücken umgeschlagene Zange, die an den gefürchteten Stachel des Skorpions gemahnt. Zweifellos ist solche Skorpionfliege ein niedrigeres und altertümlicheres Insekt, zugleich aber deuten mancherlei Indizien darauf, dass gerade sie einst die Ahnfrau der schon viel feiner organisierten Köcherjungfrau war. Skorpionfliege Köcherjungfrau Schmetterling hier lebte also heute noch etwas wie der Schatten eines Stammbaumes. Gehen wir damit aber wieder in die Urwelt selber zurück. Da ist es nun sehr interessant jetzt, dass die Skorpionfliegen gar sehr eines beträchtlich hohen Alters verdächtig sind. Sie tauchen in zahlreichen unmittelbaren Resten, Abdrücken von Flügeln etwas vor der Mitte zwischen jenen schmetterlingsleeren Steinkohlensümpfen und den schon von Schmetterlingen besuchten Bernsteinforsten auf. Zu Anfang der vom Ichthiosaurus allbekannten Jura-Zeit. Feine Indizien aber verknüpfen sie dort wieder rückwärts noch bis zu den wirklichen Urinsekten des Steinkohlensumpfes selbst, sodass man wohl annehmen darf, sie mit ihren bis heute ja noch so viel roheren Beißorganen sind ursprünglich doch auch von dort hergekommen. Nun aber sehen wir des Weiteren etwas geradezu verblüffend an jenen geahnten höheren Stammbaum auch urweltlich anschließendes. Schon in den Gesteinsschichten jenes untersten Jura finden sich neben den deutlichen Flügeln von Skorpion Fliegen auch bereits einzelne Flügel noch erkennbar abgeprägt die heutigen Flügeln der Köcher Jungfrau gleichen. Und schon im mittleren und oberen Jura gesellen sich dazu einzelne noch weitere Flügel, die jetzt gar schon stark an den echten Schmetterlingsflügel von heute gemahnen. An sehr verschiedenen Orten ist man bisher auf diesen ersten Schatten des Urschmetterlings gestoßen. In England, in Sibirien und im berühmten lithografischen Kalkstein von Sollenhofen in Franken. Im letzteren hatte man allerdings lange die Abdrücke von Holzwespen mit Schmetterlingen verwechselt. Aber nachdem dieser Irrtum erledigt war, gab es doch auch echte Schmetterlingsflügel dort. Und da scheint nur ein schlichter Schluss möglich. Schon zu Anfang der Jura-Zeit hatte sich ein Teil der alten Skorpionfliegen in Köcherjungfrauen verwandelt und im Verlauf der Jura-Periode dann gingen wieder aus einem Teil der Köcherjungfrauen die echten Schmetterlinge hervor. Immer wandelte sich nur ein Teil wohl bemerkt, denn es leben ja heute neben den Schmetterlingen auch noch allerdings wenige Skorpionfliegen und ein Gut Teil Köcherjungfrauen fort. Das ist die alte Sache wie fast immer im Stammbaum, neben dem Neffen lebt der Onkel auch noch weiter. Indessen ist hier noch eine Erwägung nötig, die zugleich das Bild des Hergangs noch farbiger macht. Frühlingsfliege sowohl wie noch viel vollkommener der Schmetterling selbst besitzen heute durchweg einen reinen Blüten Saug Apparat. Dazu aber sind höhere Blüten nach Art unserer heutigen von Insekten Besuchten nötig. Nun hat es aber solche Blüten in jener Jura-Periode noch gar nicht gegeben. Sie entstanden erst in der folgenden Kreidezeit, die noch zwischen den Jura-Wäldern und dem Bernsteinforst liegt. Wir müssen also annehmen, dass der Not der Zeit gehorchend auch die erst entstandenen Köcherjungfrauen der Jura-Zeit noch beißende Mundwerkzeuge gleich den älteren Insekten besaßen. Auf dieser Stufe aber müssen zunächst doch die Flügel bei einem Teil ihres Urvölkleins schon mehr oder minder schmetterlingshaft geworden sein, sodass man mit einigem Recht schon von diesen Vertretern damals hätte sagen können, es waren bereits Schmetterlinge, doch Schmetterlinge auch noch mit beißenden Kiefern, ohne Honigrüssel. Es ist dabei wieder interessant zu bemerken, dass noch heute einige wenige Schmetterlinge uns lebend beinahe noch diese Urstufe vor Augen bringen. So hat der primitivste aller lebenden Schmetterlinge, von dem die Art Mikropterix oder Eriucephalus Kaltella bei uns in Europa vorkommt, noch regelrechte kauende Mundteile mit wohlerhaltenem Oberkiefer statt des Saugrüssels. Und erst in der Kreidezeit selber werden wir dann annehmen dürfen, dass sowohl die echt verbleibenden Köcherjungfrauen wie die Partei der schon werdenden Schmetterlingsflügler unter ihnen fast auf der ganzen Linie sich wirklich den entstehenden Blumen und die Blumen ihnen auch im Mundbau anschlossen, womit für den Schmetterling erst das ganze Ätherische vom Brutalen Abgelöste seines endgültigen Schicksals gegeben war. Nachdem zuerst in der langsam prägenden Urweltshand sein farbenfroher Flügel sorgsam fertiggestellt worden war, folgte jetzt der Honigmund. Und so ist er bereits in den sonnendurchhellten Bernsteinwald eingeschwebt, so ist er als lieblichstes Schöpfungsmärchen heraufgegaukelt bis zu uns. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt Abschnitt 4 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Kampf um den Maulwurf Da liegt der schwarze Bösewicht und wühlte gern und kann doch nicht, denn hinderlich wie überall ist hier der eigene Todesfall. Diese klassischen Worte Wilhelm Buschs charakterisieren den Kampf mit dem Maulwurf. Wenn es aber eine ausgleichende Gerechtigkeit in dieser zweideutigen Welt gibt, so hat sie offensichtlich zur Sühne uns Menschen den Kampf um den Maulwurf auferlegt. Unsere Menschheit fängt gegenwärtig an, so ungeheuer klug zu werden, dass man fast mit einigen Ängsten an das Wort denkt, dass allzu kluge Kinder nicht alt werden. Wir wissen, was für Stoffe in den Sonnen des Andromedanebels glühen. Wir erzählen uns, dass der Lichtdruck Tröpfchen von 0,00016 Millimeter Durchmesser bewegt und dass auf jedes solcher Tröpfchen 96 Millionen Moleküle gehen und wir werden demnächst wohl über den Gauri Sanka fliegen. In solchen Momenten ist es aber nützlich, und spricht doch für eine etwas längere Lebensdauer, dass wir noch immer nicht genau die Geheimnisse des Maulwurfshaufens kennen. In einer geordneten und sozusagen approbierten Wissenschaft ist der Maulwurf trotz seines blauen Fällchens immerzu bis heute der roteste Revolutionär. Mit seinem heimischen Genossen, dem Igel Igel hat er im System so lange rumort, bis man ihm und seinen Vettern glücklich eine ganze eigene Säugetierordnung hat einräumen müssen, die der Insektenfresser, Deren Name besonders gut auf den Maulwurf passt, indem er nämlich hauptsächlich Regenwürmer, die bekanntlich keine Insekten sind, frisst. Auch dann aber noch sind mit ihm immerfort ärgerliche, wie Fontane sagen würde, genierliche Sachen passiert. Das ganze so sehr zu preisenden 19. Jahrhundert hindurch ist eine immer dieselbe Abbildung seiner unterirdischen Burg durch alle Fachwerke gegangen, die nach Ansicht Neues der Kritiker nur den einen Fehler hatte, dass sie mindestens als Regel verkehrt war. Auch musste gerade bei ihm der doch gewiss nicht alltägliche Fall sich ereignen, dass die Anatomen eine Zeit unhöfliche Geschichte. Doch der eigentliche Fall Maulwurf beginnt erst mit einer dritten Situation, nämlich bei der Frage, ob er ein Racker oder ein Engel in seinem Verhältnis zu uns sei. In der besagten hübschen Geschichte bei dem stets unparteiisch warmherzigen Altmeister Busch setzt der brave Gärtner sich bei dem vernichtenden Schaufelstoß gegen den Mull zugleich hinterrücks in die Spitzen der Garten Hake. Und das ist gewissermaßen ein Symbol der Maulwurfs Frage im Ganzen. So leicht wir den kleinen Samtkerl hochprellen und aufs rote Näschen hauen können, dieses rote Näschen, das ein so unfassbar feiner Fühlapparat für die leisesten Zitterbewegungen des Erdreichs ist, dass man es schon ernstlich unseren großen menschlichen Seismografen oder Erdbebenmessern vergleichen möchte, das Problem ist, inwieweit wir uns dabei alle miteinander dauernd auf eine Gartenhake in unserer Kultur setzen könnten, die uns tückisch ins gegenseitige Fleisch sticht. Der Bauer, das Volk überhaupt, ist seit Alters der Zehen Meinung, dass der Maulwurf ein unleidlicher Schädling sei. Die Dorfgemeinden stellten, wie Kreuzotterfänger, so besondere Maulwurfsfänger an, in manchen Gegenden Schermäuser genannt, nach dem süddeutschen Maulwurfsnamen Schermaus, der auf Sgero zurückgeht und mit dem Anschluss an die Maus deutlich schon das Böse hineinschmuggelt. Denn was eine echte Maus ist, ist immer ein Unnutz. Wer nun Volkesstimme ohne weiteres in der Naturgeschichte für Gottesstimme zu halten geneigt ist, der wird darin einen vollgültigen Beweis sehen, und das Volk hat ja gewiss so manche alte Weisheit, von der auch Forscher noch lernen können. Aber daneben flattern durch die Volksnatur Geschichte auch ebenso sicher allerhand Gespenster. Der Bauer, der die Fledermaus für ein verderbliches Scheusal hält, das in die Haare fliegt und ihm im Schornstein den Speck wegfrisst, oder der die nützliche Eule als Unhold übers Scheunentor nagelt, wird uns schwerlich für den Nutzen und Schaden des Mulds, wenn er ihn für eine wurzelfressende Mausheld kompetent sein können. Die erste Tat des Forschers war also auch der Nachweis, dass unser Mull kein Nagergebiss habe, sondern ein Raubtiergebiss, das in seiner Weise sogar das der echten Raubtiere noch übertrumpfe und jedenfalls, wie es im Märchen heißt, in seinem Reich Vieh und Leut fresse, aber nicht Rüben. Wie alles Wissenschaftliche auch immer einmal wieder angezweifelt zu werden pflegt, an sich kein Schaden, so hat man diese Räubernatur gelegentlich zwar bestritten, aber ohne Glück. Wollte doch gar einer, wie Meister Heck im Neuen Bremen erzählt, den leibhaftigen Maulwurf gesehen haben, wie der niederträchtige Kerl halb aus seinem Loch vorkam und ein Rübenblatt nach dem anderen abknabberte. Hier aber möchte man wohl den alten Satz anwenden, es hat einer manches gesehen und es ist doch nicht wahr. Mit einer Einzelbeobachtung auf falscher Fährte kann man auch beweisen, dass der Hund Gras fresse und ein so famoser Beobachter wie der alte Adolf Müller hat allen Ernstes einmal sogar den Kuckuck brüten sehen. Wenn aber unser Mull wirklich ein Tierfresser ist, so scheint doch seine Nützlichkeit erwiesen. Denn was soll er in seinen unterirdischen Labyrinthen, wo er das Erdreich auf wahren Atlas-Schultern im Kleinen trägt und wälzt, anders fressen als wirkliche Schädlinge des Landmanns mit den Bösesten den Engerlingen voran. Indessen hier kamen die Gärtner und verwiesen auf den Wühler. Was er schließlich fresse oder nicht fresse, das sei das ganz Nebensächliche. Aber mit seinem unterirdischen Pflügen und oberirdischen Bergbauern kreuze er immer fort das Werk des Menschen an den Stellen, wo die Erde ein Schmuck, etwa in einer prächtigen Parkwiesenfläche und nicht ein schmutziges Bergwerk mit Stollen und Halden sein solle. Gerade hier aber war nun wieder und erst recht etwas auch nach der anderen Seite hoch Bedeutsames angeschlagen. Für die schöne Außenseite des Parks, dessen Ideal eine smaragdende Grasfläche ohne Makel ist, oder im Beet mit seinem kleinen Pflanzenvolk, das in der Wurzel nicht gelockert sein will, mag der Bergmann im Samtröcklein verpönt bleiben. Aber wir verdammen doch nicht in Bausch und Bogen unseren menschlichen Grubenbetrieb, bloß deshalb, weil es nicht hübsch wäre, wenn er vermöge deplassierter Wahl seines Arbeitsfeldes die Peterskirche zum Einsturz brächte oder den Berliner Tiergarten mit schmutzigem Schutt durchsetzte. Gerade als Bergarbeiter ist unser Maulwurf wirklich noch etwas ganz anderes als bloß ein Fresser und Nutzfresser und dieses andere scheint zunächst erst seinen eigentlichen Wert zu berühren. Mit kurzem Wort gesagt, der Maulwurf gehört hier zu den geologischen Tieren. Geologische Tiere sind Tiere, die nicht bloß auf der gegebenen Erdscholle leben, lieben und herumfahren, sondern es sind solche, die an der Bildung und Umbildung unserer Erdrinde selber aktiven Anteil nehmen, also im recht eigentlichen Sinne geologisch für jene anderen mitwirksam sind. Tiere dieser Art hat es seit den ältesten Tagen der Erdgeschichte immer wieder in Masse gegeben und durchweg war ihre Arbeit von der allergrößten Bedeutung. Die Korallentiere gehörten dazu, die schon in der Urwelt Kalkriffe gebaut haben, deren Ruinen jetzt hohe Berge bilden und die heute noch im stillen Ozean die Umrisse längst versunkener Inseln in zähem Konservativismus durch ihre aufgesetzten Mauern erhalten, als sei alle geologische Elementarbeit zu schwach, ihre eigenen und eigensinnigen Wege zu hemmen. Nicht alle geologischen Tiere aber bauen selber in Korallenweise neuen Grund. Andere verarbeiten nur das Vorhandene. Gerade das aber kann wieder für dritte, gleichsam bloß genießende Wesen erst recht von höchstem Nutzen sein. Sie arbeiten mit an der Umwandlung der ursprünglich mehr oder minder starren Gesteinsrinde unseres Planeten in eine dem übrigen Leben, vor allem dem Pflanzenleben brauchbare Erdkrume. In der vorhandenen Krume lockern und lüften, karren und fahren und bewässern sie unablässig, als wären sie selber angestellte Gärtner und Bauern im Dienste des großen Naturparks oben. Ohne Wissen natürlich von dem Nutzen im irdischen Gesamtspiel bloß auf ihren eigenen Gewinn bedacht, aber durch die Verkettung der Dinge immerfort ein reger Faktor von höchstem Wert für alles, was mit Wohl und Weh des großen Erdengartens zusammenhängt. Und auf diesen letzteren Felde schafft nun auch der Maulwurf. Mit seinem Wühlen und Hochstoßen durchlüftet er den Grund und Boden aufs Glücklichste und schafft auch der Feuchtigkeit besseren Eingang, sodass er überall da, wo es nicht auf das schöne Aussehen der Oberfläche oder eine sehr zarte Kultur ankommt, ein unentwegter Förderer des Pflanzenwuchses wird, dessen sich auch der Mensch in unzähligen Fällen freuen muss. Das hat schon der alte tierkundige Gessner im sechzehnten Jahrhundert geahnt, wenn er sagte, ich habe von etlichen Bauleuten vernommen, dass sie kein Schermaus aus den Wiesen oder Matten schlagen, vermeinen, der Boden in den Wiesen müsse also gleichwohl unten erbauen werden, als das Feld mit dem Pflug. Nimmt man nun hinzu, dass der unterirdische kleine Pflüger zugleich aus jeder Furche, die er ritzt, die wirklichen Pflanzenverderber wie den bösen Engerling absucht und vertilgt, so meint man, es könne nicht leicht einen braveren Helfer für uns geben. Aber der wahre Naturhaushalt ist ein verwickeltes Ding, immer noch wieder um ein Geheimfach verwickelter, als wir auf rascher Suche ahnen. Eben als solches geologisches Tier kommt unser Mull auf seiner unterirdischen Jagd nämlich in Konflikt mit einem anderen geologischen Tier, das jetzt als solches noch weit nützlicher für das Pflanzenleben und damit für uns ist. Mit dem wirksamsten und zugleich nützlichsten, das es von echten Tieren da unten in der Scholle überhaupt gibt, nämlich mit dem Regenwurm. Hoch klingt heute das Lied vom Regenwurm in unserer Bodenkultur. Der alte Darwin, den die meisten nur von seiner Abstammungstheorie kennen, der in Wahrheit aber auch hunderterlei anderes in unsagbarem Beobachterfleiß ergründet hat, ist zuerst sein Prophet geworden. Der Regenwurm treibt zunächst ganz das gleiche als praktischer Geologe wie der Maulwurf, bloß noch gründlicher und weniger stürmisch. Er lockert den Boden, durchsetzt ihn mit senkrechten Röhrchen, die den Pflanzenwurzeln erwünschten Raum bieten, er durchlüftet und durchfeuchtet ihn, lässt das Wasser und die Kohlensäure auch an die tieferen Schichten heran. Aber noch unvergleichlich viel mehr tut er als der Maulwurf. Indem er in der bekannten Weise welkes Laub in seine Erdhöhlen zieht, düngt er regelrecht auch den Grund, in dem er lebt. In der harten Erde weiß er aber dieses Düngens noch einen praktischeren Weg. Wie der Märchenjunge im Breiberg frisst er sich durch diese Erde einfach durch, indem er sie aufweicht, in sich aufnimmt und die innerlich Verarbeitete dann oben auf der Decke in natürlicher Weise wieder absetzt. Nicht ganz im Rahmen parlamentarischer Redeformen tut er das, aber nützlich, unendlich nützlich für die Güte und Ertragskraft des Bodens. Gerade so entsteht erst die allerfeinste, weichste Pflanzenerde. Zugleich wird das Erdreich unablässig von oben nach unten gearbeitet. Der Wiesenboden oben wird beständig erneuert. Er glättet sich, da auf die Dauer jeder störende Stein bei dieser konsequenten Umkrempelung in die Tiefe absinken muss. Ja, zuletzt sind diese armen Würmer im Lauf der Jahrtausende regelrechte Erdbaumeister, die das ganze Bild da oben bestimmen. Die begraben und versenken und überschütten den Granitblock wie die gefallene Tempelsäule. Immer aber bleibt ihr Geschenk an uns, die köstliche Erdkrumel in vollendetster Gestalt. Jawohl nun, der Maulwurf frisst Engerlinge und andere Schädlinge, aber vielmehr noch und zumeist frisst er eben diese seine geologischen Mitarbeiter, die Regenwürmer. Seine wie ein unterirdisches Spinnennetz ausgebreiteten Labyrinthgänge pflegen gerade so zu liegen, dass die Würmer sie bei ihrem Tagewerk immerfort durchschneiden müssen, wobei sie dann wie die Fliegen unter das Messergebiss des kleinen Minotaurus fallen, während die Engerlinge nur gelegentlich einmal hineingeraten. Unglaubliche Massen von Würmern werden so vertilgt und der barbarische Zyklop kerkert sich sogar ganze Wintervorräte lebender Wurmopfer ein, deren ein sicherster neuerer Beobachter Dahl in einem einzigen Maulwurfsbau 1.280 Stück in einem Gewicht von 2,13 Kilogramm gefunden hat und so senke der Kurs des Maulwurfs abermals. Mancher ausgezeichnete moderne Tierkundige ist da wieder ganz und gar zum Zweifler geworden. Der treffliche Züricher Naturforscher Konrad Keller möchte schon die alten Schermäuser bei den Flurkommissionen wieder anerkannt sehen und auch Heck hat wenigstens seine Bedenken. Ich aber meine, es langt noch wieder nicht zu hochnotpeinlichem Beschluss. Zunächst ist die Zahl der Regenwürmer derartig Legion, dass das Dezimieren im Einzelfall meines Erachtens gar keine Rolle spielt. Abgesehen davon, dass im Einzelfall ihrer auch in einer Kultur zu viele werden können, also ein gewisses natürliches Abschießen sogar eher nützt. Eine Rechnung von Hensen setzt auf ein Hektar Gartenland mehr als 100.000 Würmer an. Das gibt 130 Kilo Fleisch. Schade, dass wir uns nicht daran gewöhnt haben, Regenwürmer zu essen. Oder sollten wir nicht einmal? Wer fängt an? Auf dieses arbeitende Stück Geologie sind jetzt seit etwa drei Millionen Jahren, diese Insektenfresser reichen sehr wahrscheinlich bis in den Ausgang der Kreidezeit zurück, die Maulwürfe gehetzt. Und doch ist die Zahl und auch offensichtliche Macht der Würmer heute noch in solchem Flur. Aller Vermutung nach wird die Sache also darauf hinaus laufen, dass im bestehenden, von Menschenhand nicht veränderten Naturhaushalt die Massenproduktion des Regenwurms auch den Maulwurf noch erträgt. Vielleicht, wenn man an darwinistische Anpassungen denken will, hat sie sich im Laufe der Zeiten unmittelbar auf eine Überproduktion eingestellt, die den dort entfallenden Abzug im Gesamtspiel schon gleichsam vorsorgend ersetzt. Bei einer Menge von Tieren, wo zum Beispiel die Jungen stark bedroht sind, glaubt man ja ganz deutlich, solche Regulierung wahrzunehmen, die sich in einer ungeheuren Überproduktion von jungen Kund gibt, auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass von Unzähligen doch nur so und so viele erhalten bleiben, wobei aber diese so und so vielen vollauf zur Erhaltung der Art genügen. Auf der anderen Seite ersetzt aber der Maulwurf durch seine eigene nützliche geologische Arbeit selbsttätig wohl auch noch das, was eventuell dort bei den Regenwürmern als Manko durch ihn ausfallen könnte. Und so rückte sich dieses Konto doch wieder wenigstens ins Reine, wenn auch ohne Überschuss. Darüber hinaus aber vertilgt der gleiche Maulwurf nun doch auch Engerlinge und andere Schädlinge und hier beginnt also wieder sein positiver Nutzen, wenn der auch vielleicht nicht so groß ist, wie man im Überschwang der ersten Entdeckung geglaubt hatte. Das Fazit ist einfach. Man wird unseren Mull nicht verfolgen, abgesehen von feiner Schmuckkultur im Garten wegen seiner Wühlarbeit, denn die ist nützlich. Man wird ihn nicht verfolgen wegen seiner Nahrungsweise, denn die ist zum Teil auch nützlich, zum Teil indifferent. Man wird ihn vielleicht nicht eben fördern, sondern den gegebenen Naturhaushalt an dieser Ecke möglichst lassen, wie er ist. Aber ganz gewiss wird man nicht zulassen, dass er willkürlich ausgerottet werde, zumal heute nicht aus Motiven, die etwa gar überhaupt mit Landwirtschaft nichts zu tun haben, die aber, wenn sie irgendein armes Vieh erreichen, prompter das ganze Geschlecht zu bedrohen pflegen, als alle Schermäuser von ehemals die Mulle oder alle Mulle von je die Regenwürmer, also zum Beispiel Verwertung des Fells für einen Modezweck. Der Versuch ist bei unserem Mull schon gemacht worden, hat sich aber zunächst wieder zum Glück etwas verzogen, da das arme Samtfällchen nicht genug brachte. Hier käme vor allem auch der allgemeine Heimatschutz in Frage, dem der Mull doch auch gehört und der verhindern muss, dass wir ein heimisches Geschöpf verlieren, von dem zweifellos noch eine Menge zu lernen ist und das sicherlich zu den eigenartigsten unseres Landes, ja, unseres ganzen Planeten gehört. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das unheimliche Hila-Tier Durch die Wüsten des Mondes diese vollkommenen Wüsten, über denen nicht einmal bläuliche Luft zittert und spiegelt, in denen nicht einmal ein ausgetrocknetes, versandetes Flussbett von alten Wassern zeugt, auf denen nicht einmal eine gespenstische Riesenwüstenpflanze, wie die Velvichia unserer Kalahari kriecht, Durch diese Öden ziehen sich ungeheure Spalten, die sogenannten Rillen. Bald schnurgerade, bald in scharfem Zickzack durchqueren sie weite, weite Strecken des Mondlandes. Sie sind keine Stromläufe, keine künstlichen Kanäle. Ja, was sind sie? Niemand weiß es genau. Vielleicht ist die Mondrinde hier geplatzt in den letzten Zuckungen des Mond innern, vielleicht haben die furchtbaren Kontraste von nicht abgeblendeter Sonnenglut und eisiger Weltraumkälte das Gestein zerbersten lassen. Eine ungelöste Frage da oben, wie so viele. Gewiss aber ist, dass es nur eine einzige Landschaft auf unserer Erde gibt, die äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit zeigt mit einer solchen Rillengegend des Mondes. Das ist das Wunderland von Arizona in Nordamerika mit seinen berühmten Canyons, den Röhren, wie sie der Spanier nennt. Auch hier senken sich in einem wild zerfressenen, vielfach mondhaften Wüstenplateau noch einmal besondere Spaltenabgründe Rinde in die Tiefe. Wahre Rillen, deren größte bei 60 Meilen Länge sich bis 2000 Meter tief in den untersten Fels einschneidet, einen exakten Querschnitt durch die ganzen älteren geologischen Schichten der Erdrinde bis zu den entlegensten hinab eröffnend. Gern möchte man auch bei solchem Canyon an furchtbare revolutionäre Ereignisse dieser Erdrinde denken, die sie so bis ins Herz hier zerrissen. Aber wir wissen, dass es ein viel unscheinbarerer Titan gewesen ist, der diesmal seine Macht bewährt hat, nämlich wühlendes Wasser, das sich langsam, langsam in den Block des großen Wüstenplateaus eingefressen und die Canyon-Rillen eingetieft hat. Die gleiche Macht also zuletzt, die nach einem einfachen Regen das Sandhäufchen eines Kinderspielplatzes mit kleinen Furchen durchzieht. Kleinste Wirkung, größter Erfolg. In diesem wilden Lande, diesem Stück Mond auf Erden aber lebt das Hila-Tier, das Unheimliche, das Verdächtige, wie der Naturforscher es genannt hat, seit sich von ihm eine bedenkliche Kunde verbreitet hatte. Wenn in stiller Nacht das Silberlicht des wirklichen Mondes um den Rand einer solchen Arizona-Rille fließt, in deren schwarzen Grunde tief, tief unten unsichtbar der Colorado-Strom geht, so möchte man von Ungeheuern träumen, die sich diesen Höllenschlund zur Höhle gewählt. Die alten Riesensaurier möchte man noch einmal aus den zernagten Schichten des Urwelt Gesteins hervorkriechen sehen. Aber sie lagen schon längst eingesagt in ähnlichem Fels, als auch nur der erste Spatenstich des wühlenden Wassertitanen einsetzte, der diese 2000 Meter aushöhlen sollte. Man muss sich von dem Mond zauber in eine andere und sehr viel nähere, obwohl auch höchst seltsame Geschichtszeit verzaubern lassen, um auf die erste Kunde vom wirklichen Monstrum dieser Arizona-Wüsten zu kommen. An Arizona grenzt nach Süden Mexiko. Vor rund 400 Jahren war es, bei den alten Mexikanern. Von ihnen vernimmt man zum ersten Mal einen Namen für das geheimnisvolle Tier des Kenyan-Landes, das auch bis in ihr Landgebiet hinüberkroch. Tola Chini. Sagen dunst aber wob sich seither immer erneut darum. Tatsächlich eine Art Drachensage. Wenn es auch kein Drache in der Größe sein sollte, so doch einer in der Gefährlichkeit. Ein männermordendes Tier, würde der alte Homer gesagt haben. Die späteren Arizona-Kolonisten tauften es nach dem Ödland im Bereich des Nebenflusses des Colorado, des bald ganz vertrocknendem, bald zu hochwassern schwellenden Wüstenstroms Hila, das Hila-Tier. Und wie dieser Strom, so stiegen und versiegten auch bei ihnen immer wieder abwechselnd die Nachrichten und Legenden über den unheimlichen Gast der unheimlichsten Gegend. Bis endlich, ganz langsam in neuerer Zeit, die Forschung, der vor keinem Gespenst graute, auch hier sozusagen polizeilich feststellen durfte, um was für einen Bauernschreck es sich denn eigentlich handle. Das Hila-Tier existierte tatsächlich und es war ein Reptil, also immerhin verschwägert mit den alten Drachen. Eine ziemlich ansehnliche, bald meterlange Eidechse steckte hinter ihm, eine Eidechse aber, die sich, das war das erste Merkwürdige, das sofort auffiel, ausgespart wie ein ganz himmelweit anderes Tier trug, das auch genügend von jeder Sage Stoff geboten, nämlich wie ein Feuersalamander. Wer an Mimikri glaubte, der musste annehmen, hier mache eine Eidechse einfach bis zur vollendetsten Täuschung den Salamander nach. Ein solcher Molch hat eine feuchte, schlüpfrige, kellerhafte Nacktheit, sein Leib gleicht einem feisten Wurm, den vier winzige Beinchen nur mühsam dahinschleppen. Warzen und Pusteln bedecken seine Haut, dazwischen aber liegen auf ihrer schwarzen Negernacktheit hochgelbe oder rötliche Flecken wie brennende Striemen auf. Dagegen ist das Sonnenkind Eidechse durchweg ein feiner, schlanker Ritter im zierlichsten Schuppenhemd, der in allerlei trockener und sauberer Buntheit und schönen Ornamenten zu kokettieren liebt und flott mit graziöser Taille dahintänzelt. Ein solches Schuppenkleid hat nun auch das Hila-Tier, aber seine Schuppen sind zu unregelmäßigen Körnern geworden, die ebenfalls Warzen und Drüsen zu bilden scheinen und in dem einzelne größere Körnerbrocken ein schmutziges fleischhaftes Gelb-Rot vordrängen, entsteht auch hier der vollkommene Eindruck von rohen Farbpusteln auf einer ekeln, schwarzbraunen Nackthaut. Gleichzeitig hat sich der Leib in eine unförmige, schlecht gestopfte Walze verwandelt, in deren Quellung Kopf und Beinchen fast verloren gehen. Gerollt wie ein wirklicher Wurm liegt das Scheusal so in seinem Wüsten Versteck, zweifellos der aller hässlichsten Tiere eines. Wer es plötzlich aufdeckt, könnte es für einen modernden Pflanzenrest halten, auf dessen verwester Rinde sich eine hochgelbe Pilzvegetation angesiedelt hat. Es möchte aber nicht ratsam sein, solches unvorsichtige Aufdecken und Aufwecken, denn jetzt beginnt das unheimliche Phänomen, dem das Geschöpf der arizonischen Mondwüste seinen eigentlichen Ruf verdankt. Unter heftigem Zischen hebt das Maul an zu geifern, so heftig, als wolle sich das entwickeln, was bei der afrikanischen Speischlange, einer bösen Naya-Art die Regel ist, die auf einen Meter Entfernung dem Angreifer ihren Speichel direkt ins Gesicht bläst. Eine lange bestrittene, aber endlich doch bestätigte scheußliche Methode. Doch schon kommt der Biss des Hilatiers, ein sehr herzhafter. Die langen, krummen Zähne, die für gewöhnlich fast ganz im Zahnfleisch versteckt liegen, werden bei dem Druck selbst erst eigentlich frei und schlagen sich nun nahezu zentimetertief ein. Jetzt aber die Wirkung dieses Bisses. Alles Grässliche, was dem Monstrum seit Alters nachgesagt worden ist, konzentrierte sich von je auf den einen Punkt, dass der Biss die verheerendste, die unmittelbar tötende Wirkung besitze, indem er nämlich in der schauerlichsten Weise vergiftet sei. Wirkliche Forscher mussten gerade das aber zunächst mit rechten Befremden hören. Die Volkssage macht ja gern alle nur denkbaren Tiere, wofern sie nur sonst etwas Verfängliches zeigen, auch zu Gift beißern. Der Zoologe aber legt hier ein zunächst ganz unanfechtbares Veto ein. Ein wirklich giftiger Biss als dauernde Angriffs- oder Verteidigungswaffe eines Tieres setzt bestimmte Giftdrüsen voraus, die das Gift liefern. Solche Giftdrüsen kennt man im Reptilienbereich von den Schlangen. Sie treten dort durchweg in Verbindung auf mit besonderen Vorrichtungen an den Zähnen. Gewisse Schlangenzähne sind durchbohrt oder wenigstens zu einer Rinne gefurcht, zum Injizieren oder Einlöffeln der giftigen Drüsenabsonderung beim Biss. Hier ist also alles klar. Eine Schlange aber ist nun keine Eidechse. Von keinem anderen Reptil, also auch von keiner Eidechse, war in vieljährigen anatomischen Untersuchungen je ein solcher schlangenhafter Giftapparat, weder Drüse noch Hohl oder Furchenzahn jemals festgestellt worden. Und so schien es zunächst geradezu ein Widersinn, der sich über grundlegende systematische Unterschiede hinwegsetzen wollte, wenn einer mit einer giftigen Eidechse kam, mochte sie auch noch so verdächtig aussehen und an einen Molch erinnern, der immerhin in der Haut etwas Gift führt, wenn er auch nie giftig beißen kann, und mochte sie aus noch so verwunschener Gegend stammen. Eine Weile eröffnete sich also folgerichtig ein heftiger Kampf der wissenschaftlichen Theorie, eh Herrn begründet, wie sie schien, und etwas selbstbewusst, wie einer guten Theorie zukommt, mit der Praxis des unentwegt weiter geifernden und beißenden Hilatieres. Hilatiere, da half kein Mittel, behielt aber auf die Dauer die Oberhand. Hilatiere biss Hühner und andere Tiere und sie starben prompt wie von Schlangenbiss. Die Vergiftungserscheinungen gingen über Lähmung des Atmungsapparats, ganz wie bei Schlangengift. Hilatiere biss auch Menschen und sie hatten ebenfalls fatale Folgen davon. Der Biss brauchte ja nicht immer gleich tödlich zu sein, das ist aber auch der Biss schlimmster Ottern, nicht immer. Das alles aber passierte nicht mehr bloß in der mondhaften Arizona Wüste, sondern auch im zoologischen Garten, ja, beim planmäßigen wissenschaftlichen Experiment. Der Theorie aber wurde schließlich leicht gemacht, klein beizugeben. Denn anatomische Zergliederung des hässlichen Hilakopfs erwies eines Tages gerade das, was sie zur hartnäckigen Voraussetzung genommen. Hilatier hatte tatsächlich im Unterkiefer zwei dicke, schlangenhafte Drüsen und seine Zähne waren ganz genau wie die Furchen Zähne vieler Giftschlangen mit einer Rinne versehen, durch die der ausgequetschte Drüsengeifer direkt in die Bisswunde eingeträufelt werden musste. Diese Eidechse hatte eben einen Schlangenapparat und damit war das Wunder der Wirkung sehr einfach aufgeklärt. Immerhin war es ein sehr großer Fund. Bis zum heutigen Tage ist keine zweite Gifteidechse mehr zu der einen hinzu entdeckt worden. Auch ein unmittelbarer Verwandter des Hila-Tiers, der seltsamerweise himmelweit entfernt auf Borneo lebt, besitzt die höllische Waffe nicht. Die Mondwüste am Hila hat hier wirklich etwas ganz Besonderes aus sich geboren. Warum aber gleicht das Hila-Tier nun auch dem Feuersalamander? Von einer Nachahmung die Schutz gewährte kann dabei wohl nicht die Rede sein, denn das große Scheusal ist selber doch ein ganz anders wirksamer Gifter als der kleine beißunfähige bloß auf der Haut etwas ätzende Molch. Eher könnte man meinen, die Gifteidechse ahme den Molch nach, um bei ihren nächtlichen Raubzügen im Revier gerade umgekehrt harmloser zu erscheinen als sie ist. Man hat aber die grellgelben Pustelflecken des Molchs auch so gedeutet, dass sie mit ihrer Auffälligkeit größere Angreifer warnen, also schon von fern aufmerksam machen sollten, dass es sich um ein giftiges, also auf jeden Fall für sie ungenießbares Tier handle. Da aber nicht nur hier, sondern auch bei anderen giftigen oder sonst ungenießbaren Tieren stets als solche Warnfarbe gerade ein ähnliches Gelb oder Gelb-Rot auftaucht, so wird man zunächst wohl auch an einen direkten chemischen Zusammenhang zwischen Gift und diesem Gelb denken müssen, unbeschadet, dass nachher auch noch solche Nutzzwecke sich mehr oder minder daran angeknüpft haben könnten. Warum diese natürliche Giftlivree die unheimliche Eidechse nun aber wieder dazu gebracht haben sollte, ihre Schuppen auch in warzenhafte Körner zu verwandeln, die vollends an nackte Molche und Kröten, die Hautgifter und nicht Beißgifter sind, erinnern, das bleibt auch so noch ein Rätsel. Die Wunder des Hila-Tiers sind offenbar noch nicht zu Ende. Im kürzlich vollendeten Berliner Aquarium, dieser größten neuen Sehenswürdigkeit unserer Reichshauptstadt, ist es inzwischen lebend zu schauen. In seiner ganzen Scheußlichkeit, gelagert auf einem Stückchen künstlichen gelben Wüstenbodens seiner Mondwüste. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 6 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die drei Augen der Blindschleiche Es hat so manches Menschenkind gegeben, dessen wahre Taten im Guten wie im Bösen längst vergessen sind, das aber unsterblich fortlebt in dem, was von ihm gelogen worden ist. Von einem der zierlichsten und, wenn man ihn nur genauer besehen will, hübschesten Vertreter unserer heimischen Tierwelt gilt in stärkstem Maße, dass seit Alters sein Ruhm, Name und Wert durchaus nur der Legende verdankt wird, nämlich von unserer Blindschleiche. Drei Volkslegenden sind es, die sich an sie heften und alle drei sind erstklassiger zoologischer Unsinn. Eine Schlange soll sie sein, immerhin ein verzeihlicher Irrtum, in Wahrheit ist sie eine echte Eidechse, die aber nach Schlangenart ihre vier Beine abgeschafft hat und auf dem Bauche kriecht. Giftig soll sie sein. Ich erinnere mich des köstlichen Anblicks, wie die sämtlichen Dienstleute eines großen Kuhstalls, ein ganzer Haufen starker, erwachsener Menschen, unter wildem Lärm mit Stöcken und Mistgabeln gegen ein harmlos dahin kriechendes Blindschleichlein zu Felde zogen, als gelte es, einen Drachen zu erlegen. Tatsächlich ist diese kleine, fußlose Eidechse unserer Heimat so wenig giftig wie die anderen Echsen, die sich dort am Rhein oder auf dem Gemäuer sonnen. Blindschleiche aber heißt der friedliche Geselle, weil die kopflose Angst, die vor ihm davonlief, sich nicht Zeit nahm, zu beachten, was er für zwar kleine, aber vollkommen wohl entwickelte zwei Äugelchen an seinem Eidechsen Kopf führt. Gerade dieser dritte und letzte Irrglaube sollte in neuesten Tagen von allen aber noch einmal der eigenartigste, der paradoxiste werden. Denn eben diese Blindschleiche, der man gar keine Augen angedichtet hatte, sollte mit zum besten Exempel werden bei einer höchst absonderlichen Entdeckung, die auf dem Gebiete der Seemöglichkeiten zu den großartigsten gehört, die jemals gemacht worden sind. Die Blindschleiche besitzt nicht nur jene zwei Augen, sondern sie hat in Benutzung noch ein drittes, höchst geheimnisvolles Seewerkzeug, das uns Menschen fehlt. Die erfinderische halbzoologische Sagenfantasie hat ja gern auch mit der Zahl der Augen gespielt. Fabelwesen sollten Augen am ganzen Leibe haben, wobei vielleicht die vage Kunde von herrlichen Vögeln unter ferner Sonne mitspielte, wie dem Argusfasan, dessen Federn augenartig aussehende Kugelflecken von berückendem Zauber zieren. Dem neuen Auge gab die Fischer Fantasie neun Augen, wobei in Wahrheit Saugmund und Kiemenlöcher mitgezählt auf die hohe Ziffer bringen mussten. Das groteskeste Bild aber ist der Zyklop, der nur ein einziges Rundauge mitten auf der Stirn führen sollte. Für das einfache, bestmögliche Sehen nach vorn ist die Lage unserer zwei natürlichen Menschen Augen so gut, dass eine Verlagerung auf die Stirn mit Wieder Zusammen ziehen in ein einziges Auge gewiss nicht als Vorteil gelten könnte. Aber unwillkürlich drängt das Zyklopen Auge auf etwas Drittes. Angenommen, das gewöhnliche Augenpaar ist neben ihm auch noch vorhanden und genügt dem Blick in der Frontlinie, Das Zyklopenauge aber rückt noch etwas höher von der Stirn bis an die Scheitelwölbung, so entstände plötzlich ein sehr großer Vorteil. Ein Wesen mit der Zutat eines solchen Scheitel- Auges könnte nämlich, vorausgesetzt, dass es keine Hüte trägt, bei Frontstellung auch noch nach oben oder bei hoher Scheitellage einigermaßen sogar nach hinten sehen. Es beherrschte ein weites See Feld mehr. In der Bedrängnis des Lebens aber bedeutet mehr sehen, auch den Feind noch sehen, der von oben oder hinter rücks kommt, auf jeden Fall eine gute Schutz Chance mehr. Und wieder, was so mehr schützt und nützt, das hat die Natur immer gern auch einmal wirklich gemacht. seltsam also, dass es nicht da, dort einmal einen Versuch wenigstens auch im wahren Naturhaushalt gegeben haben sollte, zu einem Zyklopenauge dieser brauchbaren Art, wenn nicht bei Menschen, so doch anderswo bei schädelbesitzenden Wirbeltieren. In den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass in der Tierkunde so ungeheure Fortschritte gebracht hat, verbreitete sich in engsten Fachkreisen die Kunde, es könne vielleicht wenigstens für ferne Urweltstage etwas Dahingehendes wirklich vermutet werden. Der ausgezeichnete Anatom Leidig hatte auf dem Scheitel über dem Zwischengehirn junger Eidechsen von heute ein kleines Gebilde entdeckt, das wie ein verkümmertes Restchen irgendeines ehemals hier sitzenden Organs aussah. Andere deuteten es auf das Rudiment irgendeines Sinnesorgans. Und man brachte es in irgendeine Verbindung mit einem stummelhaften, verkümmerten, durchaus heute rätselhaften Gehirnteil, der sogenannten Zirbeldrüse. Dieser Gehirnstummel findet sich noch bei den höchsten Säugetieren, ja, bei uns Menschen erhalten. Und er ist gelegentlich in der menschlichen Gehirnforschung interessant, oder besser gesagt amüsant, dadurch geworden, dass Philosophen in ihm den Sitz der Seele gesucht hatten. Nach dem Rezept, was wir im Gehirn mit gar keinem Zweck mehr zu verbinden wissen, das muss wohl das Urrädchen für die Seele sein. Jetzt schien es aber, als sei diese problematische Zirbeldrüse in Wahrheit die alte Zentrale am Hirn für irgendetwas, das einmal hier in der Scheitelgegend Anschluss gehabt hatte, heute aber zum toten Gleise geworden war. Bei den Säugetieren bis zu uns hatte man noch die Ruine der Zentrale, bei den Eidechsen schien selbst das tote Gleis noch als solches nachweisbar. Dirigieren und Fahren aber tat heute anscheinend nirgendwo mehr etwas dort. Nun aber, die heutigen Tiere sind Enkel der Urweltstiere. Manches das hier heute nur mehr verfallenes Haus, zugemauertes Fenster, rudimentäres Organ ist, war dort einst noch belebte Burg, offene Schau, funktionierender Körperteil. Findige Vorweltkenner konstatierten also, dass eine ganze Menge der berühmten urweltlichen Saurier an ihren erhaltenen Schädeln noch ein höchst charakteristisches Scheitelloch gerade an diesem verdächtigen Fleck zeigten, so der berühmte Ichthiosaurus, die riesigen seeschlangenhaften Mosasaurier, die säugetierähnlichen Theromorphen vom Kapland und andere mehr. Hier könnte ein sehr respektables Organ damals gesessen haben, ein Organ, das damals wohl noch funktionierte in irgendeinem entsprechend respektablen Lebenszweck. Was aber konnte das für ein Organ gewesen sein? Ein Forscher meinte, Es sei vielleicht ein besonderes Wärmeorgan gewesen, dessen sich diese alten Saurier, wenn sie faul in der Tropensonne lagen, bedienten, um gleichsam ein Warnsignal gegen Sonnenstich bei zu hoch steigender Scheiteltemperatur zu erhalten. Das Vorhandensein des Organs gerade bei extrem wasserbewohnenden Sauriern, wie dem Ichthiosaurus, andererseits ist das Fehlen seines Restes bei unseren Krokodilen, die mit so besonderer Liebe in der Sonnenglut duseln, sprach gegen diese kühne Vermutung. Dagegen führte die genaue Untersuchung des heutigen Restes, wo er bei Reptilien wirklich noch bestand, allmählich mit wachsender Sicherheit auf eine andere Spur, nämlich, dass es sich um ein Lichtorgan, also ein Auge, gehandelt habe. Ein Scheitelauge, Parietalauge, wie der Forscher in seiner Sprache sagt, dass bei jenem alten Drachenvolk als drittes Auge neben den beiden anderen irgendwie in Tätigkeit gewesen wäre. Man konnte an der heutigen Ruine noch mehr oder minder deutlich die ursprüngliche Linse und die Netzhaut feststellen. Und der alte Sehnerv schien in der Tat wenigstens gegen die Nähe der heutigen Zirbeldrüse verlaufen zu sein. Besonders wertvoll wurde bei diesen Studien die noch auffällig gute Erhaltung des Organrestes bei dem einzigen heute noch überlebenden Ursaurier der Trias-Zeit, der merkwürdigen Brückeneidechse Sphenodon von Neuseeland. Längere Zeit machte die Forschung hier Halt. Das Scheitelauge kam als Besitztum der Urwäldler und das heute noch geringe Reste, obwohl in völlig gebrauchsunfähigem Zustande gemahnen sollten, in alle Lehrbücher, vor allem die am nächsten interessierten geologischen. Bis es dann in jüngster Zeit endlich einem Privatdozenten in Moskau, Novikov, gelang, die ganze interessante Frage noch einmal neu aufzurollen und auf eine unerwartete höhere Stufe zu bringen. Novikov stellte nämlich nichts Geringeres fest, als dass bei unseren bekanntesten heimischen Eidechsen, insbesondere unserer Blindschleiche, das Scheitelauge auch heute noch gar nicht als unbrauchbarer Rest, sondern in energischer Leistung vorhanden ist. Verdächtig erschien Novikov, dass die Bindegewebsschicht, die das alte Organ zudeckte, deutlich noch glasartig, also lichtdurchlässig war. Das Organ nahm also heute noch Licht in sich auf. Es hatte auch eine Linse, wenn schon eine schlechte. Es hatte einen Glaskörper, es hatte eine gar nicht so üble Netzhaut und es hatte einen Sehnerv zum Gehirn. Vor so vollkommenem Apparat musste die Frage akut werden, ob das lebende Tier nicht tatsächlich das einfallende Licht noch sehend erfasse. Heute noch. Anfangs misslangen die Versuche, dem gefangenen Tier irgendeine Äußerung abzulocken, ob es bei Verdeckung der Seitenaugen mit dem Scheitelauge mindestens allgemein Licht empfinde. Schließlich aber glückte ein anatomischer Beweis. Auf der Netzhaut der seitlichen Augen trat bei diesen Reptilien wie anderswo stets eine Änderung einer gewissen Pigmentverteilung ein, je nachdem das Auge sehend Licht aufnahm oder im Dunkeln blieb. Im Dunkeln stellte sich die Netzhaut damit auf möglichste Ausnutzung auch des schwächsten Dämmerlichts ein, bei greller Belichtung umgekehrt, suchte sie etwas abzublenden. Ganz genau die gleiche Reaktion zeigte nun die Netzhaut des Scheitelauges. Auch sie regulierte automatisch ihre Lichtaufnahme, musste also sehen. Nach der ganzen Sachlage schließt Novikov, dass das dritte Auge immerhin schlechter sieht als die beiden Seitenaugen. Die schlechte Linse gibt wohl keine eigentlichen Bilder der Dinge, doch unterscheidet das Organ noch sehr deutlich Licht und Schatten. Und es unterscheidet auch an der verschiedenartigen Reizung der halbkugeligen Netzhaut die Richtung und Bewegung äußerer Abwechslungen von Dunkel und Hell. In diesem Sinne hat das immer geöffnete Scheitel Auge für ein schwaches, sonst sehr schutzloses Tier, das gern auf hell belichteten Stellen ruht und dabei im Hitzedusel die Seitenaugen schließt, immer noch einen ganz gewaltigen Vorteil. Es verrät ihm das nahen, lichtabschwächender, anders belichteter, schattenwerfender Körper von Angreifern. Man versteht, dass eine festschlafende Blindschleiche durch den Lichtwechsel geweckt wird und zugleich in der entgegengesetzten Richtung flieht, wenn sich ein Mensch auch nur von fern ihrem Ort nähert. Das Scheitelauge ist nur ein halbes Auge heute, aber es dient noch immer einem ganzen Zweck. Natürlich ist dabei nicht ausgeschlossen, dass es bei den urweltlichen Sauriern noch besser funktionierte als jetzt. So ist auch bei Nowikows Studien wieder bestätigt worden, was andere schon vor ihm vermutet hatten. Es scheint auch an dieser Stelle ursprünglich ein Augenpaar gelegen zu haben, sodass die echten Urwäldler im Ganzen nicht weniger als vier Augen besaßen. Noch heute bemerkt man hinter dem sehenden Scheitelauge einen zweiten Augenrest, der noch enger zur Zirbeldrüse anlenkt, aber gegenwärtig wirklich ganz verkrüppelt bleibt. Manches in der Lage und dem Gehirnanschluss spricht aber dafür, dass ursprünglich auch diese beiden Scheitelaugen nebeneinander anstatt hintereinander lagen. Erst bei Verkümmerung des Einen scheint das Übrigbleibende sich vorgedrängt zu haben, sodass es jetzt die Spitze der Reihe bildet. Die Sage gab dem Schlangenscheitel ein funkelndes Krönlein. Vielleicht ist die Wahrheit doch noch niedlicher, die hier das Haupt eines Reptils mit einem feinen Lichtdeuter krönt, dessen Funkeln schutzbringend in sein eigenes Gehirn glänzt. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt Abschnitt 7 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Neues von den Wundern des Ollen Wer je einmal durch eine echte, ganz enge Gesteinsklamm etwa in unserer Sächsischen Schweiz gewandert ist, der wird einen gewissen beängstigenden Gedanken kennen. Immer schmaler wird gelegentlich der tief eingesegte Spalt, immer kleiner der Ausschnitt himmelsblau darüber. Eine einzige größere Felsnase, ein einziger alter Fichtenstamm, der sich dort fast im rechten Winkel von seiner Zeh in einen Riss der Wand eingeklammerten Wurzel dem kargen Licht entgegen abbiegt, scheint die Öffnung schon fast ganz versperren zu können. Wie, wenn der Raum oben noch enger würde, wenn eine ganz feste Decke sich zusammenschlössse? Dann würde der Maulwurfsgang, den das Wasser sich im leicht löslichen, spaltenreichen Kreidegestein hier unten genagt, ganz finster liegen. Keine Sonne, kein Stern schauten mehr hinein. Kein Baum grünte mehr, gespenstig nur murmelten die schwarzen Wasser durch den schwarzen Tunnel. Wasser, die irgendwo in einem abgrundtiefen Loch niederstürzend sich geheimnisvoll hier hineingefunden und jetzt Stunde um Stunde in absoluter Finsternis dahin gingen, im größeren Gewölbe schwarze Seen bildend, im engsten bis zur Decke den ganzen Schacht erfüllend. Es ist die wahre Situation der unterirdischen Höhlenflüsse und gänzlich geschlossenen Höhlenklammen des Karstgebirges im atriatischen Küstengebiet Österreichs, was die ängstliche Fantasie sich hier ausmalt. Das wühlende, den morschen Stein zerfressende Wasser hat dort nicht bloß von oben Rinnen und Kessel getieft, es hat ganz im unterirdischen Selbst Labyrinthe angelegt, die nur bei künstlichem Licht besucht werden können. Als zum ersten Mal eine Sage im Lande von diesem Tartarus der Tiefe entstand, knüpfte sich aber gleich auch der Glaube an scheußliche Drachenbrut daran, die da unten hausen sollte. Wir denken heute mit einigem Lächeln, aber doch auch etwas unwillkürlichem Gruseln an Jules Wernes Erfindung, dass in solchen nachtverhangenen Urwassern des Erdengrundes noch die Ichthiosaurier der Urwelt fortlebten. Davon ist nun leider nichts wahr gewesen, aber ein Tier vom alten amphibisch-reptilischen Drachenstamm, soweit ihn auch der Naturforscher kennt, wurde wirklich in der Folge da drinnen im schwärzesten Stücks gefunden. Ein körperlich kleines Geschöpf, aber darum vielleicht das größte Tierwunder unseres ganzen Erdteils. In unseren offenen Gebirgsklammen begegnet man auf dem feuchten Moos wohl jenem wie schwarzes Leder mit goldgelben Pusteln glänzenden Feuersalamander. Dieser ebenfalls kleine, aber sagenumwobene Drachenverwandte liebt Regen und Nässe, aber in seinem gewöhnlichen Lebensbrauch ist er doch ein Landtier und Freiluftatmer. Nur seine Wiege steht im reinen Wasser. Dort macht er, ehe er als das schwarzgoldene Wappentier ans Ufer kriecht, ein Kinderstadium der zierlichen Wasserlarve durch, die mit einem Ruderschwanz dahinschwänzelt, erst nach und nach Beinchen bildet und am Halse jederseits wie einen kleinen Federbüschel noch die Kiemen des echten fischhaften Wasseratmers führt. Eine solche Molchlarve nun, die aber überhaupt nie zum Landtier wird, ewig im Wasser und zwar im schlechterdings finsteren der unterirdischen Karsthöhlen verharrt, gleicht das Wunderwesen von Adelsberg, der Olm. Langgestreckt wie ein Wurm oder Aal ist des Olms Gestalt, mit spatelförmiger Langschnauze und vier winzigen Beinchen. Wie neueste Forschung lehrt, ist das eine Anpassungsform seines Leibes, entsprechend der Gewohnheit, sich am Boden des Seichtwassers seiner Höhlen Schlünde in den nachgiebigen Schlamm einzugraben, wobei die Schnauze bohrt und die Beinstummelchen bloß nachschieben. Das Menschenfischlein nennen ihn die Grottenfischer, denn dieser Wurmleib ist fleischfarben farblos, ohne dunklere Pigmentschicht, wie ein nackter europäischer Mensch, eine Wirkung der ewigen Nacht. Mit Staunen aber sahen die ersten wissenschaftlichen Olm-Forscher diese Nacht auch waltend noch in einem ganz besonderen Zuge seiner Organisation. Sven Hedin erzählt uns von den büßenden Einsiedlern in Tibet, die sich bei karger Nahrung 40 und mehr Jahre in dunkler Zelle einschließen lassen. Als solcher Eremit im Alter noch einmal ans Licht gekommen, sei sein Auge farblos und blind gewesen. Und ein ähnlicher Kerker Heiliger erscheint uns auch der Olm. Beim Erwachsenen Tier erweist sich das Auge als verkümmert. Die Linse fehlt und ihr Platz ist durch eine Wucherung der Netzhaut ausgefüllt, während gleichzeitig die äußere Körperhaut in voller Dicke das ganze Auge bedeckt. Ihm also dauernd den Charakter eines geschlossenen Auges, ohne Möglichkeit eines Liedaufschlagens verleiht. Seit über 100 Jahren bemüht sich die Wissenschaft jetzt um diesen Olm und seine Wunder. Nur einen einzigen Genossen auf der großen Erde hat er hinsichtlich seiner Lebensweise in der Zeit bekommen. Beim Anbohren eines athesischen Brunnens in Texas in Nordamerika kam gelegentlich auch dort rein zufällig ein Olmartig blinder farbloser Höhlenlurch Tyflomolgerat Buni zutage, ohne dass sich doch aus dieser Entdeckung bisher viel weitere Aufschlüsse ergeben hätten. Der systematischen Stellung nach schloss sich dieser Amerikaner nicht an den Olm selbst, sondern die unten noch zu besprechenden lungenlosen Spelerpes Molche an. Die außerordentliche Schwierigkeit, die aus der ganz absonderlichen Lebensart dieser Höhlengäste zu erwachsen schien, wollte lange den Fortschritt unserer Olmkenntnis trotz eifrigster Arbeit immer wieder lähmen. In letzter Zeit aber ist das nun doch endgültig anders geworden. Zu Wien, mitten im lustigen Prater, mit all seinen Wurstbuden und Schießbuden und Schaukeln steht ein stilles Haus, das der bedeutsamsten Forschung geweiht ist, die biologische Versuchsanstalt. In eifriger Feinarbeit werden dort durch das Experiment am lebendigen Tierkörper Fragen an die Natur gestellt. Ob erworbene Abänderung der Färbung sich vererbe, ob ein in der freien Natur fest eingebürgerter Instinkt sich umzüchten lasse unter künstlich veränderten Bedingungen und ob auch das schon vererbungsfähig sei und so weiter. Hinter dem Ganzen steht als treibende Idee wesentlich jene Forschungsart, die von dem großen Physiologen von Halle Wilhelm Rux als sogenannte Entwicklungsmechanik mit wachsendem Glück begründet worden ist. Erstaunlich über alle Erwartung scheinen auch die Erfolge schon des kleinen Hauses im Prater, insbesondere durch die rastlose Tätigkeit Paul Kameras dort. Und vor dem planmäßigen Angriff Kameras hat nun neuerdings auch der kleine zähe Finsterling der Olm endlich einiges mehr von seinen Geheimnissen ausplaudern müssen. In einer alten Zisterne des Hauses das ursprünglich öffentlichen Aquariumszwecken gedient hatte, wurde gewissermaßen eine künstliche Adelsberger oder Kanzianer Grotte geschaffen. Fünf Meter wenigstens taucht man auch hier unter den sonnigen Praterboden in einen schwarzen nassen Schlund hinab, den nur ein rotes Glühlämpchen gespenstisch erhellen darf. Und den Schreiber dieser Zeilen, der nicht eben der geschickteste Kletterer auf schlüpfrig schwindligem Terrain ist, mutete der Besuch schon einigermaßen wie eine wirkliche Höhlenpartie an. Was aber sonst nicht immer als bauliches Ideal gelten dürfte, wird darunter zum Segen. Durch die gemauerte Decke tropft das Sickerwasser so reichlich, dass es schon zu richtigen Stalaktiten Bildungen gekommen ist. Von unten aber überschwemmt das Grundwasser beständig den defekten Zementboden. Das verdunstende Wasser hält die Luft sozusagen im Bad. Ewige natürliche Finsternis waltet, keine Erschütterung bewegt den Spiegel und die Temperatur bleibt unabhängig von allem Wechsel der Jahreszeiten bei 12 bis 14 Grad Celsius. Als menschliches Gefängnis wäre das die gräulichste Folterkammer, vergleichbar der römischen, wo sie den Sonnenkönig Jugurtha einst verschmachten ließen. Der Olm aber findet hier sein Paradies. Hier lässt er sich in vollkommener Naturtreue studieren, womit zugleich dann für abändernde Experimente in Oberirdischen erhellten und anders temperierten Aquarien die nötige Kontrolle gegeben ist. Das Erste, was Kamera enträtselte, war die Fortpflanzungsgeschichte des Olm. Die Grottenführer in Adelsberg und St. Kantian hatten stets behauptet, der Olm bringe lebendige Junge zur Welt. Eine älteste, genau protokollierte Beobachtung schien das zu bestätigen. Andere Befunde aber widersprachen ebenso entschieden. In den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts erlebte eine höchst vorzügliche wissenschaftliche Beobachterin, Fräulein von Chauvin, dass ihre Olme im Aquarium Eier legten und ein anderer Forscher sah aus solchen Eiern auch die jungen Tiere hervorgehen. Neuerdings aber war in einem solchen Aquarium rein unbegreiflicherweise auch wieder vorgekommen, dass ein Weibchen statt der zahlreichen Eier einen einzelnen, schon recht stattlichen Olm lebendig zur Welt gebracht hatte. Findige Köpfe hatten also schon die Vermutung aufgestellt, es gebe zwei verschiedene Olmarten, die sich in dem Punkte entgegengesetzt verhielten. Kamera konnte dagegen jetzt Folgendes als sicher festlegen. Die Fortpflanzungsform des Olm ist abhängig von der Temperatur des Wassers, in dem man ihn hält. Hielt man ihn bei weniger als 15 Grad Celsius, also in der besagten unterirdischen Zisterne der Versuchsanstalt, so brachte er unter allen Umständen lebende Junge zur Welt. Und zwar normalerweise nur je zwei, die bereits ziemlich groß waren und schon alle vier Beine besaßen. Diese zwei hoffnungsvollen Sprösslinge hatten sich bereits im Mutterleibe als die alleinigen Sieger bewährt, indem sie den ganzen nicht entwickelten Rest der Eier dort einfach aufgefressen hatten. Ein Kampf ums Dasein und embryonaler Kannibalismus schon vor der Geburt, den man nur mit einigen Grausen verzeichnet. Hielt man den Olm dagegen in Aquarien mit Wasser, das wärmer war als 15 Grad Celsius, so legte er ebenso konsequent stets Eier, und zwar diesmal bis zu 60 an der Zahl, aus denen entsprechend viele noch fußlose Junge erst nachträglich auskrochen. Diese Jungen dauernd am Leben zu erhalten gleich den anderen gelang aber nicht. Und schon Letzteres deutete darauf, wo der natürliche Fall liegt. In ihren heimischen Grotten entspricht die Temperatur stets nur der in der Wiener Zisterne. Der Olm bringt also auch dort unabänderlich nur seine zwei lebendigen Jungen hervor, während das Eierlegen nur eine Aquariumskünstelei ohne weiteren Erfolg ist. Dass es sich nicht um zwei verschiedene Arten des Olm handeln kann, wurde ebenso evident, als bei Kameras Versuchen, ein uraltes, schon über 20 Jahre in der Gefangenschaft gehaltenes Olmweibchen zuerst im warmen Becken Eier legte und dann selber in die kühle Zisterne zurück versetzt, dort wieder zwei lebendige Jungolme brachte. Licht oder Dunkelheit beeinflusst die ganze Sache nicht. Wohl aber beginnen hier für sich wieder interessante Versuche Kameras, die jetzt die persönliche Abänderung des künstlich belichteten Olms betrafen. Wenn man erwägt, dass die Olme doch höchstwahrscheinlich schon seit Jahrtausenden Generation um Generation ihr Wesen ins lügischer Finsternis treiben, so wäre es wahrlich naheliegend zu denken, dass ein erzwungenes Leben im hellen Licht jeden Olm notwendig töten müsse. Das gerade Gegenteil ist der Fall. Will man den Olm in seinen Natur Bedingungen studieren, so muss man ihn natürlich möglichst dunkel halten. Man kann ihn aber ebenso gut ans Tageslicht gewöhnen. Bloß bekommt er dann Pigmenteinlagen in der Haut. Das heißt, er wird nach einer gewissen Zeit individuell aus einem Weißen zum Neger mit dunkler zuletzt blau- schwarzer Haut. Diese Umfärbung vererbt sich bei richtiger Stärke auch auf die Jungen. Und zwar auch dann, wenn diese Jungen selber wieder im Dunkeln geboren worden sind und sich dort entwickelt haben. Wobei im Sinne moderner, sehr kniffliger Vererbungstheorien allerdings noch offen bleibt, ob hier ein echter Fall von Vererbung einer erworbenen Elterneigenschaft vorliegt oder ob die Lichtstrahlen, die den Elternleib äußerlich schwärzten, durch ihn hindurch auch schon die Eier und mit ihnen alles, was je daraus werden sollte, für immer mitgeschwärzt hatten. Viel wunderbarer als dieses erzwungene Negertum aber ist, was Kamera durch Belichtung beim Olm Auge erzielte. Wie gesagt, ist das in finstern unbenutzte Auge des erwachsenen Olms hochgradig verkümmert. Es entspricht in unserem normalen Menschensinne einem linsenlosen, höchst defekten und ewig im Lied geschlossenen Auge. Beim neugeborenen Jungolm ist das nun noch nicht ganz so. Das Auge ist hier schon äußerlich deutlicher, erscheint als schwarzer Punkt. Innerlich besitzt es noch eine Linse und es ist noch nicht so dick von der Haut überwachsen. Man hat den Fall wie so oft. Das Jungtier spiegelt noch deutlicher die Ahnenstufe, die einmal für das Leben im Licht taugliche Augen besessen hatte, während das erwachsene Dunkeltier das Auge mehr auf der jetzt gültigen Stufe des Nicht Gebrauchs verkümmert weist. Kamera stellte sich nun als Problem, was wohl mit dem Auge werde, wenn man solche Jungolme im hellen Licht erzöge. Der Versuch ergab zunächst eine Schwierigkeit. Die rasch im Licht einsetzende Negerfärbung verdunkelte nämlich auch das schwache Häutchen des Jungauges sofort so, dass eine tiefere Lichtwirkung darunter nicht ferner möglich wurde. Als bald aber half die Entdeckung, dass das Licht einer roten Lampe nicht zu jener dunklen Pigmentbildung führt, sodass durch geschickte Abwechslung mit solchem roten Licht wenigstens der Hauptschaden beseitigt beseitigt konnte. Jetzt aber ergab sich das in dieser Stärke denn doch überraschendste Resultat. Junge Olme wurden während der ersten fünf Jahre ihres Lebens konsequent in dieser Weise belichtet. Im ersten Jahre verharrten ihre Augen einfach auf dem Jugendstadium, ohne sich in der sonst hier schon eintretenden Weise weiter zurückzubilden. Im zweiten Jahre schwoll das Auge unter seiner Haut merkbar an. Im dritten wölbte es die ganz dünn gewordene Deckhaut urglasartig vor. Im vierten schien eine unverkennbare Hornhaut entstanden zu sein. Im fünften Jahre wurden die Augen automatisch genau untersucht und es zeigte sich folgender Sachverhalt. Die Deckhaut war so verdünnt, dass das Auge fast vollkommen an die Oberfläche gerückt war. Die reine Größe des Augapfels hatte sich um mehr als das Doppelte des im Finstern normalen Maßes verstärkt. Über die Existenz einer Hornhaut konnte kein Zweifel sein, geblieben, nicht wie sonst stets beim Erwachsenen Olm rückgebildet war, die Linse. Im Gegensatz zum Jugendstand hatte sie sich vielmehr noch um das 18-fache Anlänge vergrößert. Als eine völlige Neubildung, die noch nie, weder bei einem Jugendlichen noch bei einem alten Olmauge sonst gesehen worden war, hatte sich aber sogar ein Glaskörper entwickelt. Ebenso war eine Iris jetzt da, die eine deutliche Pupille umschloss. Die Netzhaut war flächenhaft ausgebreitet und verdünnt, wobei die Sehzellen gleichzeitig eine beträchtliche Vervollkommnung erfahren hatten. Mit einem Satz, man hatte ein Lichtauge vor sich statt eines Dunkelauges. Entspricht der fertige Olm im Ganzen einer kiemenatmenden Larve unseres Feuersalamanders, so kann man sagen, diese neuen Augen des Lichtolms entsprachen ebenfalls jetzt den zum dauernden lebenslänglichen Seen bestimmten Augen einer solchen Feuersalamanderlarve. Über den Grad der Sehfähigkeit selbst wagte Kamera anfangs kein Urteil, doch scheinen die neuesten Experimente die Bestätigung zu bringen, dass dem fertigen Apparat schließlich eben auch der Gebrauch, den man erwartet, wirklich zukommt. Und so schenkt uns das glänzende Gelingen des ganzen Versuchs eigentlich einen neuen Olm. Eine Lichtform des Dunkelmolchs, die nicht mehr auf die finstere Grotte eingestellt ist, sondern sich vollwertig neben die anderen Molche in diesen Punkte fügt, die in jedem sonnendurchglänzten Teich ebenso gut leben könnte, wie irgendeine unserer kiemenatmenden Lurchformen sonst. Man ahnt aber, das, was der Experimentator hier künstlich vollbracht hat, auch die Natur wohl auf ähnlichen Wegen aus dem so bildsamen Geschöpf hätte herausarbeiten können, etwa wenn die dunklen Decken seiner Grotten sich gelegentlich durch irgendeine geologische Wandlung wieder zur offenen, belichteten Klamm aufgetan hätten. So schauen wir auf wirkliche Möglichkeiten geschichtlicher Umwandlungen der Arten und der schlichte Einzelversuch erhebt sich bis zu der Höhe umfassendster biologischer wie philosophischer Fragen. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 8 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Unsterbliche Amöbe Der treffliche Burmeister eine Prachtgestalt älteren deutschen Gelehrtentums von echtem Schrot und Korn und ein Original dazu war in späteren Jahren dauernd nach Südamerika übergesiedelt ganz eingesponnen dort in seine Studien über das heutige kleine und das ehemalige Riesengetier dieses seltsamen Stücks Erde Als jüngere deutsche Freunde ihn dort besuchten mit ihm beim goldenen Wein saßen und etwas verwundert waren den uralten Patriarchen immer noch so rüstig als Pionier auf der Schanze zu finden meinte er wohl launig seine geistige Unsterblichkeit sei ihm ja ein Problem aber woran er nach gerade wirklich glaube das sei seine körperliche Unsterblichkeit Der alte Herr hat zuletzt doch auch diese äußerste Forschungsreise antreten müssen an seinen Ausspruch aber muss ich denken bei einer wissenschaftlichen Streitfrage die jetzt auch schon über rund 30 Jahre zurück geht es war zu einer Zeit damals als in der Natur Philosophie gerade einmal besonders lebhaft wieder über geistige Unsterblichkeit debattiert wurde da aber kam einer der allerbesten Köpfe unter den strengen Naturforschern kürzlich hat auch er auf die große dunkle Wanderung müssen und stellte ganz friedlich den Satz auf auf jeden Fall gebe es auf unserem merkwürdigen Planeten körperlich unsterbliche Wesen nicht der Mensch gehöre dazu von dem das schwermütige polynesische Liedchen singt dass die Palme wachse die Koralle sich breite er aber dahin gehen müsse auch die Palme nicht und die Koralle nicht wohl aber ein unsichtbares Reich das lange in der Fantasie der Völker geradezu mit Gespenstern bevölkert worden war wenn früher die Pest oder eine ähnliche Masseninfektion durch die Kultur Menschheit ging so erschienen sie wie ein böser Dämon der uns heimsuchte unsere Zeit hat diesen Dämon entlarvt in unseren Mikroskopen hat er sich als jenes Heer kleinster der kleinen einfachster der einfachen Lebewesen ausweisen müssen als Geschöpfe vom Bakterien und Infusorien schlage wir wissen jetzt dass es auf unserer Erde zwei Hauptgruppen lebendiger Organismen gibt die einen zu denen alle höheren Pflanzen wie Tiere gehören zusammengesetzt aus vielen unfassbar vielen Zellen die anderen Zeit ihres Lebens nur bestehend aus einer einzigen solchen Zelle Unter diesen Einzellern aber befinden sich jene Massenmörder Massengifter die bei jenen Krankheiten gegen uns wüten und deren wir gerade jetzt in den schlimmsten Fällen Herr zu werden beginnen oder doch hoffen eben von diesen Einzellern aber stellte nun der große Forscher August Weismann den verblüffenden Satz auf sie hätten vor all den sonst so viel höher entwickelten Vielzellern doch ein ungeheures voraus nämlich die Gabe körperlicher Unsterblichkeit was kein Stein der Weisen kein wundertätiger Quell Bimini uns jemals hatte geben können das sollte jede armselige mikroskopische Amöbe besitzen seit Urtagen irdischen Lebens an sich ist wohl kaum je etwas verblüffenderes streng wissenschaftlich behauptet worden noch verblüffender aber wirkte die schlichte Logik der Beweisführung die ihren Faden vom allereinfachsten und bekanntesten Sachverhalt zu spinnen schien zunächst durfte man die Behauptung selbst ja nicht verkehrt fassen so ein Bacillus oder eine Amöbe oder ein Malaria Parasit sind nicht einfach Todesfest im Sinne dass man sie nicht gewaltsam umbringen könnte sonst stände es schlimmer als schlimm um den großen Feldzug unserer heutigen Medizin natürlich kann man auch sie gewaltsam vergiften verbrennen und so weiter was aber Weismann meinte ist dass solcher Einzeller keinen natürlichen Tod kenne Wir alle wissen um den gewöhnlichen den so oft als tragisch empfundenen Hergang bei dem höheren Wesen Es wächst auf es erreicht eine gewisse Blüte seines Lebens dann nach einer rund abgemessenen Zeit altert es wieder und stirbt endlich auch wenn keinerlei Gewalt es bedroht hat inmitten auch des höchsten Glücks endet es an Altersschwäche wie eine abgelaufene Uhr Wohl mag es auf der Höhe seiner Tage eine neue lebenskräftige wieder junge Generation von sich haben ausgehen lassen aber der neue morgenfrische Aufstieg dieser jungen Welt des Kindes ändert nichts an dem Altern und Sterben des Vaters der Mutter So ist es bis zu uns Der große Held die edelste Frau der geniale Forscher oder Künstler der Krösus und der Bettler sie schrumpfen und verfallen endlich wie ein welkes Blatt wenn ihre gewisse kurze Spanne erfüllt ist ganz anders aber bei der Amöbe auch ihr Leib der nur aus einer Zelle besteht wächst zunächst frisch ins Leben hinein wenn ihm dieses Leben aber sonst kein besonderes gewaltsames Ungemach bringt so ist der weitere normale Verlauf dass dieser Leib auf der Höhe seiner Reife und Gesundheit sich einfach in zwei lebendige Hälften teilt von denen jede sich alsbald wieder zu einem vollkommenen Geschöpf auswächst die so entstandenen zwei Amöben stellen die Kinder dar die das alte Leben mit frischer Kraft beginnen zugleich aber ist das elterliche Wesen restlos in sie aufgegangen es ist keine Mutter etwa geblieben die jetzt zu altern und tot bestimmt wäre keine Leiche liegt auf dem Plan die beiden Jung Amöben aber werden es zu ihrer Zeit genau ebenso wieder machen werden wieder teilen und damit restlos in ihr Jungbad gehen ohne dass jemals ein natürlicher Tod sich einstellte wenn nur einmal im Anfang der Zeit Leben auf der Erde entstanden ist und die heute noch lebenden Amöben die Nachkommen der damals schon Gebildeten sind so hat sich in Wahrheit in ihnen Kraft dieser Methode leibliches Leben bereits über hundert und mehr Millionen Jahre fort weitergegeben ohne Todesriss Im Einzelnen mag die Teilung selbst komplizierter sein als man sich früher dachte auch recht verschiedenartig bei den verschiedenen Einzellertypen aber das Schlussergebnis bleibt immer das gleiche die körperliche Unsterblichkeit Unfassbar viele Pechvögel des Einzeller Volkes mögen auch in jener langen Zeit gewaltsam ihr Ende gefunden haben aber die Zahllosen die noch immer überleben überleben aufgrund dieser Unsterblichkeit Der verblüffende Gedanke war aber kaum ausgesprochen da begann auch schon das hitzigste Turnier über ihn Den meisten erschien eher zu paradox als dass er wahr sein könnte Ein erster Gegenstoß ging davon aus dass bei solcher restlosen Aufteilung einer alten Amöbe in zwei verjüngte doch die alte Individualität sich auflöse also gewissermaßen mit ihr doch etwas sterbe Aber diese Individualitätsfrage führt streng genommen schon ins seelische Gebiet und Weismann hatte sehr geschickt immer nur von der körperlichen Unsterblichkeit gesprochen Mit der Individualität erlebt man ja auch bei so manchen schon etwas höheren Tieren noch die sonderbarsten Sachen Noch einen Süßwasser Polypen kann ich zwölf Schnitzelchen zerhacken und jedes Schnitzelchen ergänzt sich prompt zu einem ganz neuen Polypen Jetzt was ist auch hier mit der Individualität des alten Polypen geschehen Unser Denken kommt da einstweilen nicht durch Gewiss aber ist dass der alte Polyp körperlich genommen dabei nicht getötet worden ist denn zum Tode gehört eine Leiche und keines der zwölf Hackstücke ist als Leiche liegen geblieben genauso fehlte aber die Leiche bei unserer Amöbe Vorsichtigere Kritiker wagten sich denn auch nicht auf dieses heikle Gebiet sondern versuchten einen wesentlich substanzielleren Weg um zu prüfen ob Weismanns Idee selber unsterblich sei sie rückten ihr mit dem unmittelbaren Experiment auf den Leib wenn Weismann recht hatte durfte sich auch in einer unabsehbaren Kette genau kontrollierter Einzeller Generationen niemals ein natürliches Altern ein Altersverfall einstellen der endlich doch noch zum körperlichen Zusammenbruch dieser Kette führte der Franzose Mopat züchtete also hunderte von Generationen eines gewissen Infusoriums und kam zunächst zu einem höchst bedenklichen Resultat die betreffenden Lilliputaner teilten anfangs glatt teilten wieder und wieder als liefe die Sache anstandslos auch hier bis in die Ewigkeit aber nach einer Weile fielen sie ab die generierten gerieten in greisenhaften Stillstand der das Ganze unvermeidlich doch noch auf den Tod los führte hätte man das Experiment hier für immer abgebrochen so wäre Weismanns Idee für immer widerlegt gewesen die Leiche im Spiel war gefunden wenn sie auch erst nach hundert oder mehr Teilungen erschien aber Mopat musste einen weiteren Sachverhalt feststellen der alles wieder umwarf wenn man diese Infusorien nicht unter unnatürliche Bedingungen brachte sondern sich selbst überließ so fanden sie ehe noch jener scheinbare Altersverfall sich geltend machte aus eigener Kraft ein untrügliches Mittel ihm vorzubeugen nach einer Reihe einfacher Teilungen veränderten sie nämlich plötzlich ihr Fortsetzungsprinzip sie verschmolzen zu je zwei und zwei und wenn jetzt aus dieser Mischzelle neue Teilungen weiter erfolgten so bewährten diese erneut die alte Jugend ohne jede senile Gefahr der Vorgang war an sich sehr interessant weil er schon eine Vorstufe des Prinzips darstellte dass nachher im Liebesleben der höheren Tiere und Pflanzen eine so kolossale und entscheidende Rolle spielen sollte zur Sache zeigte er aber eine Regulierung die Weismanns Idee erneut glänzend zu rechtfertigen schien denn ob nun Teilung oder Mischung es blieb dabei dass keine Leiche das Spiel unterbrach emsigste Kritiker wurden indessen nicht müde nach dieser Leiche weiter zu suchen der Mischungsvorgang hoch interessant wie er war wurde selbst enger aufs Korn genommen es zeigte sich dass die verschmelzenden Infusorien gleichsam einen Teil ihres Eigengerüstes dabei abbrachen und erst neu wieder aufbauten dieses Abbrechen wurde als versteckte Leichenbildung gefasst als Sterbe in jedem der beiden Geschöpfchen gleichsam seine eine eigene Hälfte erst ab ehe die andere zu neuer Lebenskraft sich mit der anderen von drüben vereinige ein unsagbar raffiniertes Durcheinanderspiel von Liebe und Tod fast im gleichen Moment die Frage ob das nicht wieder zu spitz finde ich ausgelegt sei machten aber erneute Massenexperimente belanglos Korkins züchtete abermals lange Infusorien Kulturen und konnte wiederum feststellen dass nach einer gewissen Kette einfacher Teilungen die Lebenskraft haperte und die Uhr bildlich gesprochen anfing nachzugehen zur neuen Regulierung auf das richtige Tempo bedurfte es aber so wurde diesmal offenbar nicht immer jener Mischung von Individuen in vielen leichteren Fällen genügte Abänderung der Nahrung und ähnliches schon von da aber war es nur noch ein kleiner Schritt zu der Möglichkeit überhaupt das Senilwerden der Teilgenerationen auch durch reine Sorgfalt der Pflege und systematische Abwehr störende Außeneinflüsse dauernd zu verhindern und auch diese Möglichkeit ist soweit menschliches Ermessen zur Zeit reichen kann inzwischen von Jennings und Woodruff wirklich erwiesen worden sie haben Infusorien durch 2500 Generationen gezüchtet und kontrolliert In diesem Falle trat weder Altersverfall ein noch Vermischung Angemessene Diät die jede Störung der Lebenshaltung ausschloss genügte offenbar allein zur Selbstregelung der Lebensuhr Man konnte natürlich annehmen dass bei der millionsten oder billionsten Generation doch noch die Dinger haperten Aber diese Annahme wäre eine durchaus willkürliche die einstweilen dem schlichten Sachverhalt nicht entspricht August Weismann ist also bis zu seinem Tode der Ansicht geblieben dass er trotz aller Fäden das Spiel gewonnen habe Der Sieg seiner Grundthese bedeutete für ihn aber zugleich Sieg einer Folgerung die er daran geknüpft Wenn die einzeligen Wesen noch keinen natürlichen Tod kennen und kannten so muss dieser Tod also erst innerhalb der organischen Entwicklung bei den vielzelligen Wesen entstanden sein Es wäre keine Ureigenschaft des Lebens sondern erst eine spätere Zutat Was aber könnte diese Zutat bewirkt haben Eine unheimlich gewaltige Frage Weismann war aber nun der Ansicht dass unser menschliches Denken so konstruiert sei dass es rein wissenschaftlich alle solche Entwicklungsfragen in der Natur nur lösen könne nach dem Begriff nützlich oder unnützlich Bei den höheren Pflanzen und Tieren ist jenes Amöbenprinzip das elterliche Wesen restlos in die Jungen ausgehen zu lassen verworfen worden In der Reife ihres Lebens produzieren sie bloß noch Keimzellen aus denen die junge Generation erwächst Sie selbst bleiben auch danach noch selbstständig stehen Warum leben auch sie als Eltern aber nun nicht unsterblich fort Weil sie fernerhin überflüssig für die Erhaltung der Art sind meint Weismann Alles Überflüssige ist aber zuletzt unnützlich im Naturhaushalt und wird im Daseinskampfe endlich weggezüchtet Jede Funktion und jedes Organ schwinden wenn sie für die Erhaltung der betreffenden Lebensform überflüssig werden Franz Dofflein nach dem Rücktritt des ehrwürdigen alten Meisters jetzt Weismanns Nachfolger auf dem Freiburger Lehrstuhl für Zoologie hat dagegen versucht der Grundthese eine freundlichere Konsequenz für uns selbst zu geben Wenn das Altern und der Tod keine Grundeigenschaften aller lebendigen Substanz sind sondern bloß eine mehr oder minder äußerliche Zutat die wie jene Infusorien Experimente zu beweisen scheinen wesentlich doch nur eine Abnutzungserscheinung durch Ungunst der äußeren Verhältnisse im unmittelbaren Effekt darstellt so ließe sich ein erneutes änderndes Eingreifen durch unsere Intelligenz Denken Es werde zwar ein Phantom bleiben das Menschenleben ins Unendliche zu verlängern aber indem durch genaue Erforschung eine Anzahl der günstigen Bedingungen ausfindig gemacht werden und für ihre Wirksamkeit während der Entwicklung des Lebens des Individuums gesorgt wird während möglichst viele Schädigungen ausgeschaltet werden muss es möglich sein die Abnutzung des Körpers hinaus zu schieben seine Leistungen länger auf der Höhe zu erhalten und das Leben als Ganzes zu verlängern In diesem Sinne seien die bekannten Ideale Metchnikows von einer gewissen Verlängerung des individuellen menschlichen Lebens wirklich würdige Ziele für den Forschergeist In der Tat ist ja kein Zweifel dass sich beim Menschen selbst wenn wir auch ihn in diesem Zusammenhang als bloßes Naturprodukt unter dem Nützlichkeitssinn ansehen wollen an dieser Stelle wieder etwas ganz entscheidend verschoben hat Der Nutzwert des Individuums auch über den Neuzeugungsakt hinaus ist schier ins Unendliche bei ihm gestiegen Schon im höheren Tier überhaupt sehen wir die Bedeutung des noch eine Weile fortlebenden Elterntiers zum Schutz der Jungen und damit der Art rapid zunehmen Im Menschen treten dazu aber nun die enormen Fortschrittsleistungen des Einzelnen für das Ganze die unabhängig von aller körperlichen Fortpflanzung in Forschung Kunst Gemeinarbeit jeder Art in Vorbildlichkeit des Charakters und sofort sich bewähren und durch leere Tradition geleistetes Werk selbstständig fortzeugend in einer anderen Linie für sich weiter wirken von einem fernerhin überflüssigen in Weismanns Sinne kann hier also unmöglich mehr geredet werden Jede Förderung dieser individuellen Leistung muss fortan wieder eminent wichtig für die Menschen Art sein In tausend und tausend Einzelfällen kann sie sogar wichtiger sein als die Neuzeugung selbst Wenn auch letztere natürlich ihre eigene Notwendigkeit daneben stets ward Zu diesen Forderungen aber könnte natürlich auch eine rein zeitlich vermehrte Dauer gehören die ein stärkeres Ausspielen und Ausstrahlen der individuellen Kräfte ermöglichte Wer denkt hier nicht an Goethe dem vergönnt war über 80 Jahre in Kraft auszuleben und der mit 82 noch an seinem Faust arbeitete an Humboldt der mit 90 Jahren noch bei seinem Kosmos saß Das Nützlichkeitsgesetz das im niederen organischen Wesen nach Darwins und Weismanns Auffassung als blind ausmerzende oder begünstigende Zucht waltete ist für den Menschen aber jetzt überall in seine eigene Intelligenz eingegangen Nehmt die Gottheit auf in euren Willen sagt nur mit etwas anderen Worten Schiller Mit seiner Intelligenz überschaut der Mensch jetzt die Dinge und leitet sie bewusst in die ihm günstigere Bahn Und so mag auch an dieser Stelle die fortschreitende Intelligenz resolut den Wechsel begreifen und mag im Maß ihrer wachsenden Kräfte erneut einzugreifen suchen Wie weit das verliert sich freilich in blauen Zukunftsschleiern Ende von Abschnitt 8 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 9 aus von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Goldene Tiere Wer von uns hat nicht in fantasiefroher Kinderzeit einmal gebebt unter den Schauern der Sage vom Argonautenzug Wie Jason mit seinem Heldenschiff gen Kolchis fährt um das goldene Witterfeld zu holen das von einem Drachen bewacht an einer Eiche im Areshain hängt Kolchis ist die Kaukasus Ecke des Schwarzen Meeres damals für einen Griechen ein so fernes Sagenland wie uns Europäern von heute etwa das Innere von Neuginea Die Argonauten Fabel ist wilder und menschlich kleiner als Ilias und Odyssee denen man aller Homerkritik zum Trotz eben doch auf Schritt und Tritt die läuternde Hand einer ganz großen Dichterpersönlichkeit anmerkt während dort nur noch hohe Mythe zu uns spricht Aber umso packender für die Jugend schlägt die reine Abenteuerlichkeit der Handlung durch Und dabei ist auch hier charakteristisch wie die Sage mit naiven Effekten das stärkste erreicht Ein Häuflein Gold in der Größe und Dicke eines Wider Fließes ist gewiss noch kein besonders großer Schatz Aber das Aparthe das Verblüffende ist dass ein lebendiges Säugetier Gold am Leibe getragen haben soll Dieses Tier verlohnte schon die verwegenste Heldenarbeit Zugleich aber fehlt auch der Zug nicht das in allem bunten Märchenspuk die dunkle Kunde von einer nüchtern realen Sache gleichsam das Gebein zu bilden pflegt Wo immer wir heute naturgeschichtliche oder historisch geografische Forschung an diese Griechenlegenden wenden kommen solche Wirklichkeits Gebeine zu Tage ohne dass der Duft der Sage sich deshalb zu verlieren brauchte An dem Fleck des alten Labyrinths auf Kreta wo der Stiermensch Minotaurus gewütet haben sollte ist vor kurzem die Städte alter Kampfspiele der mykenischen Kulturepoche ausgegraben worden Zoologisch bestimmbare Knochen beweisen dass der heute ausgestorbene riesige Urstier dort noch vorgeführt wurde und ein Wandgemälde aus der Zeit verewigt noch solchen gefährlichen Stierkampf in anschaulichster Form Und so erfahren wir auch aus den späteren Quellen griechischer Wissenschaft selbst noch von einer althergebrachten Sitte der Kaukasus Bewohner dass sie zottige Schaffälle in ihre Bäche hingen um die natürlichen Goldteilchen die von den Wassern dieses metallreichen Gebirges geführt wurden aufzufangen eine nüchterne Praxis den mancherlei Methoden unserer Arbeiter in Silberseifen und Goldwäschen damals schon durchaus ähnlich was aber kein antiker Grieche wusste ist die Tatsache dass es wirklich auf unserer Erde Säugetiere gibt die ein goldenes Vlies tragen freilich kein Vlies aus dem man echte Goldstücke prägen kann als das Leben sich seine 12 bis 20 mineralischen Elemente aneignete die teils notwendig teils hilfsweise seine wunderbaren Zellenbauten zusammensetzten war Gold nicht dabei Wenn es sich ab und zu einmal in organischen Restbeständen auch von Lebewesen chemisch nachweisen lässt in Austern Schalen Pflanzen Holz und so weiter so war es dort doch nur zufällig durch das Wasser eingeschleppt worden das ja für jegliches Leben eine absolute Notwendigkeit ist in dem aber vielfältig zum Beispiel im Ozean durch weg feinste Gold Restchen aufgrund selbsttätiger Goldwäsche der Natur herumschweben zu einer wirklichen Macht im Leben hat auch dieses schöne Element erst die menschliche Intelligenz gebracht vom Zahl Gold in der Hosentasche bis zur Goldplombe im hohlen Zahn Das tierische Goldvlies das ich meine ist dagegen ein Fell das äußerlich im wundervollsten Goldglanz gleist als sei jedes Härchen einzeln in Schaumgold getaucht gleich einer Weihnachtsnuss Das erste wirklich dem Fachzoologen bekannt gewordene Tier das ein ganz unzweideutiges goldenes Vlies wenigstens für den Anblick trägt ist ein Geschöpf im tropischen Afrika dessen Anblick aber für gewöhnlich einfach unmöglich gemacht ist weil es nämlich nach der Art unseres Maulwurfs unter der Erde lebt Jedermann kennt unseren heimischen Wühler den Maulwurf er selber hat schon ein recht hübsches bläulich bereiftes Fällchen dieser Mull gehört wie wir schon besprochen haben systematisch weder zu den echten Raubtieren noch den Nagetieren sondern zu jener uralten heute nur spärlich noch fortlebenden Stammgruppe der höheren Säugetiere die man die Insekten zu nennen pflegt diese Insekten Fresser haben aber in ihrer Entwicklung offenbar von früh an eine Neigung oder besser einen Zwang gehabt gewisse Formen doppelt hervorzubringen So haben So haben sie den Typus des Igels zum Beispiel zweimal geschaffen einmal als wirklichen Igel und dann noch einmal ganz unabhängig davon im Borsten Igel der fernen Insel Madagaskar und entsprechend gibt es bei ihnen auch zweimal den Mull das eine Mal in unserem echten und das zweite Mal auch hier vollkommen unabhängig in einem ebenfalls erdgrabenden Sprössling jener Borsten Igel den man den Goldmull getauft hat Dieser Goldmull lebt vom Kap bis zum Kongo und zwar ebenso extrem unterirdisch wenn auch meist nicht sehr tief Auch ihm ist dabei der kleine fette Leib in richtiger Anpassung zur Walze oder Wurst geworden die schon bald gar nicht mehr nach einem Säugetier ausschaut Da gibt es keinen Schwanz mehr und keine Ohrmuscheln Ja für den äußeren Anblick fast keine Gliedmaßen mehr Nur die Hände stehen noch als starre krumme Haken vor und auf dem Näschen sitzt eine kleine Schaufel in Gestalt eines Hornschildes Das alles dient ersichtlich der Technik des sich Einbohrens und Vorwärts drängelns im trockenen Steppensande in dem der passionierte Unterwäldler auf die still verborgene Suche nach Würmern und Insektenlarven geht Mögen in dieser afrikanischen Steppe so viel böse Räuber oben über ihn weglaufen, wie sie wollen, er ist in seinen Sandstollen sicher und was sich hier unten herumtreibt, dessen ist er selber Herr. Nun aber die Verschwendung Diesem ewigen Gast der Finsternis gerade hat die Natur den Argonautenzauber des Goldvlieses verliehen. Jedes Härchen seines Maulwurfs Fällchens ergleist wirklich und wahrhaftig im schönsten Goldschein. Je nach der Lichtbrechung mischen sich in dieses Grundgold noch einzelne goldig angehauchte Farben, die dann gleich Edelsteinen aus der Goldfassung glühen, bald grün wie von Smaragden, bald ein unbeschreiblich schönes Violett gleich Amethisten. Wenn dieser wahre Dorado, wie die südamerikanischen Indianer einst ihren vergoldeten Sagenkönig nannten, bei uns lebte, so ist gewiss, dass er längst um seines Königsmantels willen vernichtet wäre, während ihn jetzt bloß ab und zu ein Kaffer seines Landes zum schmucken Tabaksbeutel verarbeitet. Wozu aber der Glanz gerade in dieser Hütte oder in diesem schmutzigen finsteren Bergwerk, muss man besser sagen? Und der Fall wird umso seltsamer, als auch der zweite Träger eines goldenen Vlieses, den man unter den Säugetieren kennt, ein mindestens ebenso ausgesprochener mullhafter Erdgräber im Finstern ist. Um ihn zu finden, muss man den dürren Sandboden diesmal der zentral-australischen Wüste aufschaufeln. In ihm steckt und bohrt er genauso verborgen wie der Goldmull in der afrikanischen Steppe. Australien hat aber nie Borstenigel gehabt, die dort zu Mullen werden konnten. Der Hauptstamm seiner eigentümlichen Tierwelt gehört zu der wohl noch altertümlicheren Gruppe der Beuteltiere. Und folgerichtig ist also auch sein einheimisch seit Alters zugehöriger Mull ein solches Beuteltier, ein Beutelmull. Im Übrigen hat aber auch er die ganz entsprechenden Hackenhände und auf der Nase seine eigene Hornschaufel. Die Bergwerke dieses Beutelmulls liegen so versteckt in ihrer Wüste, dass man erst in neuerer Zeit und nachdem Australien gerade auf sonderbare Tiere schon reichlich abgesucht war, seiner zum ersten Mal habhaft geworden ist. Nun, auch dieser Beutelmull schimmert in Gold, wobei auch bei ihm das Fell bald mehr reines Gelbgold zeigt, bald mehr Silber oder irisierende Edelsteinfarbe. Abermals das goldene Vlies als Arbeitskleid eines Tunnelarbeiters. Es ist ein ungemein fesselndes Problem, wie gerade diese lichtscheuesten Gesellen unter unserem Säugervolk an das im Lichte herrlichste Gewand gekommen sind. Eine Reihe gebräuchlicher Erklärungen versagt hier vollkommen. Es kann sich nicht um eine den Tieren nützliche Anpassungsfarbe handeln, also etwa um einen Schutz, wie ihn dem grünen Laubfrosch auf grünem Laube sein Grün gewährt. In der finsteren Sandröhre da unten wird der goldene Rock dem Mull weder als Jägerrock noch als Jagdwildverkleidung helfen können. Um diesen Vorteil zu genießen, müsste er schon in künstlich tagheller Goldhöhle hausen, die es doch nicht gibt. Gleichermaßen versagt aber die berühmte darwinsche Deutung, dass gewisse gleißende Prachtfarben bei Tieren so herangezüchtet sein könnten, dass die Tiere selbst an der Pracht ihre Freude gehabt und bei der Liebeswahl von jeher die farbenprächtigsten Exemplare begünstigt hätten. Abgesehen davon, dass durch diese Methode immer nur eine schon vorhandene glänzende Farbe, also hier der Goldglanz ausgesteigert, aber nicht erst die Farbe selbst geschaffen worden sein kann, ist dazu mindestens doch nötig, dass die verliebten und farbenfrohen Tiere sich sehen können. Schon unser heimischer Maulwurf hat aber stark verkümmerte Augen, was bei seiner Finsterlingsart und Dreckwühlerei ja gut genug zu verstehen ist. Nötigenfalls ans Licht gebracht, sieht er zwar noch, aber seine Hauptmittel im eigentlichen Jagdgebiet sind schon Tasten, Riechen und Hören. Bei dem Goldmull aber zieht sich geradezu das Haarfell auch über die Augen fort. Sie verharren also dauernd im Schlafzustande der festgeschlossenen Lider. Und erst recht beim Beutelmull liegt außer der Haut auch noch ein Muskel unmittelbar auf dem völlig verkümmerten Augenpünktchen, so dass hier auch nur vom schwächsten Erfassen eines Lichtscheins keine Rede mehr sein kann. Diese Nachtwächter haben eben einfach ihr Sehen abgeschafft. Folgerichtig ist es aber auch nicht möglich, dass sie sich, mögen sie in ihrem Tartarus sonst so verliebt sein, wie sie wollen, auf Gold hin selber durch Liebeswahl heraufgezüchtet haben könnten. So sehr das Gold Vlies uns eine Hauptsache erscheint, es macht den Eindruck, als sei es nur eine indirekte Folge von etwas anderem. Haben die Fellhaare dieser Unterwäldler irgendeine nützliche Struktur oder sonst sich angeeignet, die als Begleiterscheinung ohne eigenen Nutzzweck den Goldschein mit sich brachte, etwa im Sinne, wie unser Blut zufällig seine schöne rote Farbe hat, oder frisst der Mulder unten irgendetwas, das ihm besonders gut bekommt, das aber sein Haar nebenbei irgendwie chemisch vergoldet, ohne dass diese Vergoldung selbst ihn weiter förderte oder störte. Für den letzteren Fall könnte man wirklich nun auf allerlei verwegene Gedanken kommen. Vom afrikanischen Goldmull wie vom australischen Beutelmull wird berichtet, dass sie als echte Insektenfresser besonders gern und massenhaft gewisse Schmetterlingsraupen und Engerlinge, Larven, von Bockkäfern ihrer Heimat verzehren. Speziell vom Goldmull des Kapplandes, der dort den Gärtnern genauso vertraut und, je nachdem, verhasst wegen des Wühlens erwünscht wegen des Insektenvertilgens ist, wie bei uns der Maulwurf, hören wir, dass er hauptsächlich von Raupen lebt, und zwar besonders denen einer sogenannten Plusia-Eule, die sich tagsüber an den Wurzeln ihrer eigenen Futterpflanze verkriechen. Nun spielt aber bei Käfern und Schmetterlingen der Goldglanz selber wieder seine Rolle. Jeder weiß von Goldkäfern. Gewisse tropische Bockkäfer erscheinen wie in eine Goldlösung getaucht. Auf Schmetterlingspuppen schimmern die schönsten Goldflecken. Ausgespart aber jene Plusia-Eulen, von denen ungefähr 20 Arten auch bei uns vorkommen, führen seit Alters gerade zu den Namen Goldeulen. Die meist kleinen Schmetterlinge, die man Eulen nennt, wirken in ihren langen Sammlungsreihen durchweg sonst unscheinbar, ja langweilig, sofern man nicht auf die feinen Ornamente ihrer Deckflügel achtet. Plötzlich aber bei den Plusia-Eulen wird das anders. In die schlichte Flügelzeichnung fließt plötzlich Gold ein, in verschwenderischer Fülle. Nicht roh hinzugemischt, sondern sorgsam aufgenommen in den feinen Rhythmus der Ornamente. Bald färbt es rein in den Umriss eingewebt gewisse Bänder, die anderswo bloß in Sepia-Zeichnung den Flügel belebten, bald schwimmt es als Spiegel in Rundflecken, bald bildet es ganz eigene, schön gezackte Felder auf dem dunklen Grunde, von hoher stilistischer, jedes Künstlerauge entzückender Durchbildung. Sie sind ja auch sonst geheimer Zeichen und wundervoll, diese Eulenflügel, sobald man genau hinsieht. Eine der bekanntesten Plusia-Eulen führt den griechischen Buchstaben Gamma aufs Deutlichste dort, daher ihr Name Gamma-Eule. Wo nun Gold hinzutrat, da schmiegte es sich ebenfalls durchaus diesem Arabesken und Hieroglyphen Spiel organisch ein. Warum aber hat gerade solche Plusia-Eule vor so viel anderen Gold zur Verfügung? Lebt sie von Pflanzenstoffen, die das chemisch begünstigen? Und könnten jene grabenden Säugetiere zu ihrem eigenen Schmuck unwillkürlich gelangt sein, weil sie gewohnheitsmäßig wieder solche Goldfabrikanten als Nahrung benutzen? Die Erklärung hat etwas Verführerisches. Nur muss man sich vor Augen halten, dass sie selber noch lange nicht alles erklärt, zum Beispiel noch ganz und gar nicht, wie es kommt, dass nun etwa bei solcher Plusia-Eule der als Nahrung aufgenommene Stoff sich gerade in derartigen köstlichen Mustern und Ornamenten von hoher rhythmischer Stilisierung betätigt, während er beim Goldmull einfach das ganze Fell gleichmäßig vergoldet. Hier mischen sich offenbar noch wieder besondere, vorläufig unbekannte Gesetzmäßigkeiten ein, die das einfache Wort chemischer Einfluss nicht erschöpft. Sicher aber ist es eine Sache zu reichem Nachdenken, dieses goldene Fließ Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 10 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Liberia und das seltenste Tier auf der Briefmarke Der Weise, der alles auf die Nützlichkeit ansieht, versichert uns, dass man beim Freimarkensammeln Geografie, Geschichte, Politik, eine gewisse juristische Findigkeitstechnik und wer weiß, was noch für vortreffliche Sachen lernen könne. Ich bin nun der Ansicht, dass das Sammeln hier wie überall in erster Linie eine Glücksquelle sei und alle Nützlichkeit des Herrn Professors in Ehren halte ich doch stark auf den Wert jedweder Vergnüglichkeit in dieser Welt als Selbstzweck. Wenn aber durchaus auch hier gelernt werden soll, so lässt sich sogar von dem Freimarken Album eine Zoologiestunde geben. Zwar an den älteren mythologischen Wappentieren ist nicht viel mit wirklicher Tierkunde zu fassen. Den Löwen, die wie muntere Pudel ausschauen, dem Braunschweiger Weihnachtspferdchen, dem steifen Mecklenburger oder gar dem alten Moldauer Ochsenkopf, der schon mehr nach mykenischer Urkunst schmeckt als nach 1858. Ob der chinesische Markendrache wirklich auf den Alligator des Yang Zhe Yang zurückgeht, weiß ich nicht. Jedenfalls könnte er der Gestalt nach ebenso gut von der berühmten Seeschlange abstammen. Wenn das südamerikanische Paraguay nicht den heimischen Jaguar, sondern den Löwen, und zwar auf neueren Marken einen naturgeschichtlich treuen, nicht stilisierten führt, so will es offenbar direkt betonen, dass es nicht zoologisch echt kommt, denn in Amerika gibt es keinen echten Löwen. Aber in so manchem überseeschen Reich oder Kolonialland blüht wachsend jetzt ein wirkliches Stück zoologischen Gartens auf den Marken. Und man merkt die Hilfe des tierkundigen Fachmannes. Französisch Guiana zeigt den Jurumi, den großen Ameisenbären mit riesigem Buschschweif. Guatemala, den altheiligen Vogel des mexikanischen Sonnengottes und Königshabets, den herrlichen goldgrünen Quesal oder Pracht Drogon. Peru hat sein braves Lama, Nordamerika, den schönen weißköpfigen Seeadler und eine Jagd noch auf den Bison, was schon bald wie prähistorisch wirkt. Neufundland seinen unschätzbaren Kabeljau, eine Robbenkolonie und das Ptamigan, das beliebte Schneehuhn seiner Sportleute. Kanada auch ein aussterbendes Tier, den Biber. Neukaledonien führt stolz seinen landeseigentümlichen Rallenkranich, den seltsamen Cargo vor, Neuseeland den flügellosen Zwergstrauß Kiwi, den Huja, Hopflappenvogel, bei dem Männchen und Weibchen verschieden gebaute Schnabel besitzen und den fleischfressenden Alpenpapagei Nestor. Neu-Süd-Wales den australischen Emu-Strauß, den edeln Leiervogel und das Känguru, West-Australien seinen berühmten schwarzen Schwan. Tasmanien auf einer allerdings nicht ganz vollwertigen Stempelmarke, gar das geheimnisvoll eierlegende Schnabeltier. Die bekannteste und technisch schönste Menagerie gibt das englische Nordborneo. Alles Bedeutende, das es hat, ist darauf. Der Sambur-Hirsch und der Argus-Fasan, das kolossale Leisten-Krokodil und der Orang-Utan, der groteske Nashornvogel und der possierliche Malaienbär, der Schabrackentapir, der indische Elefant und das lange so sagenhafte Doppelnashorn Südasiens, selbst der geografisch hier nur noch anklingende Kasua. In Afrika hat der Kongo-Staat einen wilden Elefantenbullen, das portugiesische Nyassa, Giraffen, Kamele und Zebras in wahrhaft monumentalen Maßen. Keine moderne Briefmarke, aber erscheint mir interessanter, als die Ausgabe 1906 mit der Wertziffer 75 Cents der Neger-Republik Liberia an der westafrikanischen Pfefferküste. In alten Jahrgängen führte Liberia auf heute seltenen Marken stets hübsch die Gestalt der Freiheit mit der Mütze, respektabel und etwas langweilig anzusehen wie alles Symbolische. Mehr und mehr ist es aber dann auch zoologisch geworden, ist zu Eidechsen, Elefanten und Schimpansen übergegangen. Auf jener hübschen braun und schwarzen Marke aber erkenne ich in gutem Umriss sein allermerkwürdigstes Landesprodukt, ein bislang auch fast mythisches Tier, das doch angetan ist, den Namen dieser kleinen Republik für alle Zeiten in den Annalen der Naturgeschichte festzuhalten und mit einem gewissen Glanz zu umgeben. Eine nützliche Verewigung auf jeden Fall im wechselnden Schicksalslauf politischer Konstellationen. Ich meine die einzige noch lebende Nebenform und Zwergform des populärsten afrikanischen Tierriesen, des Flusspferdes oder Nilpferdes, die sich hier in diesem kleinen Küstenländchen durch irgendein besonderes Stück Weltlauf erhalten hat. Wie der Elefant, wie die Giraffe, wie das Erdferkel oder das Schnabeltier gehört das gigantische Flusspferd heute zu den vereinzelten Vereinsamten im Tierbereich. Man weiß von ihm nur, dass es alles eher als ein echtes Pferd, einen uralten stehen gebliebenen Ausläufer des Stammbaumzweiges, der einst von den Schweinen zu den Hirschen und Rindern lief, darstellt. Am nächsten steht es wohl noch den Schweinen. Sein Lebensbereich aber hat sich noch in junger geologischer Zeit arg eingeengt. Kam es doch um den Beginn der Diluvialzeit noch im Florentiner Arno und in der Londoner Themse vor, während es heute auf das immerhin ja für sich noch kolossale tropische Afrika beschränkt und selbst in Ägypten völlig fremd geworden ist. Jene früheren europäischen Nilpferde gehörten dabei durchweg einer noch etwas größeren Art an. Aber gelegentlich hat man im Mittelmeergebiet in Knochenhöhlen doch auch Spuren einer wesentlich winzigeren Sorte von damals entdeckt, so auf der Insel Samos einen wahren Pygmäen Hippopotamus, der kaum so groß wurde wie ein wirkliches Schwein. Man hat dieses örtliche und zeitweise Herabgehen in der Körpergröße dort damit zu erklären versucht, dass es sich um Flusspferde handelte, die durch Zerreißen und Versinken großer Landgebiete im damaligen Gebiet des heutigen Mittelmeeres plötzlich auf Inseln isoliert wurden. Inselsäugetiere haben auf die Dauer meist eine Tendenz klein zu werden. Auf Sardinien zum Beispiel sind heute der Edelhirsch, der Dammhirsch und das Wildschwein merkbar verzwergt. Bei noch stärkerem Abbröckeln ihres Heimatbodens und Versiegen größerer Ströme und Landseen hätten dann freilich auch diese Miniaturnilpferdchen sich überhaupt nicht mehr halten können, sodass wir heute auf den betreffenden Inselresten nur mehr ihre Knochen finden. Hier aber wurde nun der ferne Weltwinkel Liberia bedeutsam. 1844 gab ein Kolonialarzt dort, Morten, die erste unsichere Kunde, dass in den noch ganz unerforschten, unwegsamen Binnenwäldern der Kleinen Republik ein solches Zwergnilpferd noch lebend existiere. Zuerst erschien das ganz als Pygmäen Sage, die ja auch für Menschen immer im dunkelsten Afrika geblüht hat, bis sie doch eines Tages in Gestalt der wirklichen Zwergenvölker dort wahr wurde. Als ein emsiger Museumssammler Böttikofer endlich Haut und Skelett nach Europa brachte, konnte man auch an dem flusspferdischen Zwerg nicht länger zweifeln. Er wurde nur so lang wie ein stattlicher Mensch, etwa 1,80 Meter, was besonders klein wirkte, wenn man den Kopf des gewöhnlichen, großen Hippopotamus daneben stellte, der bei Exemplaren von vier Meter und noch mehr Gesamtlänge allein über 80 Zentimeter misst. Der Zahnbau wich so vom großen Bruder ab, dass man schon seinetwegen einen neuen Gattungsnamen erfinden musste. Koeropsis wurde der Kleine benannt anstatt des alten Hippopotamus. Fast noch seltsamere mehr kam aber zugleich von seiner Lebensweise. Während der Riese bekanntlich den größten Teil seiner Zeit wie eine Seekuh im tiefen Binnensee und Stromwasser verbringt und dabei ein geselliges Beisammenleben liebt, bei dem die tauchende Herde bald da, bald dort einen ihrer ungeschlachten Köpfe prustend und luftschöpfend sehen lässt, sollte der Zwerg einsiedlerisch im dichten Walde hausen. Ein paar beste Museen konnten sich dank jenem Sammler ein schlecht und recht ohne Lebenskenntnis montiertes Fell leisten, sonst aber schliefen alle Nachrichten bald wieder auf lange Jahrzehnte ein und das Tier rechnete in den Büchern nach wie vor unter die Halbbekannten, die erwünschten, aber wie im Zauberwald für uns Verschlossenen. Immer eine unbehagliche Sache für einen letzten Mohikaner auf so winzig umschränkter Scholle, dem eine einzige Epidemie oder sportliche Flintenschießerei wissenschaftlich indifferenter Afrikaner den Garaus machen konnte. Und auch nach dem Tage, da Coeropsis den Ruhm erlebte, auf einer Freimarke seines Landes sozusagen national wie international aufzutreten, sollten noch sechs weitere Jahre vergehen, bis endlich auch in dieses zoologische Geheimnis volles Licht fiel. Wirklich noch rechtzeitig, denn Coeropsis lebte und der Erste, der endgültig jetzt den Schleier von ihm lüftete, stand im Dienste der zoologischen Sachforschung und nicht der tiermordenden Sonntagsjägerei. Sonntagsjäger heißt in den wertvollsten Tierasylen der Erde heute nämlich leider nicht, wer nicht schießen kann, sondern wer so gut schießt, dass er in einem Sonntag mehr zwecklos verderben kann, als der Tierforschung in Jahren wieder gut zu machen ist. Der alte Hagenbeck sollte es einmal wieder sein, auf den das spannende Abenteuer gewartet hatte. Man kennt die glückliche Mischung von Geschäftsgeist und Chancen für die Wissenschaft, die dort bestand. Solches Unikum, lebend zum ersten Mal nach Europa gebracht, gibt dem Tierpark in Stellingen jedes Mal eine große Sensation und erzielt im Verkauf an einen anderen Garten Liebhaberpreise, die selber nichts vom Zwerg haben. Zugleich aber besteht das Faktum, dass mit solchen geschickten Fangen Import und Import des lebenden Tieres durchweg auch die zunächst wichtigste Tat im Sinne der wirklichen Wissenschaft getan zu sein pflegt. Für den Rest sorgen dann schon die Professoren selber. Bei Hagenbeck ging so etwas aber stets im großen Stil. Er schickte also auch diesmal einen tüchtigen Mann. Hans Schomburg eigens nach Liberia mit der strikten Order so viel lebende Zwergnilpferde wie möglich zu fangen und nach Stellingen zu bringen. Wie einst der selige Bennet zu Stanley sagte, finden Sie irgendwo in Innerafrika Herrn Livingstone. Und Schomburg drang mit außerordentlicher Zähigkeit in die schwierigen Flusswälder Liberias ein, ließ Hunderte von Fallgruben herstellen und erreichte planmäßig wirklich sein Ziel. Vor einiger Zeit sind in Stellingen fünf lebende Zwergnilpferde, dabei ein alter Bulle und ein junges Pärchen programmmäßig eingelaufen. Ein Exemplar lebt jetzt im Berliner Zoologischen Garten, dieser herrlichen Lehrstätte moderner Tierkunde, die unter Ludwig Hecks Leitung eine immer umfassendere wissenschaftliche Bedeutung erlangt hat. Seitdem kennt man die wahre Gestalt, den Charakter und die heimische Lebensart des so überaus merkwürdigen Geschöpfes. Dieses Kapitel der Naturgeschichte ist gerettet. Unser großer Hippopotamus ist, niemand bestreitet es, im eigentlichen Sinne ein Scheusal. Er hat jenes zerflossene, sozusagen in den Proportionen aufgelöste, das alle Säugetiere zuletzt im Wasser annehmen. Der ungeheuerliche Kopf geht auf den Pottfisch, der Leib wird zur schleifenden Walze, die Beine degenerieren. Dem kleinen Bruder sieht man dagegen sofort an, dass er niemals so extrem Wassertier geworden ist. Er bleibt dem Tapir, übrigens keinem Verwandten, sondern einem Pferdefetter, der auch, aber mit Maß badet, darin ähnlicher. Ganz ohne Bad kann ja auch der Zwerg nicht leben, so bewiesen die Gefangenen. Aber in ihren dichten Urwäldern genügen ihnen dazu schon die kleinen Bäche. Ausgesprochen Licht neue Nacht Tiere bergen sie sich auch tagsüber nicht etwa im Wasser, sondern verstecken sich in selbst gegrabenen Erdlöchern. Und wenn er dann im Dunkeln in seinem Dickicht auftaucht, der Zwerg, kommt er in der Tat, wie schon Bütikofer berichtete, durchweg allein. Ein Einsiedler ist er, der aber auf seiner einsamen Streife weithin durch den Forst wechselt, friedlich und harmlos von Wesen, wie die überaus geduldigen, leicht zu meisternden Gefangenen Dataten. Kautschukhaft glatt ist auch seine Livree, wenn er so daher trabt, doch tragen die Beinchen viel höher. Der Bauch hängt nicht so schleppend wie beim Riesenbruder und am besser proportionierten Kopf fehlen völlig die ungeheuren Augenringel und Nasenwülste, sodass das flunderhafte Hippopotamus-Profil zu einer einfachen Dicknase mit wieder richtig seitlich abgerückten Augen gemildert erscheint. Der Fuß, der beim Riesen-Nilpferd rein vierzehig aufpatscht, zeigt schon eine entscheidende Neigung, beim raschen Gang bloß eine Schweinespur zu hinterlassen, also hauptsächlich die beiden Mittelzehen zu benutzen. Eine Sache, die für die Stellung im Stammbaum der Paarhufer außerordentlich interessant ist. Und gänzlich fehlt das Bluten des echten Hippopotamus, eine höchst kuriose Hautabsonderung, die durch einen weinroten Farbstoff die Sage erzeugt hat, das Ungetüm schwitze buchstäblich Blut. Wahrscheinlich hängt eben auch diese Absonderlichkeit mit dem langen Wasserleben zusammen und ist also bei dem Zwerge nicht von Nöten. Wie aber kam es, so legt man sich vor dem eigenartigen Gesellen zuletzt wieder die Frage vor, dass gerade in diesem Liberia-Winkelchen ein solcher Zwerg des alten Geschlechts saß und sogar bis heute fortleben konnte, während sonst das ganze große Afrika durchweg nur den Riesen erhielt. Der Zoologe Troussard hat auch hier auf jene Inseltheorie zurückgegriffen. Liberia mit seinen kurzen Flüsschen und seinem starken Gebirgsriegel gegen das tiefere Afrika bilde auch ohne Wassereinschnitt eine Art Insel zum übrigen Afrika, in der auch diese Nilpferdchen seit Alters abgeschnitten, isoliert und verzwergt sein könnten. Vielleicht ist das doch etwas kühn erdacht, bloß um die Theorie zu rechtfertigen, zumal danach Schomburg die Beschränkung nur auf den liberianischen Küstenstrich nicht feststeht. Man könnte aber auch an Einwanderung von einer etwa heute untergegangenen Insel des Meerbusens von Guinea denken. In sehr alten geologischen Tagen zog sich aller Wahrscheinlichkeit nach aus dieser Gegend eine Landverbindung bis nach Südamerika hinüber, von der immerhin zur frühsten Nilpferdzeit noch einzelne größere Inselpfeiler fortbestanden haben könnten. Damals lag aber umgekehrt auch noch der ganze Nordwestteil der Sahara zeitweise unter Wasser und auch aus diesem Sahara Meer konnten Inseln ragen, die Zwergnilpferde begünstigten. So führt uns das harmlose kleine Geschöpf zuletzt noch in die weite Flut geografischer Fragen. Und vielleicht wird man um seinetwillen noch einmal die Karte der Vorzeit verändern müssen. Der Sammler aber mag seine Briefmarke in Ehren halten. Über dieses Markentier von Liberia und seine anknüpfenden Rätsel wird noch manche Schrift geschrieben werden. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 11 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bösch Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Waldrab ein verschollenes deutsches Tier In einem der schönen Flugkäfige für Enten und andere Wasservögel im Berliner Zoologischen Garten hausten jüngst ein paar seltsame Vögel. Ihr Gesamtanblick verriet eine Sorte des Ibis, des allbekannten heiligen Vogels der alten Ägypter, dessen langer Krummschnabel in jedem Kinderbuch bis heute die Aufmerksamkeit fesselt. Aber ganz schwarz, nur mit schön buntem Metallschimmer war diesmal der Ibis, rot prangten nur Schnabel und Beine sowie der größte Teil des Kopfs, der eigentümlicherweise fast ganz in einer runzligen Greisenhaut ohne Federn steckte, dafür aber tief noch im Genick mit einem langen, vielfederigen Schopf gar auffällig stolzierte. Alles in allem schon für die einfache Schau ein recht kurioser Geselle, von dem man gern Näheres hörte. Wenn aber Vögel romantischen Empfindungen nach Menschenart zugänglich wären und von der Geschichte ihres Volkes mehr besäßen als ein paar alt überkommene dunkle Instinkte, so würde durch den kahlen Kopf dieses scheuen Gastes dahinten im Gebüsch seiner Voliere ein eigenartiger Traum gezogen sein. Der Schopf Ibis, Geronticus lautet der lateinische Name, kommt heute aus fernem, fremdem Erdteil zu uns, vom asiatischen Euphrat oder aus dem afrikanischen Abessinien oder Marokko. In Europa ist seine Städte nur noch im zoologischen Garten unter ausländischem Getier. Und doch war dieser Fremdling einst ein echter und rechter Bürger, nicht nur europäischer, sondern deutscher Erde. Gute deutsche Namen hat er einmal in allen südlicheren Teilen des großen deutschen Sprachgebiets geführt, von denen Waldrapp, eine speziell schweizerische Bezeichnung, die Hochdeutsch Waldrabe gibt, sich in der Schriftsprache ihrer Zeit am stärksten durchgesetzt hatte. Und die Leute, die ihn so nannten, sind nicht etwa alte Alemannen und Helvetier oder gar Pfahlbauer oder Mammutjäger der Diluvialzeit gewesen, sondern Renaissance und Reformationsmenschen. Ein allbekanntes Tier war der Waldrapp damals im Volke. Chroniken und Naturgeschichten sowohl wie Gerichte und ihre Urkunden kannten und nannten ihn. Der Koch und der Feinschmecker wussten von ihm zu sagen, stellenweise bildete er geradezu ein Charaktertier der Landschaft. Die eigentliche wissenschaftliche Tierkunde hatte damals ja noch nicht entfernt so viele Vertreter wie heute. Aber umso zahlreicher gab es Praktiker, die als Jäger oder sonst bei ihrem gefiederten Mitvolk im Lande Bescheid wussten. Nicht vom Hörensagen wussten, sondern weil sie die Tiere selbst alle Tage sahen. Und die alle müssen, vielerlei Anzeichen als Stichproben beweisen es noch klärlich genug, auch den deutschen Waldrapp gekannt haben. Dieser deutsche Waldrapp aber ist verschollen seither, in Zeit weniger Jahrhunderte. Einer der wunderbarsten, fast möchte man sagen beängstigendsten Fälle aus der Besitzgeschichte unseres Vaterlandes liegt hier vor. Ein lebendiges Tier geht in Seiten hellster Kultur unter den Augen, nein, nicht unter den Augen, denn gesehen hatte es zunächst niemand, unserer Naturforscher einfach im Lande unter wie in Urtagen das Mammut, bis auf den letzten Kopf, hoffnungslos für immer. Diese Geschichte ist wert, dass jeder sie näher kennenlernt, denn sie enthält ein Menetekel. Sie predigt mehr für die Notwendigkeit von Tierschutz und Heimatschutz als ganze Bände vermögen. Das gleiche Los hätte die Nachtigall treffen können in der Zeit. Es kann morgen da, dort eingreifen und dieses, jenes Stück Altdeutschland deutscher Natur herausgreifen und in die Versenkung werfen, wenn wir nicht Gegenmittel ergreifen. Nein, sie hatten zunächst schlechterdings nichts gemerkt, die Naturkundigen, hinter ihnen aber ebenso wenig das ganze unabsehbare Heer der Jäger, Förster, Landschaftsschilderer, alle, alle bis zum Koch herab. Der Schopfibis wurde im Jahr 1832 von Wagler als neue Entdeckung, als eine neue Tierart aus Ägypten beschrieben und das war sein tatsächlicher Eintrittsmoment in die moderne Wissenschaft, also wohlverstanden als ein Vogel Afrikas, bisher von keinem europäischen Forscher gesehen, in Europa selbst völlig unbekannt. Er erhielt einen neuen lateinischen Namen, kam in Lehrbücher und Museen, als Exote, den sich die Museen mit mancherlei Mühen von weit her jetzt übers Meer beschaffen mussten, nachdem er einmal im Verzeichnis der Arten stand. Nach diesem Datum vergingen nochmals 65 Jahre bis zu der denkwürdigen Stunde, da 1897 drei ausgezeichnete noch lebende Vogelkenner, die Herren Harthert, Kleinschmidt und Walter Rothschild ganz zufällig bei einem Gespräch im schönen Rothschildschen Museum in London eine der sonderbarsten zoologischen Feststellungen machten, die jemals möglich geworden ist. Nämlich eben die Feststellung, dass dieser heute nur noch exotisch fortlebende Schopf-Ibis identisch sei mit dem alten deutschen Waldrapp des 16. Jahrhunderts, den damals an vielen Orten jeder Mann bei uns gekannt hatte. Die Entdeckung war an sich nicht schwer. In jenem 16. Jahrhundert hatte wenigstens ein einziger wirklich großer Tierforscher und Sachkenner der deutschen Tierwelt gelebt und geschrieben. Konrad Gessner zu Zürich. In seinen ursprünglich lateinisch verfassten, dann aber gleich auch deutsch bearbeiteten Folianten ist der deutsche Waldrapp sowohl ganz vortrefflich beschrieben wie auch gut abgebildet. Der Holzschnitt zeigt auf den ersten Blick, dass man den heutigen exotischen Schopf-Ibis und nicht eine echte Rabenart vor sich hat. Der Text sagt auch nur, dass der Vogel einem Raben in Größe und Farbe fast ähnlich sei. Im Übrigen sehen wir den krummen roten Ibis-Schnabel und wehenden Nackenschopf, wir hören von der Kahlheit des Kopfes und dem schwarzen sonstigen Gefieder, auf dem damals wie jetzt der metallische Spiegel ergleiste. Dass der gemeine Mann ihn aber damals mit einem Raben verglich, er, der ja keinen Ibis zum Vergleich kannte, wird uns vollens verständlich, wenn Gessner uns berichtet, dass der Waldrapp nicht nur in einöden Wäldern wohnte, sondern besonders gern in hohen Schroffen oder alten einöden Türmen und Schlössern nistete, dann in hierher er er auch ein Steinrapp genannt wird und anderswo in Bayern und Steuermark ein Klausrapp von den Felsen und engen Klausen darin dann er sein Nest macht, Schweizerdeutsch des 16. Jahrhunderts. So steil und unzugänglich lägen oft seine Niststätten, dass er dann etwa von einem Menschen so an einem Seil hinabgelassen, ausgenommen und für einen Schleck gehalten wird, wie er auch bei uns in etlichen hohen Schroffen bei dem Bad Pfeffers gefunden wird, da sich auch etliche Weitleut hinabgelassen haben. Hier allerdings scheint sich eine Schwierigkeit einzudrängen. Der Ibis, wie er uns geläufig ist, der schwarz-weiße der alten Ägypter, wie der braun-rote oder schwärzliche der Mittelmeerländer oder der schönen rosenrot-flamingo-farbige Amerikas, er ist uns doch als Sumpfvogel geläufig. Aber ausgespart bestätigt der Fall Waldrapp die Ausnahme von dieser Regel, denn eben der Schopf-Ibis nistet auch heute in seiner fernen Gegend noch mit Vorliebe hoch in Felsen und altem Gemäuer. Zum Beispiel traf man ihn am Euphrat, scharenweise so in den Ruinen eines alten Sarazenen-Schlosses. Also das erledigt sich von selbst. Gessners Vogelbuch mit seinen zum Teil ganz ausgezeichneten Bildern war aber nun als ein Grundwerk neuerer Tierkunde selber niemals vergessen worden. Wohl aber hatte das Kapitel vom Waldrapp darin in der Zwischenzeit auch sein eigenartiges Schicksal erlebt. Der große Linné, als er im 18. Jahrhundert das tat, was eigentlich Vater Adam im Paradiese schon besorgt haben sollte, nämlich den ganzen Inhalt der großen Erdenarche mit dauernd gültigen Etiketten versah, er glaubte selber noch so viel an Gessners Autorität, dass er dessen Waldrapp als deutschen Vogel ins System nahm, anfangs als eine Art Wiedehopf, später als wirklichen Raben, sonst Wissen tat er von ihm aber schon nichts mehr. Der treffliche Vogelforscher Bechstein in der Wende zum 19. Jahrhundert wagte dagegen einen entscheidenden Schritt. Er prüfte Gessners Bild, gab selber noch ein anderes altes wieder, konstatierte aber zugleich, dass es einen so aussehenden Vogel in ganz Europa ja doch nicht gäbe, nicht mehr gäbe. Darauf kam er zunächst nicht, nein, überhaupt nie gegeben habe, meinte er. Man habe den guten alten Gessner genarrt, mit dem irgendwie verunstalteten Balk einer Alpenkrähe. Und auf diese voreilige Skepsis hin wurde wirklich jetzt von der ganzen nächstfolgenden Forschung auch das Gessnersche Bild abgelehnt und ignoriert. Der deutsche Waldrapp war also gleichsam doppelt verschollen und es bedurfte erst des Zufalls, dass jene drei Vogelkundigen im Rothschild Museum gerade das Gessner Bild, das Bechstein Bild und endlich ein Bild und einen Balk des längst inzwischen unabhängig entdeckten exotischen Schopf Ibis von heute nebeneinander zu sehen bekamen. Womit denn natürlich augenblicklich Bechsteins Schluss als und zugleich konstatiert war, dass es sich um einen wirklichen, aber heute auf deutscher Erde ausgestorbenen Vogel handeln müsse. Einmal das Eis gebrochen, ist dann unsere Kunde vom wenigstens historisch wiedererstandenen Waldrapp rasch erweitert worden noch über Gessner hinaus. Neuerdings hat besonders Robert Lauterborn, der so eifrige und glückliche Arbeiter in der Geschichte deutscher Tierkunde das Material gesichtet und vervollständigt. Wir wissen aus den verschiedensten Quellen jetzt, dass dieser dolenhaft auf Burgruinen nistende deutsche Ibis außer in der Schweiz auch im Salzburgischen, im weiteren Österreich, im bayerischen Donaugebiet bei Kelheim und Passau im 16. Jahrhundert durchaus nicht selten war. Als Vertilger widerwärtigen Ungeziefers, das sein krummer Schnabel leicht aus den tiefsten Löchern zog, wurde er gelegentlich schon damals in Steiermark und zu Zürich urkundlich geschützt. Nach Stumpfs berühmter Schweizer Chronik war er um 1606 noch ein gemein Wildbrett. Und zum Überfluss verglichen ihn wenigstens die Gelehrten schon damals selber mit einem Ibis, wobei einer eine alte Stelle bei Plinius ausgrub, der die Existenz des Ibis in den Schweizer Alpen gedenkt. Dieses alte Zitat ist an sich wieder höchst interessant, denn es ist die einzige antike Quelle über den deutschen Waldrapp. Plinius in der besten Zeit der römischen Cäsaren, Zeitgenosse des Tacitus, war als Naturgeschichtsschreiber nicht eben ein Mann, dem es auf ein derbes Teil Tierfabeln ankam. Aber in seinen Tagen begann man sich aus Staatsräson und sozusagen Kolonialpolitik in Rom sehr ernst mit der Schweiz und Süddeutschland zu befassen. Und bei dieser Gelegenheit wurde in Amtsberichten offenbar doch vielerlei über die Natur gerade dieser Gegenden bekannt, das den Stempel der Echtheit trägt. Von einem Alpenpräfekten seiner Zeit, Ignatius Calvinus, hatte nun Plinius gehört, er habe den eigentlich für Ägypten heimatberechtigten Ibis auch in den Alpen gesehen. Kaum ist ein Zweifel möglich, dass das wirklich auf unseren Waldrapp geht, der also in den Römertagen schon an den Felsen der Alpenstraße genistet haben muss, genau wie zu Gessners Zeit. Warum aber ging ein so lange dem Lande treuer Vogel ein? Man hat an eine Klimaverschlechterung gedacht, die das heute auf durchaus warme Länder beschränkte Tier, dessen meiste Verwandte sogar Tropenbewohner sind, vom Rhein und der Donau Vertrieb. In Wahrheit spricht dafür aber nichts. Viel deutlichere Sprache dagegen spricht der Schleck, den nach Gessner das liebliche Fleisch und Weichgebein seiner Nestküken den Feinschmeckern gewährt hätten und um dessen Willen die Nestplünderer mit Lebensgefahr sich an den steilsten Felsen herabließen. Wehe dem Vogel, der in Tagen mangelnden Vogelschutzes durch die Gesetzgebung und den Natursinn seines Volkes in die Schusslinie eines Schlecks kommt. Der alte Gessner selber weiß ja noch zu berichten, dass die Leute seiner Zeit, die die Waldrappjungen aus ihrem Nestnamen in einem jeglichen eins liegen ließen, damit sie am nachgehenden Jahr desto lieber wiederkommen. Das war in der geordneten Schweiz von 1500 und so und so viel. Anderswo und später auch dort las man's offenbar anders, und zwar so gründlich, dass die Waldrappen, Zugvögel, wie sie gleich Storch und Nachtigall waren, eben allmählich nicht mehr wiederkamen. Um die Zinnen flatterten Dohlen und Tauben, aber kein Ibis mehr. Der deutsche Ibis war ein ausgeträumter Traum deutscher Landschaft. Wird ihm der Storch, wird ihm wer weiß was noch alles von den Tieren, die in Sage und Naturschau um die Wiege unserer deutschen Volkskraft gestanden haben, in unseren Tagen folgen? Oder werden wir den Heimatsinn finden, der wenigstens jetzt solche nicht mehr zu sühnenden Sünden an unserem Heimatbilde endgültig bannt? Ende von Abschnitt 11 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 12 aus von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Der Gespensterzug der Lämminge In den letzten zehn Jahren hat sich in Skandinavien mehrfach hintereinander wieder ein uraltes Volksgespenst sehen lassen Der mysteriöse Massenzug der Lämminge Heute geschieht ja da drüben besonders viel für die Bauernbildung und ich weiß nicht, ob man sich im Winkel noch als echt weiter erzählt, was mindestens in früheren Jahrhunderten dort für eine unerschütterliche Wahrheit galt. Da aus der alten Gespenstergeschichte aber bis heute eine heftige wissenschaftliche Streitfrage ausgegangen ist, mag es an der Zeit sein, einmal wieder davon zu reden. Des grausen Märchens Inhalt war, dass es in diesem doch durchweg nicht allzu üppigen Lande eine besondere Landplage gebe, die alle paar Jahre zum Verdruss auf die Bauern fiele. Über Nacht zögen Wolken auf und ließen regnen und wenn der Tag den Schaden besähe, habe es tausend und abertausend lebendige große Mäuse geregnet, hübsche Tierchen in gelb und schwarz wie die überseeschen Meerschweinchen, aber gefräßig wie nur irgendeine Feldmaus, ja, den orientalischen Heuschrecken schwärmen gleich, von denen alles Laubgrün bekanntlich im Nu vergeht wie unter einem Gifthauch. Entsprechend ihrer unerhörten Herkunft flössen diese Tiermassen wie ein reißendes Wasser von der Höhe zu Tal durch das Land, rasten und fräsen sich fort über jedes Hindernis, bis sie endlich auch gleich einem regengeschwellten Bach in einem See oder das große Meer einmündeten, wo sie dann allesamt jämmerlich ertrinken müssten. Dieser wilde Tierstrom war der berühmte und berüchtigte Lemmingzug. Die ersten einheimischen Geografen und Zoologen da oben im 16. und 17. Jahrhundert nahmen die Sache noch ganz so als buchstäblich wahr und stritten sich bloß zunächst über das Problem, ob die betreffende Wolke jedes Mal Lemminge aus sich selbst erzeuge oder ob das kleine Plagevolk irgendwo in ferner Gegend vom Sturm mitgerissen und dann erst wieder am Fleck herab geschüttelt werde. Dem Geist der Zeit von damals erschien das Erste meist als das Amüsantere und deshalb als das Wahrscheinlichere. Dieser im Ganzen leider allzu amüsanten Legende aber machte im Jahre der Thronbesteigung unseres großen Friedrich der naturgeschichtlich nicht minder große Linné ein Ende. Nach ihm, der sein eigenes Land schließlich doch kennen musste, handelte es sich um eine wirkliche Sorte Maus, die nicht nur in der Gefräßigkeit, sondern auch sonst durchaus irdisch realistischer Natur war. Die Wolke, die sie ins Tiefland spieh, war aber in Wahrheit das Gebirge. Dort lebten die Lemmingmäuse für gewöhnlich im kerklichsten Gebiet. Ab und zu aber kamen sie als großer Wanderzug von dort zu Tal. Und dieses plötzliche Auftreten der stets nächtlich vorrückenden Tiere erzeugte die abgeschmackte Sage vom Lemmingregen. Das klang nun recht ernüchternd, ja fast langweilig, wenn nicht doch ein interessanter Punkt auch so geblieben wäre. Er betraf die Wanderung selbst. Mit stärksten Farben erzählte auch Linné von ihr, wie das vieltausendköpfige Volk tatsächlich einem reißenden Strom an Zähigkeit und Folgerichtigkeit gleich daherkomme, einem Menschen nicht ausweiche, sondern sich zwischen seinen Beinen durchzuwälzen suche, durch einen im Wege liegenden Heuschober ein Loch fresse, anstatt ihn zu umgehen, über Bäche und Ströme unter tollsten Opfern setze und fahre ein Nachen darin vorbei und kreuze die schwimmende Masse, diesen Nachen erklettere, um auf der anderen Seite wieder ins Wasser zurückzuspringen. Was sollte dieser Mäuse Katarakt? Wenn man hörte, dass der lebendige Strom nicht etwa eine dauernde Besiedelung des Flachlandes bedeute, dass die Tiere sich durch ihren fortgesetzten Weiterzug gleichsam selber umbrechten, in Gegenden eindrängen, wo sie gar nicht leben könnten, sich sinnlosen Krankheiten und Gefahren in den Arm wirfen, in Hekatomben beim Durchqueren von Seen oder gar im Meer ertränken und zuletzt einfach alle miteinander auf solcher tollen Fahrt ins Blaue zugrunde gingen, ohne dass auch nur ein Stück die liebe Heimat wieder erreichte, so schien das zwar kein Wunder, aber doch einen Gipfel zweckwidriger Unvernunft in der sonst so zweckschönen Natur zu bedeuten, der in seiner Art an ein Wunder grenzte. Und an diesem Faden wurde der Lemming jetzt für weitere anderthalb Jahrhunderte zu einer Art von fachzoologischem Gespenst, mit dem bald das, bald jenes, aber nie etwas Rechtes bewiesen werden sollte. Eine Weile freilich konnte es scheinen, als solle auch dieser Nimbus jämmerlich fallen. Linnés Zeugnis wurde allmählich auch etwas altersgrau, aus neuerer, ganz heller Zeit, aber blieb es lange merkwürdig still von neuen Lemming-Zügen. Und als gar der treffliche Bremen in Lappland und Finnland überall herumgefragt, kein Mensch dort aber etwas vom reisenden und rasenden Lemming gewusst hatte, da meinte schon mancher, man dürfe auch diese Wanderlegende nachgerade zu der anderen schreiben und aus den ernsthaften Naturgeschichten streichen. Das aber war wieder zu viel. Der Lemming, schon fast totgesagt, erlaubte sich doch wieder zu schwärmen und noch in den letzten Jahren, wie gesagt, ist er wieder von seinen Bergen zu Tal gerast, wie zu Linnés Tagen. So blieb denn nichts übrig, als den Kampf mit diesem Gespenst auf die richtige Waffe zu stellen, nämlich es zu bannen mit einer vernünftigen Erklärung des rätselhaften Todeszugs. Darwin hat einmal gesagt, seine ganze Zweckmäßigkeitslehre mit all ihren Folgerungen müsse einpacken, wenn ihm einer einen tierischen Instinkt nachweisen könne, der einfach sinnlos darauf ausgehe, die betreffende Tierart, die ihn besäße, selber zu schädigen. Es musste sich also wesentlich darum handeln, in dem Unsinn des Lemmingzuges doch mehr oder minder auch noch eine Methode zu finden. Der erste klärende Schritt dazu war, dass man den seltsamen Kerl in seiner normalen Heimat genau studierte. Obwohl eine echte Wühlmaus, also nächstverwandt unseren Feldmäusen, lebt er im skandinavischen Gebirge nach Art des Murmeltiers. Die Tundra zwischen dem tieferen Bereich des Fichtenforstes und dem ewigen Schnee ganz oben ist seine Welt dort, jener karge Pflanzengürtel, wo der Wacholder und die Zwergbirke, die Betula Nana, die nur mehr als eine Art Heidelbeere am Boden kriecht, einen Lilliputaner Wald bilden. Üppiger Tisch ist da oben gewiss nicht, zumal unser Lemming nicht die echte Murmeltiergewohnheit besitzt, den Winter zu verschlafen. Immerhin findet er sein Auskommen und Gefahr entsteht, scheint es, gerade nur durch etwas mehr gelegentlichen Luxus der armen Natur um ihn her. Ab und zu kommt nämlich einmal ein besonders mildes Jahr und in solchem fetten Stande schwillt die Nachkommenproduktion der kleinen Tundra-Lemminge ins Ungemessene an. Im Folgenden macht sich das unheimlich in der großen Kopfzahl geltend und wenn jetzt in erklärlicher klimatischer Folgerichtigkeit ein besonders dürrer Sommer eintritt, so entsteht ernstliche und wachsende wirkliche Not. In solchen Tagen heißt es, werde das jahrelang still da oben sesshafte Völklein unruhig. Es strebe nach Erweiterung seines Nährgebiets, wandere vor allem in den Waldgürtel unterhalb seiner gewöhnlichen erhabeneren Sitze massenhaft aus. Soweit ist die Sache plausibel und fügt sich lückenlos aneinander. Nun aber soll wieder daran die große Wanderung hängen. In dem tieferen Forst findet der Nager, der aus seiner Welt der Flechten und Birkenwurzeln kommt, andersartige und ihm unbehagliche Bedingungen. Und da fasse ihn der Trieb, abwärts noch weiter zu sondieren, diesmal aber nicht in entsprechend langsamer Ausbreitung, sondern sozusagen explosionshaft, in einem ohne Maßen verwegenen Vorstoß ins Ferne und immer fernere, der aber bei der geografischen Situation, die anstatt in neues Gebirge in eine immer tiefere Ebene mit tausend Feinden und Hemmnissen ja endlich ans Meer als das wahre Ende der Welt führe, jedes Mal im allgemeinen Verderben enden müsse. In diesem Teil der Beweisführung bleibt eine Lücke. Es wird nämlich nicht eigentlich erklärt, wie gerade dieser explosive Wandertrieb entsteht. Es wird nur gezeigt, wie er ausgelöst werden könnte, wenn er in den Tieren vorhanden ist. Und auch dazu gibt es nun noch mancherlei zu denken und zu bedenken. Man hat beobachtet, dass die Wanderexplosion nicht bloß vom Waldgürtel des Gebirges zu Tal, sondern auch vom eigentlichen Lemming-Gebiet nach oben in die Schnee- und Gletscherwelt erfolgt, wo natürlich die armen Weltfahrer noch rascher elendiglich absterben müssen als unten. Von Anfang an muss also die Wucht des Wandertriebes enorm sein, die selbst in diese unmittelbare Öde jagen kann. Dann aber hat man an dem Zuge selbst gewisse merkwürdige Einzelheiten wahrgenommen. Die ziehenden Tiere kommen wohl in großen Scharen daher, zäh, jedes Mal im Absteigen den gleichen, Nämlich wohl den geografisch bequemsten Straßen folgend, aber im Trupp geht jeder Einzellemming streng für sich, mit ordentlichem Zwischenraum zum Nächsten. Und wenn zwei Pilger sich doch zufällig nähern, so gibt es stets eine böse Beißerei. Ein bissiges, zänkisches Gesindel sind sie ja durchweg auch sonst, und ein Beobachter wollte das ganze Wandern noch mehr aus dieser wachsenden Unverträglichkeit bei größerer Menge erklären, anstatt aus der eigentlichen Nahrungsnot. Vielleicht aber hängt eben mit dieser hochgradigen Wanderfeindschaft, die immerhin doch etwas Sonderbares hat, wieder etwas zusammen, das von verschiedenen Beobachtern einstimmig erwähnt wird. Es solle nämlich bei den skandinavischen Lemmingen die großen Explosionszüge fast ganz aus jüngeren Männchen bestehen. Tiermännchen unter sich sind ja stets beißwütiger. Nun ist aber wiederum dieses einseitige Geschlechtsverhältnis aus der Nahrungsfrage nicht erklärt und es sieht nach einem besonderen Geheimnis noch hinter allem aus. Ist die treibende Kraft der eigentlichen Explosion etwa unerfüllte Liebe? Stellt sich bei der Überproduktion ein Missverhältnis der Geschlechter mit zahlreichen zwangsweisen Junggesellen, die nicht zur Heirat kommen können, ein? Und ist es der ungestillte Trieb dieser Supernummerare, der eigentlich in dem Wanderfieber steckt? Das würde erklären, warum dieses wie ein entfesselter Strom dahin fließende Wandervolk auch vor keinen Fleischtöpfen unten mehr zum Stillstand kommen kann, sondern rastlos gepeitscht immer weiter sucht und sucht, bis ins eigene Verderben. Das drauf losgehen bis zum Sinnlosen würde, wenn man es erotisch aus einer ungestillten Leidenschaft erklären könnte, wohl seine gute Analogie im Benehmen der meisten anderen Tiere in der Liebesraserei finden. Schließlich bleibt aber auch bei dieser erotischen Hilfe, dass auch sie doch offenbar einen sonst schon geregelten Instinkt auslösen muss. Dass die Wanderlemminge sich nicht einzeln reglos da und dort zerstreuen, dass sie, obwohl knurrend von Pilger zu Pilger, im Ganzen zusammenhaltende Trupps bilden, die zusammen aufgebrochen sein müssen und eine gemeinsame Richtung wahren und dass diese geregelte Zugform immer wieder, solange man die Erscheinung kennt, die gleiche gewesen ist, obwohl es sich doch bei den Wiederholungen um weit voneinander getrennte Generationen handelt, das alles spricht deutlich für einen solchen festen Instinkt, der jedes Mal in Kraft tritt, wenn die äußere Auslösung das Stichwort gleichsam gegeben wird. Aber ein Instinkt zum Verderben der Art? Hier wird man sich über das Einzelbild gerade dieses Tieres und das engere geografische Bild des heutigen Skandinavien hinaus einen freieren Blick schaffen müssen. Ähnliche gelegentliche explosive Massenwanderungen kommen nämlich auch bei anderen Tieren vor, zum Beispiel bei verschiedenen Insekten. Sie sind wohl zu unterscheiden von regelmäßigem friedlichem Wandern, das an den Heimatort wieder zurück führt, wie bei unseren Zugvögeln, wie von wirklichem Auswandern oder Vorrücken einer ganzen Art. Stets handelt es sich dabei um eine Abstoßung von Überproduktion in die Weite hinaus, während die eigentliche alte Normalziffer der Bevölkerung ruhig an ihrem Sitz verharrt. Unwillkürlich wird man dabei an menschliche Dinge erinnert, an die alte Geschichte vom Versacrum, dem Weilfrühling. Bei antiken Völkern wurde gelobt, eine ganze Kindergeneration in den Reifejahren auszustoßen, in die ungewisse Ferne zu schicken. Die Samniter in der römischen Geschichte sollen so entstanden sein. Die Sache wird religiös erzählt, aber sie könnte auch sehr praktische Gründe bei Überbevölkerung gehabt haben. Bei jenen Tierabstößen aber könnte in diesem Sinne nun ein doppelter Nutzzweck für die Art herauskommen. Einmal, wenn die Abgestoßenen wirklich alle zugrunde gingen. Die Zurückbleibenden blieben dann ohne erhöhten und vielleicht zerstörenden Daseinskampf im alten Status Quo. Es wäre ein grausiges Mittel, ein besonderer Wanderinstinkt, bei so und so vielen Einzeltieren der Art zeitweise ausgelöst, damit sie sich zugunsten der Art opferten, indem sie ins Blaue rasten, dem sicheren Tode zu. Aber ich glaube, es gibt einen zweiten und milderen Fall, der wohl auch bei jenem menschlichen Versacrum eigentlich als das Normale vorgesehen war. Der abgestoßene Schwarm findet auf seinem Wege eine neue Heimat, eine andere günstige Stelle, wo die Art sich neu ansiedeln kann oder wenigstens Artgenossen leben, denen eine Blutauffrischung günstig zustatten kommt. Hier hätte die Art rein positiven Vorteil durch stärkere Ausbreitung und erhöhte Kraft. Und in diesem Sinn würde auch das Rasen Schnelle des Zuges besonders gut dienen, während es für den reinen Todeszweck belangloser wäre. Es gelte, in kürzester Frist möglichst große Strecken zu überqueren, ob der Zufall ein gutes Neuland zeige. Je weiter hinaus, desto größer die Chance. Nun freilich, bei den skandinavischen Lemmingen von heute kommt es immer nur zu einem Todeszug. Sie vergehen alle in der Ebene oder im Meer. Hier scheint also unabänderlich heute wenigstens nur der erste Fall zu gelten. Indessen wir erinnern uns an geologisches. Solche Tierarten mit ihren Instinkten leben ungeheure Zeiträume hindurch. In solchen Zeiten aber ändern sich Festländer und Meere. Skandinavien ist nicht immer so zu großen Teilen inselhaft gegen das Meer geöffnet gewesen und wird es schwerlich in Ewigkeit sein. Wenn eine Landbrücke über Nord- und Ostsee es heute mit Deutschland verknüpfte, könnten auch die rasenden Lemming-Züge zuletzt wieder auf wirklich geeignetes Gebirgsland stoßen. Solche Zustände haben aber in geologischen Tagen geherrscht. In der Diluvial-Zeit ist durch die großen eiszeitlichen Klimastürze zeitweise sogar die Tundra selber bis nach Mitteleuropa hineingekommen und entsprechend findet man Lemming-Knochen aus diesen Tagen dort überall hin wirklich verbreitet. Also andere Zeit ein anderes Lied. Am Sinn aber werden wir auch hier noch lange nicht zu verzweifeln brauchen. Ende von Abschnitt 12 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt Abschnitt aus von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist Lizenz frei und in öffentlichem Besitz. Die Entdeckung von Landwirbeltieren ohne Lunge In der guten alten Zeit hatte man noch viel lustige Hoffnungen hinsichtlich naturgeschichtlicher Entdeckungen. Man erwartete und fabulierte Menschen mit Kranichköpfen oder einem einzigen Riesenfuß, der so groß war, dass er bei Sonnenhitze dem ganzen Körper Schatten geben konnte. Aber ein Wesen, Tier oder Mensch, das nicht als Fisch im Wasser, sondern richtig auf dem Lande in offener Atemluft lebte und doch weder eine Fischkieme noch auch eine Lunge, sondern in diesem Sinne überhaupt gar nichts zum Atmen hatte und dennoch lebte, das haben auch die problematischen Geografen und Naturhistoriker, die von der Indienfahrt des Apollonius von Thyana oder den wunderbaren Reisen Weiland Herzogs Ernst schrieben nicht zu erfinden gewagt. Wer ist nicht einmal an der Riviera gewandert und hat in diesem unsagbar köstlichen Paradies den melancholischen Gedanken gedacht? Was für ein Schlachtfeld unter all diesen Herrlichkeiten des blauen Himmels und der sonnen überglänzten Palmenerde sich dehne von unfassbar tragischem Menschenkampf mit dem Unvermeidlichen. Um den Atemzug des Menschen ging dieser Kampf, um die Lunge, die ihn gewährte. Wie ist hier vom Einzelnen gerungen worden mit äußerster heiliger Seelenkraft? Wie klangen und klingen hier die langsamen, tastenden Fortschritte der modernen Medizin als Paradieses Hoffnungen bald, bald wieder als Resignationen an. Aber in aller Not denkt man dort doch auch an die wunderbaren Widerstände, die geheimnisvollen Selbstregulierungen der Natur. Wie lange der Mensch vielfach den Kampf aushält, selbst mit einem stark herabgesetzten Organ. Ist es doch, als sei unser Körper schon in gesundem Stande gleich auf das Doppelte angelegt, mit seinen zwei Lungenflügeln, zwei Gehirnhalbkugeln, zwei Nieren, damit bei Zerstörung der einen Hälfte doch noch der Rest das Ganze einstweilen trage. Doch wenn zuletzt die gesamte Innenfläche schwindet, auf der Luft und Leben sich nach uraltem packt, der allein das Leben in der Luft Garantierte begegnen, dann sinken doch die großen Schleier. Ganz ohne Lunge hat auch die Natur in uns, die um Erhaltung ihres Gebildes ringt, bis zum letzten Atemzuge, keine Selbsthilfe, keine Regulierung mehr. Wohl weiß der Arzt, der zugleich den geschichtlichen Entwicklungsgang dieses Organs überschaut, uns noch etwas Merkwürdiges dazu zu erzählen, das bei vielen heute noch überraschend wirkt. Diese Lunge ist auch als Ganzes nur wieder ein Teilstück eines anderen, viel größeren und gegen Zerstörungen durchweg viel widerstandsfähigeren Organs in uns. Sie ist ursprünglich nämlich nichts als ein Stück Darm, eine Ausstülpung am vorderen Teil des Verdauungskanals. Eine Seitentasche dieses Darms ist sie, die durch besonderen Anschluss von Blutbahnen in der Arbeitsteilung der Ernährung sich speziell darauf eingestellt hat, nicht flüssige und feste Nahrung zu verarbeiten, sondern die in der Luft enthaltene. Wenn es wahr ist, dass sich im darwinistischen Sinne die Landwirbeltiere aus fischartigen Wassertieren einmal entwickelt haben, so ist der engere Hergang wahrscheinlich so gewesen, dass ein gewisses Darmanhängsel, das bei den Fischen ganz anderen Zwecken, dem Auf- und Absteigen im Wasser diente, die sogenannte Schwimmblase, sich nachträglich zum Luftdarm als Atmungsorgan auf dem Lande anstelle der Wasserkiemen des Fisches ausgewachsen hat. Die Darmnatur aber hat die Lunge auch so und gerade so erst recht niemals ablegen können. Wollte man nun einmal ganz kühn sein, so könnte man folgern, die Natur hätte auch bei vollkommener Zerstörung der Lunge noch einen Rettungsausweg. Wenn nämlich rechtzeitig der ganze übrige Darm für sein zerstörtes Teilstück einzutreten begenne, gewisse Blutgefäße dick und leicht durchlässig vordrängte und so Ersatzschüfe. Ja, theoretisch könnte man sich die Maschine so reguliert denken, aber in der Praxis fehlt es bei uns eben doch offenbar, leider, an der Möglichkeit und Schnelligkeit der Umschaltung. Und so fällt auch dieser Traum unter die Resignationen der Wirklichkeit. Es sei denn, dass die Medizin noch einmal ganz andere Mittel und Wege fände, unseren Körper überhaupt umzuzüchten und ihm alles tatsächlich zu entlocken, was in den Anlagen der Natur auch in ihm schlummert. Gewiss aber bleibt, dass zu solchen oder ähnlichen waghalsigen Ideen nicht leicht etwas stärker Anklingendes entdeckt werden konnte, als vor nicht langer Zeit eben auf der so schönen und so tragischen Erde der italienischen Riviera selbst geschehen ist. Man hat ein Tier dort entdeckt, das ein Wirbeltier ist, gleich uns. Und zwar ein Landwirbeltier, also kein Fisch. Dieses Tier aber besitzt keine Spur von einer Lunge und atmet doch Luft, genau wie wir. Es atmet sie nämlich wirklich ein und aus mit einer weit umfassenderen Fläche seines Leibes, in diesem Falle allerdings auch nicht mit dem ganzen Darm, sondern unverkennbar noch praktischer, gleich mit der Außenhaut des Körpers. Dieses, man kann wohl mit Grund sagen, nunmehr wirklich wunderbarste Wirbeltier ganz Italiens, ist ein äußerlich schon lange bekannter, noch nicht handlanger Salamander. Auf braunem Grunde, gelb-rot, fleckig, mit etwas allgemeinem Goldglanz, also nicht unähnlich einem kleinen Exemplar unserer heimischen Feuersalamander, die jeder Schuljunge kennt, der in den Sammeljahren steckt. Man hat ihn als den braunen Höhlen Salamander, Spelerpes Fuscus bezeichnet, denn wie unser gelb-schwarzer Landsmann liebt er Dunkelheit und feuchte Verstecke. Was bei ihm aber bis dahin gediehen ist, dass er gewohnheitsmäßig in kühlen und finsteren Höhlen der Nord- und mittelitalienischen Gebirge als ein möglichst scheuer Sonderling haust, der dort auf die uns widerwärtigste Jagd, zum Beispiel auf die der kleinen Skorpione des Landes geht. Eine ungeheuerlich weit vorschnellbare Zunge, wie sie beim Chamäleon wiederkehrt, erleichtert ihm das Jagdvergnügen zwischen diesem bedenklichen Wildstand seines fast unzugänglichen Reviers. Wie so mancher weltabgeschiedene Eigenbrötler im Amphibienvolk scheint er eigentliches Wasser nicht einmal für seine Jungen mehr nötig zu haben, sondern auch sie werden gleich landfertig und nach Abschluss ihres Kaulquappenstandes geboren. Umso sicherer aber hätte man aller zoologischen Folgerichtigkeit nach nun damit rechnen sollen, dass der kleine Geselle von solcher Geburt an, Zeit seines ganzen fertigen Molchlebens, ein paar tüchtig entwickelte Lungenflügel im Leibe führe. Denn das wissen wir ja von seinen allbekannten Genossen bei uns, Feuersalamander wie Teichmolch, diese amphibischen Langschwänzer sind zwar darin Amphibien, also beidlebige Tiere, dass sie als freie Kaulquappe im Wasser mit fischhaften Kiemen Wasserluft atmen können, wenn sie aber dann als reifes Geschöpf aufs Land gehen, haben sie so gut Lungen zu freier Luftatmung wie nur irgendein Vogel oder Säugetier oder wie wir Menschen selber. Und eine solche Lunge ist auch bei einem Lurch solchen Schlages keine bloße Tätigkeit, sie ist ein sichtbares Gebild im Leibe, das man greifen kann. Eine Froschlunge zum Beispiel sieht, abgesehen von ihrer etwas kurzen Verankerung, äußerlich gar nicht so sehr viel anders aus als eine menschliche. Umso überraschender aber musste die Kunde klingen, dass findige Anatomen beim genauen Zergliedern des italienischen Spillerpes Molchs auch nicht das allerkleinste Substanz Zipfelchen gefunden hätten, das auf eine solche Lunge gedeutet werden könnte. Ein alter Harusbex, der bei einem seiner Opfertiere das unerwartete Fehlen eines so scheinbar unumgänglich nötigen Organs festgestellt hätte, würde mindestens den Untergang der Welt daraus prophezeit haben. Der Fall hatte diesmal aber noch eine viel weitere Perspektive als die einer vereinzelten Abnormität. Das zweideutige Höhlenkind Italiens ist, rein geografisch betrachtet, ein höchst seltsamer Fremdling in unserem Erdteil. Alle seine Genossen von der engeren Spelerpes Gattung wie einem anschließenden größeren Kreise wohnen, Werner hat jüngst die Tatsachen darüber anschaulich zusammengestellt, sonst jenseits des großen Wassers in Nord- und Südamerika. Irgendein Urweltweg, einst hat es ja Tage gegeben, wo Europa enger mit Nordamerika zusammenhing als selbst mit Asien, muss es vereinzelt so weit hinausgelockt haben. Dabei ist es aber durchaus nur dem treu geblieben, was auch drüben Trumpf war. Diesem ganzen Geschlecht von mehr als einem halbhundert verschiedener Arten fehlt ganz gleichermaßen jede Spur von einer Lunge im Leibe. Dabei ist es im Übrigen ein äußerst vielgestaltiges Völklein. Da gibt es Molche, die hoch auf Bäume klettern, Molche, die weite Sprünge vollführen können, Molche, die einen Greifschwanz haben, an dem sie sich eine Weile schwebend erhalten können, Molche, die im Gegensatz zu der sonstigen Wehrlosigkeit des heutigen Lurchgeschlechts lange Zähne führen und damit an gewisse riesige krokodilhaft bissige Riesenlurche der Vorwelt Labyrinthodonten gemahnen. Manche aus jenem Stamm leben gleich unserem Italiener streng auf dem Lande, andere gehen auch ins Wasser. Allen aber gemeinsam ist das große Mirakel ihrer Familie, der bedingungslose Verzicht auf die Lunge ebenso wie auf jedes besondere andere Atmungsorgan. Und die entscheidende Frage muss sein, wie dieser Mangel ausreichend ersetzt werden konnte von einem Wirbeltier, das unter allen Umständen doch an das große Gesetz der Atmung gebunden war, wie alle übrigen. Schaut man nun einem solchen lungenlosen Salamander eine Weile zu, so gewahrt man mit Befremden ein unablässiges schnelles Schwingen der Kehlhaut, das ganz und gar doch wieder nach sogar sehr heftiger Lungenarbeit ausschaut. Aber der Anatom löst dieses Rätsel und damit zugleich das andere. Unser geheimnisvoller Lurch atmet in Wahrheit nicht vom Mund in den Lungenschlund, sondern er atmet mit der Mundhöhle selber. Hier schon treten die Blutgefäße zum nötigen Gasaustausch unmittelbar heran. Und entsprechend geht das Atmungsfeld, wenn man sich so ausdrücken soll, auch von innen nach außen und nicht umgekehrt weiter, indem es sich von der Mundhöhle nun ausbreitet über die gesamte äußere Körperfläche bis in ihre entlegensten Ausläufer. Merkwürdigerweise sind es ganz besonders die Zehen, die oft durch ein sehr starkes oberflächliches Blutnetz am erfolgreichsten diesem Zweck dienen. Ein Sachverhalt, der weit fort von allem Wirbeltierbrauch geradezu an die Krebse erinnert, wo die kiemenhaften Atmungsapparate ebenfalls an den Beinen sitzen, als der Stelle, die am besten mit frisch anströmendem Wasser in Berührung kommt. Obwohl die Lebensweise der heutigen lungenlosen Molche keine einheitliche mehr ist, wird man doch kaum fehlgehen, wenn man diese ihre kurioseste und schlechtweg einzigartige Anpassung auf ursprüngliche Verhältnisse zurückführt, wie sie wohl gerade der italienische Höhlensalamander noch mit am deutlichsten spiegelt. Dieses Molchvolk wird lange Zeit weder rein auf dem Trockenen noch rein im wirklichen Wasser gelebt haben. Es war vielmehr vermutlich ein gewohnheitsmäßiger Bewohner der Dusche. An feuchten Grottenwänden kletternd erhielt es einen immerwährenden feinen Sprühregen und Kellerschwaden auf Maul und Haut, der die Atmung dieser äußeren Haut und ganz besonders stark auch sonst schon die amphibische, zum Beispiel beim Frosch, in eben dem Maß durch feine Reizung verstärkte, wie er beim Eindringen in eine wirkliche innere Lunge vielleicht umgekehrt zu grob wirkte. Jedenfalls wird man kaum darum kommen, dass die Lunge erst wieder nachträglich abgeschafft und durch die Mund- oder Fingerhaut ersetzt worden ist. Denn zu der gesamten Organisationshöhe des echten Molchs, die doch sonst auch hier schon überall erreicht ist, gehörte normal zweifellos auch der ursprüngliche Besitz bereits einer Lunge in reifem Zustande. Also ginge es im Spielbereich der Natur, wir könnten auch mit dem Gaumen oder mit den Fingerspitzen atmen. Die Maschine ließe sich theoretisch auch hier anschalten. Nur dass diese Natur immer ihre Zeit gebraucht hat, solchen Anpassungswechsel durchzusetzen. Nicht am einzelnen Individuum hat sie es vollbracht, sondern an Generationen. Obwohl wir aus den ganz alten Urweltstagen nur Reste jener erwähnten krokodilhaften Panzeramphibien besitzen, gehen doch auch die nackthäutigen Lurche, zu denen ein solcher Molch von heute gehört, über Millionen von Jahren zurück. Schon in der Jura-Zeit gab es den echten Frosch, also wohl die Krone auch dieses jüngeren Stammes. Da konnte sich viel vollenden, auch wenn es langsam ging, viel konnte da die Natur, wenn wir einmal so menschlich reden wollen, experimentieren nach allen Richtungen. Und wundervoll konnte sich die tatsächliche Biegsamkeit und Schmiegsamkeit des Lebensprinzips bewähren. War denn die Anpassung geglückt, so überdauerte sie auch wohl wieder unfassbare weitere Generationen in starrem Bann. Was wir Menschen uns wünschten, ist hier weniger zugleich und mehr. Nicht die Menschenart im Ganzen möchten wir für jede Einzelhilfe verwandeln, dafür aber möchten wir im individuellen Falle einen Ausweg schaffen, der ein krankes Organ durch ein anderes ersetzte, jetzt gleich im Einzelnen. Und hier liegt einstweilen unser Gegensatz noch zu den grandiosen Auswegen und Erfolgen der dunkel schaffenden Natur Züchtung unter uns, der uns Menschen in all unserem Bewussten erfassender Dinge heute noch wie einen Tantalus erscheinen lässt, zu dem sich die goldenen Früchte herabsenken und der sie doch nicht zu erfassen weiß. Wenn es aber irgendeinen Erfolgsweg gibt, so heißt er Lernen von der Natur. Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt Abschnitt aus von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Fließigel das seltsamste Tier Neugineas Alte indische Weisheit lehrt, dass jeder Mensch sich irgendwo dahinten, im kosmisch-mystischen Storchteich, sein eigenes irdisches Leben freiwillig gewählt, erfunden und gedichtet habe. All unsere unterschiedlichen und nicht immer ganz wohltuenden Abenteuer hier unten seien nur die Autosuggestionen eines Poeten, der eine Weile seine eigene Fantasie für Wahrheit nimmt. Einzelnen Abenteuern gegenüber doch eine etwas unheimliche Vorstellung. Inzwischen wäre es aber hübsch, wenn wir gelegentlich wirklich wählen dürften, wann und wo wir noch einmal wiederkommen wollen. Jeder würde da seine sehr speziellen Wünsche haben, ich aber weiß gewiss, dass ich unter den Zeiten und Orten der Vergangenheit mir keinen lieberen Fleck zum Wider-Miterleben wählen könnte als Gondwarnerland. Zwei Dutzend Millionen Jahre vielleicht möchte ich meine Uhr zurückdrehen. Nicht vordrehen, nicht in die gespenstische Zukunft hinein, sondern historisch dorthin, wo der Mensch selber noch als eine ferne Zukunftsüberraschung im Storchteich der Erdenentwicklung schlief. Und wissen, wie es eigentlich wirklich in Gondwarnerland ausgesehen hat. Gondwarnerland ist ein verschollener, verklungener, zerfetzter, versunkener Erdteil der Urwelt, der aber dokumentarisch sehr viel besser beglaubigt ist, als das angeblich noch von Menschen bewohnte sagenhafte Atlantis. In einer sonst belanglosen Landschaft des heutigen Indien ist man wissenschaftlich zuerst auf seine Spur gekommen, daher der Name, der im Übrigen nicht viel mehr Bezug zu ihm hat, als der des ehrenwerten Herrn Amerigo zu Amerika. Gondwarnerland ragte, als sich bei uns im Norden die roten Wüsten dehnten, denen wir unseren auffälligst gefärbten Bausandstein verdanken. Gondwarnerland ragte, als sich in weitem Waldmoorgürtel dort aus sterbenden Farnbeständen die Ursubstanz unserer Steinkohle bildete. Gondwarnerland verband damals auf der Südhalbkugel Afrika mit Indien. Es erfüllte den Indischen Ozean und schob sich westlich in den Atlantischen. Australien und Südamerika lagen als zugehörige Dependancen oder Halbinseln neben ihm. Wie weit es sich zur Antarktis Südpolar erstreckte, das eben möchte ich unter anderem wissen, wenn ich noch einmal dahin geboren würde. Aber noch mehr würde ich dann wissen. Gondwarnerland verschwand als Kontinent, versank größtenteils in der Jura-Zeit. Damals entstand als junges Meer über seinem Hauptgrabe erst der Indische Ozean. Aber lange vorher muss Gondwarnerland der Schauplatz des merkwürdigsten, des rätselhaftesten Vorgangs gewesen sein, den die geologische Vergangenheit, soweit wir ihr ahnend noch folgen können, überhaupt enthalten hat. Seine Gelände bedeckten sich eines Tages, geologisch gesprochen, in den breiten Indiens und Südafrikas mit Schnee, und zwar so tief herab, wie es heute dort ganz unmöglich wäre. Von ungeheuren weißen Firnfeldern schoben sich ungeheure blaue Gletscher bis ans Meer. Regelrechte Grundmoränen mit poliertem oder geschrammtem Gestein dabei bildend. Die Schlammufer dieses Meeres erstarrten in Indien zeitweise zu hartem Eisboden, als legen sie in Nordsibirien. Eine Eiszeit, die über den Äquator zog. Was kann sie erzeugt haben? Fragen. Wie entstanden überhaupt Eiszeiten auf der Erde, wie entstanden sie periodisch im Laufe der Erdgeschichte? Mehrfach. An diesem Rätsel quälen sich heute tausend sehr kluge und sehr mäßige Menschenköpfe, aber den Schlüssel hat noch keiner gefunden. Dann, nach langer Dauer, während die Oberflächengesteine unter ihrer Vereisung größtenteils zu Schutt zerfallen waren, änderte sich der Feuchtigkeitsgehalt der Luft wieder. Die abnormen Schneeflächen schmolzen fort und auf den nackten Moränenfeldern der alten Gletscher siedelte sich eine fremdartige Pflanzenwelt an, die inzwischen irgendwo entstanden war. Völlig andersartige Farnwälder, als sie sonst und im Norden der Steinkohlenwelt entsprochen hatten. Durch diesen neuen Wald aber kroch eine Tierwelt daher, Geschöpfe, wie sie nie vorher so wunderlich, so äußerlich scheußlich gesehen worden waren. Teils glichen sie Reptilien, teils Säugetieren, teils war es, als wolle sich mit ihnen ein ganz neuer dritter Typus neben den beiden bilden. Die einen liefen auf ganz kurzen, aber unerhört massigen Teckelbeinen, während ihr Knochengerüst eine Tendenz zeigte, zu groben Klötzen zusammenzuwachsen, wie es in manchem noch das unserer heutigen Schildkröten tut. Andere führten an Drachenleibern wilde Tigerköpfe mit einem echten, fast völlig säugetierhaften Raubtiergebiss. Wieder andere glichen in der Größe und Lebensart Nilpferden, die aber auf Krokodilklauen watschelten und denen aus dem schnabelartigen Maul zwei riesige Stoßzähne wie beim Elefanten ragten. Viel Wunderbares hat die zeitlich erst folgende große Saurierzeit noch hervorgebracht. Wer möchte nicht einen Ichthiosaurus noch einmal lebend gesehen haben? Vielleicht hätte er uns enttäuscht. Er glich zu sehr unseren Delfinen. Diese Gondwana-Tiere aber, die wie aus drei Tierklassen zusammengestückelt waren, hätten allen Anforderungen groteskischer Fantasie standgehalten. Als dieser Ichthiosaurus sich bei uns in Schwaben tummelte, war aber Gondwana-Land bereits als Ganzes dahin. Zwischen all den Wundern der Urwelt steht es noch einmal besonders wie ein Märchen, das kam und ging, aus dem Blau stieg und im Blau versank. Wie seine Schneefelder heruntergeschmolzen waren, so tauchte zuletzt auch sein Sockel wieder unter den Ozean. Nur ein paar Klippen blieben stehen. Der unterste Zipfel von Südamerika, das Kapland, ein Stück Indien. Sie verschmolzen später mit von Norden heranrückenden Kontinentmassen, sodass sie fortan als deren Südecken in die freien Weiten der Südozeane vorzuspringen schienen. So zeigen sie heute unsere Karten, jedem vertraut. Aber wo sie heute abbrechen, da träumt unter den blauen Wassern, in Wahrheit tief versenkt das Märchen von Gondwana-Land. Und nur Australien, einst auch eine verschneite Insel oder Halbinsel neben den Gletschern des Hauptlandes, liegt noch noch jetzt fast unverändert an seinem Fleck. Deutlich erkennt man auch in seinem alten Gestein noch die Muränen, die Eisschliffe der großen Gondwana-Katastrophe. Nie in aller Folge sind Australien und seine nächst gelagerten Inseln von einer späteren nördlichen Kontinentzunge erfasst und nördlich einverleibt worden. Wenn irgendwo noch ein letztes Abend droht, der Wunder von Gondwana-Land hätte fortglühen können, so wäre es also nur hier gewesen. Und nur hier in Australien bestände bis heute eine loseste Möglichkeit, dass noch irgendein letzter Rest fortlebte von jenen Wundertieren, die einst dort den neuen Farnwald und die Schmelzseen belebt hatten, als der geheimnisvolle äquatoriale Schneewinter schwand. Tiere aus Gondwana-Land in unseren zoologischen Gärten. In diese Gärten ist in den letzten Jahren ja so manches gekommen, dass man nicht für denkbar gehalten hätte. Das diluviale Wildpferd, das die Menschen der Steinzeit in Europa gejagt hatten, ist noch lebend aus der Wüste Gobi zu uns gelangt. Dann hat Hagenbeck jenes Zwergnilpferd von Liberia eingeführt, das einst seine Miniaturgenossen auf Malta und Kreta hatte. So zur rechten Stunde taucht nun auch ein ganz neues Geschöpf gerade bei uns auf, das aus dem eng zu Australien gehörenden Paradies Vogellande aus Neuginea stammt. Neuginea, immer noch weit weniger erforscht als das eng zugehörige Festland von Australien ist einer der letzten größeren Erdenwinkel, von denen wir noch wirkliche zoologische Überraschungen erwarten dürfen. Fort und fort werden noch neue und immer herrlichere Paradiesvögel dort entdeckt, während es gleichzeitig mit immer mehr Glück gelingt, diese farbenfrohen Kunstwerke der Natur auch lebend zu uns herüber zu bringen. Im Berliner Zoologischen Garten lebten kürzlich nicht weniger als vier der schönsten Arten nebeneinander. Und auch auf Schutz dieser Paradieser vor dem bösen Raubtier, das ihnen im mörderischen Damenhut unserer Mode entstanden ist, lässt sich ja nächstens hoffen. Da aber war es nun eine der echtesten Freuden Nachrichten für die Tierkundigen, als es hieß, in den schwer wegsamen Wäldern dieses Neuginea, habe auch das merkwürdigste Tier des australischen Kontinents noch ein zweites großes Asyl, nämlich das sagenumwobene Schnabeltier. Ein einzelner Schädel wies schon vor Jahren die erste Spur, dass auch dort große Landschnabeltiere vorkämen, die der bestachelten australischen Form, die man den Schnabeligel entsprechen, aber weit imposanter und im Besitz weit größerer Schnäbel, also in jedem Betracht noch interessantere Tiere wären. Nach und nach hat sich das dann dahin geklärt, dass tatsächlich nicht das australische Festland, sondern dieses Neuginea, heute recht eigentlich das Entfaltungsgebiet dieser Landschnabeltiere ist. Neben einem echten kleinen Verwandten der Land Australier bewohnen es mehrere jener großen Sorten, für die man den besonderen Namen Fliesigel erfunden hat. Fliesigel wäre ein Igel, oder hier ein äußerlich igelähnliches Schnabeltier, der mehr weiches Flies, also mehr einfaches Wollhaar, als wirkliche Stacheln besitzt. Gerade dieses Merkmal scheint aber nur auf eine der großen Arten dort zu zutreffen, während eine andere, noch weit größere, sogar extrem borstig und langstachelig ist. Immerhin lehrt das Schwanken im Grade der Stacheln, dass diese äußerliche Wehr überhaupt nur etwas Nebensächliches bei diesen Schnablern darstellt, das ebenso gut ganz fehlen könnte, ohne ihre übrige Absonderlichkeit zu berühren. Eben jener lang- und dickstachelige Fließigel, Proechidna Nicroaculiata, ist es nun, der in einem Prachtexemplar neulich, zum ersten Male lebend, in den schönen zoologischen Garten zu Amsterdam gelangt ist, während andere Fließigel auch sonst in Tiergärten, so den Berliner, hinuntergekommen gekommen sind. Und das jetzt ist ein ganz einzigartig kurioser Geselle. In der Gestalt möchte man ihn durchaus einem kleinen Elefanten vergleichen, natürlich auch ohne bescheidenste Elefantenmaße. Der Schnabel biegt sich zum verhältnismäßig ungeheuren krummen Rüssel wie ein Pfeifenrohr ein und während die kleinen Australier platt am Boden dahin wackeln, hebt sich bei diesem Stachelelefanten der Leib auf hohe, wirklich mehr elefantenhafte Säulenbeine herauf. Denkt man sich die Größe dazu, so möchte im Ganzen etwa ein alter karthagischer Kriegselefant herauskommen, dem sie zu besserer Wehr in der Schlacht, eine künstliche Lederdecke mit Wollpolster und vielen eingesetzten derben Metallzylindern über Rücken und Kopf gestülpt haben. Aber dieser Elefant von Neuginea hat in Wahrheit nichts mit Elefanten und Elefantengenossen zu tun. Lebend, wie er heute noch in seinem holländischen Neuginea durch den Nachtwald streift und nun auch bis zu uns ins Kulturland gekommen ist, trägt er doch einen ganz eigentümlichen zoologischen Duft, einen geologischen Zauber über sich. Er und seinesgleichen stehen nämlich heute tatsächlich noch im Abendrot von Gondwanaland. Es sind keine echten Säugetiere, diese Schnabeltiere, das weiß man, seit fest steht, dass sie regelrechte Eier legen, die äußerlich denen der Schildkröten ähneln, und dass ihre Bluttemperatur in weitem Maße je nach der äußeren Luftwärme steigt oder fällt, wie es den wechselwarmen Reptilien im Gegensatz zu den dauerwarmen Säugetieren allgemein eigen ist. Freilich führen sie bereits das Haar des Säugetiers, auch die Stacheln sind nur verklebte Haargebilde, und ihre Jungen werden noch im Ei durch Säfte des Mutterleibes, später aber durch eine Art Muttermilch selbst genährt. Das sind Züge bei ihnen, die, wenn nicht auf das vollendete, so doch auf das werdende Säugetier weisen, und so ist es eine wohlbegründete Vermutung, dass von Tieren, die ihnen in diesen Punkten glichen, in Urweltstagen einmal wirklich diese Säugetiere sich geschichtlich heraufentwickelt haben. Aber wenn wir sie selber nun unabhängig von dieser immerhin noch in manchem verschleierten Möglichkeit geologisch und systematisch irgendwo angliedern und einordnen wollen, so ergibt sich nur eine einzige bedeutsame Stelle dafür im weiten Bereich aller bekannten Tierheit. Sie gleichen den alten Gondwana-Tieren, jenen Sauriern oder doch Saurier-ähnlichen Wesen, in denen Reptil- und Säugetier im Knochenbau gleichsam miteinander rangen, Daneben aber ein drittes neben beiden Heer sich durchzukämpfen schien. Schon den ersten Anatomen, die das Skelett des Schnabeltieres beschrieben, war aufgefallen, wie viel echt saurierhafte Züge es, besonders im Schultergürtel wies. Umgekehrt die ersten Deuter der Knochen jener Gondwana-Tiere aus den Gesteinen des heutigen Kapp-Landes staunten über die Schnabeltierhaften Züge, die hier überall im Speziellen auffielen. Eine Weile schrak man ja doch noch zurück vor zu enger Vergleichung, aber je genauer, gerade in letzter Zeit durch die emsige Forschung der Engländer, das Gesamtgerippe der uralten Gondwana bekannt wurde bis in fast jede Einzelheit, desto sieghafter wurden die Übereinstimmungen. Einmal fand sich ein Gondwana-Schädel, der unbedingt schon auf ein Säugetier zu deuten schien. Man bestritt es. Es sollte doch ein Reptil gewesen sein. Doch die Säugetier-Natur setzte sich durch. Sie musste zugegeben werden. Die Backenzähne gerade dieses Schädels aber stimmten aufs genaueste überein mit dem Milchgebiss des lebenden Wasserschnabeltieres. Eine Weile machte der Unterkieferansatz der Schnabeltiere Not. Hier sollte ein himmelweiter Unterschied gegen die Gondwana-Tiere liegen. Auch da sind kürzlich wenigstens Übergänge nachgewiesen worden. Und auch von dem völligen Abirren von Reptil wie Säugetier, das viele jener Gondwana verraten, boten die lebenden Schnabler Züge. So besitzen ihre Männchen sämtlich einen absolut eigenartigen Sporn am Hinterfuß, der durchbohrt ist wie der Giftzahn einer Schlange und zu einer Drüse führt, die etwas absondert. Noch heute steht nicht ganz sicher fest, ob hier ein Giftapparat oder ein erotischer Erregungsapparat für das Weibchen vorliegt. Gewiss aber ist, auch wenn das letztere sich als wahrscheinlicher ergeben sollte, dass kein Reptil noch Säugetier, das wir kennen, sonst so etwas führt. So überwältigend schwillt im Augenblick das Material, das ernstlich schon, durch Jäckel in Greifswald, der Vorschlag laut geworden ist, es sollten irgendwie im System die Gondwana-Tiere mit den Schnabeltieren in einer neuen Klasse der Wirbeltiere vereinigt werden. Einer Klasse, die dann gleichwertig neben Reptilien, Vögeln und Säugetieren stehen müsste. Vor so auffälligen und immer eindeutigeren körperlichen Indizien aber kann es nun schwerlich ein Zufall sein, dass auch die geografische Sachlage bei den heutigen Schnabeltieren so energisch nach der gleichen Richtung weist. Nur Australien und sein nächst zugehöriges Inselland Neuginea Tasmanien beherbergen lebende Schnabeltiere. Nur dort aber befinden sie sich heute noch auf der letzten geologisch intakten Scholle von Gondwanaland selbst. Ihre heutige Isolierung auf dem einen einzigen Fleck der großen Erdkugel weist schlagend eben auf ihren alten, ihren ehemaligen Zusammenhang mit dem großen Urwelts Erdteil, der nur noch hier erhalten überall sonst dagegen entweder im Ozean versunken oder doch durch Anschluss seine Restklippen an andere Erdteile seither in der ursprünglichen Eigenart verwischt worden ist. Gern Gern möchte man aus den alten Gesteinsschichten Neugineas oder Festland Australiens selbst noch etwas über die Geschichte der Schnapler in diesem ihrem Asyl erfahren. Aber die Versteinerungskunde von Neuginea hart noch ihre Auferstehung, wer weiß, was sie auch sonst noch schönes bergen mag. In Australien dagegen haben Knochenfunde bisher nur ergeben, dass noch in der Diluvialzeit auch dort auf dem Kontinent sehr viel größere Landschnabeltiere als heute lebten. Sie sind vermutlich untergegangen durch die gleiche merkwürdige Katastrophe, die auch die damals hier noch vorhandenen Elefantengroßen Riesenbeuteltiere dahingerafft hat. Australien erfuhr im Verlauf der Diluvialperiode eine zunehmende Austrocknung, die weite Gebiete seines Innern aus einem feuchten Waldlande in traurige Wüsten verwandelte. Dieses Ausdörren wirkte auf die großen Tiere des Landes in geradezu katastrophaler Weise ein. In ganzen Herden gingen sie an den versumpfenden und endlich ganz vertrocknenden Seen durch Nahrungs- und Wassermangel zugrunde, wovon noch heute die in wahren Massengräbern beisammenliegenden Skelette der riesigen Diprotodonten, Verwandten des kleinen lebenden Wombat, gelegentlich beräte Kunde geben. Eine geringe Steigerung noch dieses späten und unerwarteten Verhängnisses, die auch die kleineren Tiere des Landes bedroht hätte, und wir wären auch in diesem letzten Refugium keinem lebenden Gondwana-haften Tier, keinem Schnabeltier mehr begegnet. Die Natur fährt mit rauer Hand durch ihre Schöpfungen, Der Untergang eines ganzen Kontinents ist vor ihr nur wie eine Nachtwache, baut sie doch ebenso rasch wieder auf, aus den zermahlenen Sandkörnchen des Alten einen neuen Erdteil nach Gondwanertieren Menschen, Menschen, deren Gehirn das alte versunkene Gondwanerland noch einmal zu denken versucht. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 15 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tender Guru und der Rekord der Saurier Nordamerika und Deutschland lebten in Frieden. Selbst ihr streitbarstes Material tauschten sie zur beruhigenden Abschleifung gegenseitig aus. Den Professor. Indessen man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Im Schoß der Dinge regte sich ein furchtbares Geheimnis. Wurde es endlich ruchbar? Wer wusste, was die Folgen sein konnten? Deutschland hatte Nordamerika den Rekord der Dinosaurier abgewonnen. Nordamerika wahrt nicht mehr den Ruhm, das Vaterland des größten und interessantesten Scheusal zu sein, das die feste Erde je getragen hat. Auf deutschem Kolonialboden ist ein noch größeres gefunden worden. Es ist jetzt einige Jahre her, dass ein paar unserer schönsten europäischen Museen durch das Geschenk des Herrn Carnegie in den Besitz eines vollständigen Abgusses des Geletts jenes Urweltdrachen Diplodocus kamen, der bisher als der beste Vertreter des nordamerikanischen Rekords gegolten hatte. Das Ungetüm Maß 25 Meter, und erzeugte zunächst räumlich etwas von der Situation des bekannten armen Studenten, der in einer Bodenkammer wohnte und in der Lotterie einen lebendigen Elefanten gewann, mit der Pflicht, ihn bei Androhung immenser Futterkosten sofort abzuholen. In Wien stellten sie es ins Treppenhaus. In Berlin räumten sie Walfische fort, um Platz zu machen. Als der Koloss endlich verstaut war, wurde er aber rasch populär. Neben Scheffels altem Lied vom Ichthiosaurus kann man wohl sagen, dass dieses Geschenk Carnegie's die stärkste volkstümliche Anregung für das Interesse an der Paläontologie gewesen ist, die bisher geglückt ist. Inzwischen fehlte es aber schon diesem Skelett auf seiner Wanderschaft nicht an einigen Abenteuern. Vom Berliner Museum aus wurde behauptet, dass es nicht ganz richtig zusammengesetzt sei. Die Natur liefert uns ja in diesem Falle nur die losen Knochen. Das Wieder Zusammensetzen des Ganzen ist Gelehrtenarbeit, bei der jeder sein Bestes gibt, aber Unfehlbarkeit nicht erwartet werden kann. Es ist also eine völlig unberechtigte Voraussetzung im Publikum, dass der Wert und die Sensation eines solchen Fundes litten, wenn hier wie überall der Fortschritt sich dadurch dokumentierte, dass er Einzelheiten berichtigte. Der Ichthiosaurus sieht heute in unseren Lehrbüchern wesentlich anders aus, als man ihn in Scheffels Tagen malte. Dass die Noterium, das früher Flossen führte, hat heute Elefantenfüße. Fast alle die Vorwelt Tiere, die einst der unbedingt bedeutendste Fachkenner der Zeit, der alte Owen in London, in Seidenhem naturgroß wiederhergestellt hatte, waren zunächst falsch rekonstruiert. Damit verzeichnet man keine Schlappen der Forschung, sondern eben selbst gewollte Fortschritte. Man muss eben nur eine Ahnung haben, was alles an Wissen, Glück, solider Arbeit und Genie nötig ist, um so ein paar Knochen richtig zu setzen. Nun also wird von dem Berliner Zoologen Tornier aufgrund vorzüglicher anatomischer Detailkenntnis gerade auf dem Kriechtiergebiet und jene Drachen waren Reptile behauptet, auch im Diplodokus stecke einstweilen noch ein Fehler. Er habe nicht so steil auf den Beinen gestanden wie ein Säugetier, sondern sei mehr grätschbeinig wie ein Krokodil gekrochen. So habe auch sein ungeheurer Schwanz flacher gelegen, andererseits aber sei der Hals normal nach oben in die Höhe gekrümmt worden. Die Gründe, die dafür vorgebracht werden, haben sehr viel Überzeugendes. Jedenfalls ist es eine fruchtbare Debatte. Wird vorerst einmal wenigstens das Berliner Modell auf das neue Prinzip hin umgebaut, der Kaiser, an den seiner Zeit zunächst Carnegie's Pracht geschenkt ging, hat bereits persönlich die Erlaubnis erteilt, so wird der gewöhnliche Beschauer vor seinem Drachen wohl einerseits etwas Nachteil gegen früher haben, aber dafür ebenso viel Vorteil nach anderer Richtung. Der Laie denkt bei jedem großen Skelett ja unwillkürlich zunächst an ein Säugetier, baut also ganz von selbst hochbeinig im Sinne etwa eines Elefanten. Da wird ihm nun jetzt etwas abgetan, aber schließlich muss auch er doch lernen, dass diese Dinosaurier eben Saurier, das ist Verwandte von Krokodil- und Eidechsewaren und keine Elefanten. Dafür wird er bei niedrigerer Stellung diesmal besser in die wahre Zyklopenmauer der unglaublich großen Wirbel und in das burghafte Zinnenwerk der Rückenfortsätze hineinsehen. Und im sensationellen Sinne entschädigt sicher die Aufreckung des Halses, mit der das relativ winzige Köpfchen diesmal kühn und imposant gegen die Decke aufbiegt, anstatt sich schlapp beinahe auf den Boden zu senken, zu dem es doch keinen wahren Schwerpunkt bildet. Das Tier wird lebendiger so aussehen, wenn schon auch so nicht eigentlich wahrscheinlicher im schlichten Sinne. Denn das wird nun einmal die Eigenart dieser Monstra bleiben, dass wir sie physiognomisch mit nichts heutigem Recht vergleichen können und auch technisch immer unter dem Eindruck der nicht ausgeklärten wirklichen Monstrosität sehen müssen. Gar nicht berührt aber wird die schließlich doch allergrößte Sensation, nämlich die Länge und Dicke der Einzelknochen wie der Gesamtmasse zwischen dem wahren Spatzenköpfchen vorn und der endlosen Schwanzpeitsche hinten. Doch während hier noch das Gefecht der Sachkenner dauern mag, ist über jenes andere kein Zweifel mehr. Auch diese wahre Größe, die da bleibt, schlägt eben zur Stunde überhaupt nicht mehr den wahren Saurierrekord. Nicht ein Kollegium von Gelehrten, sondern die Natur selber hat sich hier berichtigt und in ihrer Laune unvorhergesehen genug hat sie deutscher Erde, allerdings auch in fernem Welterdteil den Preis zuerkannt. Um den ragenden amerikanischen Drachen in der Walfischhalle des Berliner Museums sammelt es sich zur Stunde wie ein seltsamer stummer Chor. Drachensaat, neue, noch unheimlichere, in einzelnen Stücken zuerst gelbe Knochenblöcke wie sie frisch aus der Erde kamen, aber diesmal nicht Abguss, sondern Original. Einzelne Quadern zu einer neuen Zyklopenmauer, einzelne Strebepfeiler und Säulen zu neuen Trägern einer Drachenlast. Manches ist noch sorgsam eingewickelt von langer Fahrt, was aber bereits sichtbar ausliegt oder an der Fundstelle fotografiert erscheint, das verrät eine kommende Auferstehung in Dimensionen, wie sie selbst für urweltliches Gigantenvolk keine üppigste Fantasie je zu ahnen gewagt hatte. Da liegt ein einzelnes Vorderbein, wohl erhalten, die Knochen sind alle erstaunlich wenig zerdrückt und oberflächlich erst einmal in den Hauptstücken aneinander gelegt. Ein Kind kann aber schon ausmessen, dass das rund die doppelten Größenmaße wie bei dem aufmontierten karnegischen Diplodocus sind. Der zugehörige Hals, höre ich, wird zwölf Meter Länge ergeben, der Amerikaner hat dort nur fünf. Bereits jetzt, da vorläufig nichts zusammengesetzt ist, schwillt der Segen als eine Art Sintflut durch das Haus. Die Gelehrten klagen, dass man in den Gängen des Paläontologischen Instituts schon über die Knochen buchstäblich stolpere. Da es sich um die Reste zahlreicher Individuen und Arten handelt, liegen zurzeit im ganzen Knochen im Gesamtgewicht von mehr als 100.000 Kilogramm vor. Und dabei scheint gerade jener neue Rekordriese fast vollständig zu sein, sodass er eventuell wirklich als Ganzes aufmontiert werden kann. Vielleicht geschehe es allerdings besser gleich in einem Abguss, damit die zerbrechlichen Originalteile nicht den Gefahren eines Baues ausgesetzt zu werden brauchen. Auch dieser Abguss wird aber eine neue Museumshalle fordern, ein einziges Tier, vielleicht ein ganzes neues Haus. Berlin hat schon einmal Glück mit Giganten gehabt, die ihm unverhofft aus ferner Gegend zukamen. Damals bei dem herrlichen Fries von Pergamon. Menschliche Kunst hatte dort dämonische Mischwesen, halb Menschen, halb Schlangenleiber, mit denen die Götter kämpften, ersonnen und köstlich in Marmor gebildet. In einem anderen, noch viel groteskeren Natursinne erzählen nun auch diese neuen 100.000 Kilogramm Saurierknochen von einer furchtbaren Gigantomachie, die sich mehrere Millionen Jahre vor aller Menschenzeit abgespielt. In weit entlegenen Urweltstagen hing die Seite Afrikas, auf der heute unsere ostafrikanische Kolonie liegt, noch mit Indien zusammen. Quer über den Indischen Ozean zog sich damals jenes wunderbare Gondwana-Land. In der Blütezeit des Ichthiosaurus, in der Jura-Periode, begann dieses Land dann allmählich dem Meere zu erliegen. Lange hielt sich noch ein einzelner Streifen von ihm, der etwa vom Kappland über Madagaskar nach Vorderindien lief. Rechts und links davon aber strömte schon jetzt frei der Ozean ein. Und so kam dieser Ozean auch in der Kreidezeit bereits an die Küstengegend des heutigen Deutsch- und Portugiesisch-Ostafrika heran. Ja, er überflutete periodisch diese heutige Küste damals selbst noch weit ins Land hinein. Schlamm lagerte sich aus ihm ab, charakteristische Meertiere jener Kreide-Epoche schwammen herzu, so Belemniten oder Donnerkeiltintenfische und betteten absterbend ihre harten Körperteile in diesen Schlamm. Nur einzelne große Klippen trotzten scheint es der schäumenden Flut. In diesem Gebiet damals nun vollzog sich die Gigantomachie, die ich meine. Dort in der Nähe lebten jene Saurier, deren größte Exemplare heute den Rekord der Nordamerikaner brechen. Verschiedene Sorten, neben den größeren auch kleinere, die größten dem Diplodocus eng verwandt. Eine kleinere Sorte, Stegosaurier, mit einer wilden Wehr- oder Ornamentzieher ragender Knochenstacheln, die Riesen wohl einfach nackt. Sie lebten in Herden beisammen, wie die Häufung der Knochen von 50 und mehr Exemplaren der gleichen Art an der gleichen Stelle, dabei ersichtlich von jungen und alten Tieren, noch heute erweist. Eigentlich waren sie Landtiere, aber sie müssen das Ufer bevorzugt haben. Wenn sie auch wohl nicht, wie man früher vom Diplodocus meinte, unmittelbar mehr Algen abgeweidet haben, so dürften sie doch auf mehr Tiere gegründelt und gefischt haben. Eine Art besaß sogar ganz energische Raubzähne. Vielleicht watschelten sie gewohnheitsmäßig weit in die Watten hinaus, trieben sich im Seichtmeer herum, aus dem die langhalsigen Arten ihre Schlangenhälse bequem zum Atmen heraufstrecken konnten, erkletterten und bewohnten auch wohl die Klippen, die für gewöhnlich von der höchsten Flut nicht bedeckt wurden. Bei solchen Gepflogenheiten jetzt muss es gelegentlich zu örtlichen Katastrophen gekommen sein. Das Wasser überraschte, verschlang, er säufte ab und zu einmal in wilder Gigantenschlacht eine solche ganze Herde der stumpfsinnigen Gesellen, schnitt sie ab oder schwemmte sie von ihren Klippen und begrub sie im Schlick. Die ungeschlachten Kadaver verfaulten, die Knochen, meist in einem gewissen Umkreis herumgeworfen, bildeten große Beinhügel und Schädelstätten, wobei freilich gerade die verhältnismäßig so winzigen Schädel selber am ehesten dem Los verfielen, ganz fortverspült zu werden, so dass sie heute bei den großen Knochenlagern am seltensten noch zu finden sind. Über die Gigantengräber aber wälzte der Sieger Ozean im Laufe der Jahrtausende Bergeslasten neuen und immer neuen Kreideschlammes, bis endlich eine neue Wende der Dinge kam. Durch hebende Kräfte der Erdrinde stieg dieses ganze heutige ostafrikanische Küstengebiet wieder endgültig aus den Wassern empor. Die alten Schlammbänke wurden zum hohen Plateau, auf dem die Tropensonne brannte und Ströme flossen. Gegen die Oberfläche des Plateaus aber arbeitete fortan die Verwitterung. Die uralten versteinerten Schlammmassen wurden von ihr neu zernagt und aufgeschlossen, endlich auch bis in solche Tiefen hinein, wo die Katakomben der Saurier lagen. Längst gab es kein lebendes Ungeheuer dieser Sorte mehr auf Erden, aber gerade jetzt erschienen da, dort, mitten im Gras- und Buschwald von heute, noch einmal aus ihrem alten Sand der Kreidezeit herausgewittert, die gespenstischen Arme, Rippen, Wirbel der scheuseligen Opfer von ehemals, zusammengehäuft noch immer auf engem Bezirk, preisgegeben der hellen Tropen, jetzt auch sie, die einst in einer Schauerstunde den allzu wilden Wassern erlegen waren. Das Material, das unsere geologische Forschungsarbeit enthält, hängt an dünnen Fäden. Wenn die Saurier-Katakombe, die gerade in unsere Tage hinein auf solchem Wege in Ostafrika, vier Tage Märsche von dem Hafen Lindy und in Sichtweite des jetzt paläontologisch unsterblichen Tendaguru-Berges herauszuwittern begann, nicht durch einen Zufall von kundigen Europäern entdeckt worden wäre, so wäre sie einmal angeschnitten und damit auf den kritischen Punkt gebracht, wie sie war, selber still weiter verwittert und in mehr oder minder absehbaren Zeiten spurlos zu Staub wieder dahin geweht. Aber der Fleck war inzwischen deutscher Kolonialboden geworden, ganz südlich nahe unserer Grenze gegen das portugiesische Afrika. Ein schon glatt herausgewitterter Riesenknochen spielte den Kobold. Ein Ingenieur Sattler muss über ihn stolpern und erkennt ihn dabei. Unser famoser Stuttgarter Paläontolog Fraas erfährt davon und bringt Belegstücke mit, dass das, was man bisher nur im Lande Carnegie für denkbar gehalten, auch in Ostafrika buchstäblich am Wege liege, nämlich diplodokushafte Gigantenknochen in größter Pracht. Das war vor jetzt sieben Jahren. Fraas war selber nicht imstande, den Schatz zu heben. Ihr Berliner müsst es machen, schrieb er. Es hat aber noch verzweifelte Mühe gekostet, auch den Berlinern. Ehe der Spaten zu seinem Recht kam, musste der Klingelbeutel umgehen. Staatsmittel waren auch in Berlin zunächst für die Sache nicht zu haben. Das erste Verdienst erwarb sich also die treffliche Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin. Sie gab 23.000 Mark. Dann kam die Akademie der Wissenschaften und endlich ein besonderes Komitee. Als wesentlich also doch durch Privathilfe 180.000 Mark beisammen waren, konnte man daran gehen, der tropischen Verwitterung eine Beute wenigstens teilweise zu entreißen. Die, mag man in solchen geologischen Fragen nun jenen eigentlichen nationalen Rekorden auch mit einem stillen Lächeln gegenüberstehen, mindestens doch den speziellen Wert haben musste, uns zu zeigen, was unsere Kolonien an glänzenden und sensationellen Überraschungen bieten konnten. Mit dem Gelde wurden zwei jüngere Gelehrte, Janensch und Hennig, auf drei Jahre zu Ausgrabungen nach Afrika geschickt. Später gesellte sich ihnen als Dritter noch Hans von Staff zu. Das Menschenmögliche ist von den Dreien geleistet worden. Unter den schwierigsten Umständen haben sie zeitweise bis 500 Neger als Arbeiter beschäftigt. Das bereits an die freie Oberfläche herangewitterte Knochenmaterial erwies sich zwar als reich, aber naturgemäß auch schon als Minitekel der Sachlage vielfach verdorben. Man musste also für bessere Stücke tiefer gehen, im äußersten bis zehn Meter, musste wirklich graben, anstatt bloß aufzulesen. Das Verpacken der zerbrechlichen Knochen im tropischen Milieu war auch keine Kleinigkeit. 4.500 einzelne Lasten sind schließlich zur Küste geschleppt worden, wobei es allerdings eine kleine Freude war, wie die schwarzen Leute, vielfach interessiert, mithelfen. Sogar Rekonstruktionen der Ungetüme haben sie nach ihrer eigenen Fantasie entworfen, die lustig wirken, aber tatsächlich doch nicht so sehr viel schlechter sind, als das etwa, was um 1660 noch der brave Jesuitenpater Athanasius Kircher als Fachpaleontolog von damals geliefert hat. Die drei Jahre sind um. Die Leistung liegt jetzt im Berliner Museum. Ihr Wert besteht ganz besonders auch darin, dass wir im Sinne des Oben Umrisshaft erzählten, diesmal ein wesentliches mehr auch über Lebensart und Untergang jenes alten Drachenvolkes gehört haben. Also keineswegs bloß in Rekordmetern auf Hals oder Schwanz. Die Forderung, die bleibt, sind aber weitere Geldmittel. Lange ist nicht alles getan, die Fundstätte bietet noch die reichsten ferneren Möglichkeiten, sie ist tatsächlich selbst so noch erst auf eine Stichprobe sondiert. Wertvollste Neuheiten sind weiter möglich, mindestens Reichtum für all unsere anderen deutschen Museen. Wer wird helfen? Ein gewisser Staatszuschuss ist ja jetzt, nach so beispiellosem Erfolg durch private Entschlossenheit, der Sache gewiss. Aber er wird allein nicht entfernt langen. Sollen wir uns an Herrn Karnig wenden, auf unserem eigenen Grund und Boden? Ende von Abschnitt 15 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 16 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Schatz von Halberstadt Aus meinen jungen Jahren ist mir ein kleines zoologisches Ereignis unvergesslich. Es schwebt mir noch vor Augen wie ein ganz großes Glück. Und der Leser wird einigermaßen erschreckt sein, wenn er hört, worin dieses Glück bestand. Passionierte Sammler, wie ich einer mein Leben lang gewesen bin, haben eben ihre besonderen Glücksquellen, die übrigens unverwüstliche sind und also jedem zu gönnen wären, auch wenn es sich um den absonderlichsten Gegenstand dabei handeln mag. Also ich besuchte durch Zufall eine Ziegelei in der damals noch sehr schlichten und ländlichen Umgebung meiner Vaterstadt Köln. In den künstlich ausgestochenen steilwandigen Vertiefungen des Bodens dort, aber hatte sich eine erstaunliche Masse von Kröten angesammelt und ich erkannte darunter zum ersten Male und am gleichen Fleck vereint die drei charakteristischsten Arten unseres Krötengeschlechts. Neben der gewöhnlichen Erdkröte die prächtig grün gefleckte Wechselkröte und als ganz besondere Merkwürdigkeit die Kreuzkröte, die einen schwefelgelben Strich längelang über den Rücken trägt und statt zu hüpfen wie andere Froschlurche pfeilschnell auf kurzen Beinchen wie eine Eidechse dahinläuft und auch famos zu klettern versteht. War das ein Fest, die drei einmal alle beisammen zu haben in Natura, wie sie auf dem Bilde bei Bremen standen. Auf dem platten und nackten Boden erschienen die einzelnen Tiere riesengroß und heute noch, wenn ich an solche Ziegelgrube denke oder an einer vorbeifahre, sehe ich sie im Geiste bevölkert mit solchen lustigen Quaquarium mächtiger, humpelnder und trabender Krötenprinzen in brauner, grüner oder schwefelgelb gestreifter Livree. Die Erinnerung übertreibt ja gern die Größenverhältnisse noch, aber das habe ich doch nicht ahnen können, dass mein altes Bildchen mir wirklich noch einmal so ins gigantisch Groteske auferstehen sollte, wie jetzt bei den Wundern der Ziegelgrube von Bericke und Limbricht bei Halberstadt geschehen ist. An und für sich gibt es wohl auch für den kapitalsten Naturschwärmer nicht etwas einförmig langweiligeres als so eine Ziegelgrube, deren Naturbild so öde ist wie der brave Bauziegel selbst, den die Technik daraus gewinnt. Man schaut auf die Entwicklung der Natur zur Mietkaserne und diese Art der Vergeistigung scheint doch eine der minder gelungenen auf unserem Planeten zu sein. Am guten alten Fleck aber, wo Vater Gleim seine zweifellos höchst vortrefflichen Lieder dichtete und Vater Bräuhahn, wenn die Sage recht berichtet, eines jener segensreichen Getränke erfand, die selbst Mietkasernen und mäßige Ferse erträglich machen können in dieser schlechten Welt, hier zu Halberstadt an der Straße Genquedlinburg ist es der ganz gewöhnlichen Tongrube einer solchen Ziegelei wirklich geglückt, sich im Lauf von ein paar Jahren zu einem der naturgeschichtlich merkwürdigsten Orte unseres ganzen deutschen Vaterlandes auszuwachsen, einem Orte, der gerade der üppigsten Naturfantasie eine der grandiosesten Perspektiven eröffnet hat. Otto Jäkel, der treffliche Forscher zu Greifswald, ist der Zauberer gewesen, dessen Stab aus diesem Loch schmutzigen Tons eine Welt gezaubert hat, die sich hinter die uns bekannten Landschaftsbilder unserer deutschen Heimat von heute schiebt, wie das Märchen eines fremden Sterns, in dessen Sonne, Farben und völlig fremdartiges Leben uns plötzlich zu schauen vergönnt ist. Über diesen Fleck Erde hier ging vor Zeiten einmal ein ungeheures verschlammendes und versandendes Flussdelta. Der Fluss war nicht die nahe Elbe, nicht die Weser von heute. Dieses ganze gegenwärtige deutsche Stromnetz kam für diese Tage überhaupt noch nicht in Betracht. Das Meer, in das der Strom sich mit Träger, zeitweise fast stagnierender Übergangszone ergoss, muss schon ziemlich in der Nähe hier gewesen sein und der uralte Gleim, wenn er das hätte erleben dürfen, wäre allen Ernstes ein Sänger von der Water Kant gewesen. Aber auch dieses Meer war nicht unsere Nordsee. Es war irgendein namenloses Stück Urweltozean, wie dieser riesige Strom ein namenloser deutscher Mississippi oder Ganges von damals gewesen ist. Haifische aus der entfernteren Verwandtschaft des Zestration-Hais, der heute nur noch in der Südsee bei Japan und Australien lebt, besuchten von diesem Meere her das Flussdelta. Aber mit ihnen kamen auch schwimmende Plesiosaurier, von Gestalt dem sagenhaften Drachen vergleichbar, wie er uns auf den Holzschnitten in Athanasius Kirchers alten Folianten überliefert ist. Daran merkt man, wie lange das her ist. Und es war sogar erst die Morgenrüte Zeit dieser schlangenhalsigen Meerdrachen. Gleichwohl hatte sich allgemein in Deutschland und auch nahe diesem Fleck schon Unendliches vorher zugetragen gehabt. Eine gewaltige Gebirgskette hatte sich längelang durch das deutsche Land aufgetürmt, zu der auch der Harz, den man vom Rande der Halberstädter Grube heute blauen sieht, schon einmal gehört hatte. In den Flanken und Mulden dieser mitteldeutschen Alpen hatten die Steinkohlenwälder gegrünt. Dann war dieses Gebirge zunächst fast ganz wieder herunter gewittert. Wüste hatte weithin mit ihren roten Schutthalben das Land überzogen, die prächtigsten farbigen Sandsteine von heute schaffend. Zweimal war in diese Wüste das Meer wieder eingebrochen, einmal von Nordosten als Zechsteinmeer, einmal von Süden als Muschelkalkmeer. Wiederum waren diese Wasser zu Salzpfannen verdampft und in Wanderdünen langsam erstickt. Bis endlich zu Ausgang der zweiten Seuchen Wechselepoche von roter Wüste und einschwemmendem Meer auf längere Zeit eine Art Interregnum von Halbland und Halbwasser eintrat mit vielen Flüssen und Seen, breiten Delta-Bildungen und Brackwasserneigungen. Recht eine Epoche des Schlicks, Wattenmeeres und Morastes, geeignet für beidlebiges Tiervolk, das in Wasser wie Land gleichmäßig daheim war. Trias, die Dreigeteilte nennt der Geologe diese zweite Zeit und den besagten letzten Abschnitt bezeichnet er nach einem fränkischen Dialektwort als die Zeit des Käuper. Was aus dieser Käuper-Zeit an altem Schlick- und Brackwasser-Absatz bis heute erhalten geblieben und zufällig Oberfläche für uns geworden ist, das hat durchweg noch eine ganz besondere kulturelle Bedeutung für uns gewahrt, da es in weiten Strecken deutscher Landschaft die gesegnete Scholle unseres Kornbaus geliefert hat. Jene beidlebige Art damaliger Tierwelt verriet sich deutlich genug aber auch in unserem Stromdelta von Halberstadt. Da hauste als Hodus ausgestattet mit Kiemen und Lunge zugleich wie er heute noch in bald üppigen bald fast versiegenden Flüsschen Australiens in eben dieser gleichen Gattung und Lebensart noch fortgedeit. Zu fetter Zeit atmet er Wasserluft wie ein echter Fisch. Zu karger im engen und luftverdorbenen Resttümpel hilft er sich dagegen mit offenem Luftschnappen wie ein Landtier. Da trieben sich auf dem Annoch frischen Wattenschlick und Flusssand jetzt wirklich amphibische meist wohl riesigen Salamandern gleichende Unholde herum zur Gruppe der sogenannten Stegocephalen gehörig von denen eine kleinere Sorte aber ganz und gar auch schon die Kopfform einer immerhin noch ziemlich mächtigen Kröte gehabt haben muss bloß dass sich damit noch eine krokodilartige Verpanzerung und Bezahnung verbannt Mein kühnstes Fantasiebild aus der kölnischen Krötengrube war hier also reichlich überboten Da fanden sich ferner wohl aus dem Fluss selber schon herabkommend sonderbare Schildkröten und echte Krokodile hinzu Die Schildkröten noch höchst altertümlich gebaut wie es so früher Zeit entspricht Der Rückenpanzer mit großen Buckeln und Zacken umkränzt Der Bauchpanzer aber noch erkennbar aus verbreiterten und miteinander verwachsenen Bauchrippen zusammengekittet Die Krokodile dem stattlichen Urkrokodil Belodon nahe verwandt Das im Stuttgarter Naturalien Kabinett so prächtig noch zu sehen ist weil es auch in Schwaben ein ganz gewöhnlicher deutscher Gast zur Kölperzeit gewesen sein muss Die zahlreichsten und zugleich unheimlichsten Landgäste die sich in diese Wattengründe hinaus wagten aber waren offenbar mächtige Watschelsaurier aus jener heute gänzlich verschwundenen Ordnung der Dinosaurier zu der auch die so oft abgebildeten kolossalen belgischen Iguanodonten gehört haben Bisher nahm man an dass diese Iguanodonten und einige andere Vertreter dieser wahrhaft phänomenalen Scheusale regelmäßig auf steilen Hinterbeinen nach Känguruart dahin gehüpft wären Bei doppelter Elefantenlänge eine dämonische Vorstellung Neuerdings ist man gegen diese wohl etwas allzu leicht beschwingte Bewegungsmethode skeptischer geworden immerhin aber glaubt Jekyll doch von den Halberstädter Gesellen dass wenigstens die im Oberkörper aufgerichtete Stellung ihre normale gewesen sei Nicht so groß wie die belgischen Riesen aber immer auch noch stattlich genug möchten sie bald auf den Hinterbeinen und dem Hinterleibe gehockt haben bald schwerfällig mit vorgebeugtem Halse und breitspurig auf ganzen Hintersohlen dahin gewatschelt sein immer doch die Vorderbeine mehr als Arm und Pfote zum gelegentlichen Nachstützen Greifen und Scharren verwertend äußerst biegsam war der Hals klein der Kopf mächtig der Schwanz so kamen sie in das Sumpfdelta hinaus noch viel tollere Kröten des Bildes als jene wirklich amphibischen vielleicht wagten sie sich heraus auf der Jagd nach kleinem weichem Getier zu dem ihr Zahnbau besser passte als zu reiner Pflanzenkost manchmal mögen sie aber auch selber gehetztes Wild des bissigeren Raubzeugs aus dem damaligen Reptil Volke gewesen sein Und gar manches Mal wird ein solcher plumper Watschler im allzu weichen Brei versunken sein das sein Gerippe später fest mit der trocknend sich härtenden Masse verbug Von all diesen Dingen dort aber wüssten wir tatsächlich nicht das geringste wenn jene schlichte Ziegelgrube bei Halberstadt nicht wäre Unfassbare Zeiten sind hingerauscht seit den Tagen jenes geheimnisvollen Flussdeltas mitten im Herzen deutschen Landes die ganze Jura und Kreide Zeit in denen diese Saurier in immer wachsender Hochblüte noch empor gingen um ganz zuletzt umso hoffnungsloser zusammenzubrechen die ganze Tertiär und Diluvial Zeit in denen der Mensch langsam ins Licht kam und dann eines Tages entstand jene Dampfziegelei die zu ihrem Bedarf Ton brauchte und eine heute etwa 100 Meter lange und 15 Meter tiefe Grube in den Grundschnitt kaum aber war der oberste aufgelagerte Humus und Diluvialstaub durchschnitten so sägte eben diese Grube sich Meter um Meter der Tiefe in nichts anderes wieder ein als in das uralte Flussdelta von dazumal sie sie überquerte die Sande die zu Zeiten eines etwas lebhafteren Gefälles der große Kuiper Ganges hier heraus geschwemmt und erreichte eben mit dem technisch des Abbaus Werten eigentlichen kompakten Ton darunter den ehemaligen Dauergrund des gemächlich verschlammenden Deltas selbst dessen gehäufter Schlick diesen Ton geliefert Die Arbeit blühte 100.000 Kubikmeter wurden allmählich zu Ziegeln zermahlen keiner aber der dabei war ahnte in was er grub und was außer Ziegeln hier für die Zwecke einer höheren Schicht Geistes Menschheit noch mehr zu ergraben war Da steht im Sommer 1909 der Zahnarzt Torga aus Halberstadt bei der Grube am geschlossenen Schlagbaum der Eisenbahn und wartet den Zug ab und neben ihm warten ebenfalls ein paar Arbeiter und sie erzählen ihm wie man so beim Warten plaudert von Knochen die in der Grube gelegentlich gefunden worden wären Torga erwirbt ein paar Splitter und sendet sie zum Bestimmen an den Paläontologen Jäkel in Greifswald und der erfasst sogleich das Bedeutende eine Fundstätte großer Dinosaurier Knochen auf deutscher Heimaterde Es ist eben erzählt, was Nordamerika und neuerdings noch erfolgreicher Deutsch-Ostafrika hier geliefert haben Jetzt aber lag der Schatz endlich auch daheim sozusagen vor der Tür und wartete nur des planmäßigen Hebens Mit geschicktestem Feldherrntalent Paläontologen müssen immer Diplomaten sein wurde von Jäkel zunächst der Acker gesichert Der preußische Staat erwarb das Recht auf alle Fossilienfunde in der Grube Finderlühne wurden ausgesetzt ministerielle kaiserliche und private Mittel zusammengebracht Gefährliche Abbaumethoden durch Sprengschüsse in der Grube wurden eingestellt Die Härtung und Zusammensetzung der Skelettteile nahmen Jäkel und seine Helfer und Helferinnen besonders Letztere zeichneten sich aus selbst in die Hand Und nun kam Schlag auf Schlag eine Ausbeute die selbst die verwegenste Erwartung übertraf Laut dem ersten wissenschaftlichen Bericht sind in der kurzen Zeit bisher schon nicht weniger als 40 Dinosaurierskelette geborgen worden zum Teil in prachtvollster Erhaltung und Individuum für Individuum für sich gesondert Noch nie sind auch die Schädel in solcher Vollkommenheit bisher irgendwo zu Tage gekommen Von dem schönsten Stück hat Laune des Zufalls bloß ein Wiesel das in der Nacht nach der Freilegung gerade hier ein paar Mäuse verzehrte ein Stückchen vom Zungenbeinboden verschleppt In anderen Fällen fehlten allerdings derbere Skelettteile schon durch Räuberarbeit der Kuiperzeit selbst So einmal die ganzen Vordergliedmaßen die bei einem solchen wehrlos versumpften Unhold wohl damals schon einem Krokodil zur Beute geworden waren Was die systematische Stellung anbetrifft so handelt es sich in der wesentlichsten Art um einen Plateosaurus der eine vermittelnde Stellung zwischen dem rein raubtierhaften Megalosaurus und jenen Iguanodonten einnimmt Es ist die Gruppe wo auch der schöne Name Gressliosaurus vorkommt der aber mit der naheliegenden Grässlichkeit nichts zu tun hat sondern auf den originellen Schweizer Geologen Gressli geht Ganz besonders wertvoll macht den imposanten Fund der zu den glänzendsten paläontologischen aller Zeiten bisher gerechnet werden muss auch die Zeitbestimmung Jene belgischen wie die neuen afrikanischen Dinosaurier gehören zur Kreideperiode Hier im Halberstädter Delta steht man noch in der Trias also eine ganze Reihe von Jahrmillionen früher Die ersten fertig aufmontierten Halberstädter Skelette sind jetzt schon in ganzer Pracht im Berliner Museum für Naturkunde neben den Afrikanern von Tendaguru zu sehen Unabsehbar aber scheint der noch zu erwartende weitere Reichtum dieser Glücksgrube nachdem vor Beginn der Rettung für die Wissenschaft doch sicher wohl schon hundert oder noch mehr Skelette zu Ziegeln zermahlen worden waren Halberstadt mag stolz sein zu seinem Dom und Gleim und Bräuhandbier tritt ihm der Ruhm fortan die echteste Drachenstadt Deutschlands zu sein in der Zeit wissenschaftlicher Rehabilitierung dieses Drachens Ende von Abschnitt 16 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 17 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Sirenen Als der homerische Dichter das Abenteuer des Odysseus mit den Sirenen schilderte benutzte er stofflich wohl ein damals schon altes Schiffermärchen Die unvergleichliche Eigenart die aus diesen 35 Versen eines der herrlichsten Gedichte der Weltliteratur gemacht hat liegt in der Schilderung Das Schiff des umgetriebenen Dulders kommt herangeschwebt von freundlichem Winde getrieben Plötzlich dann ehe noch die Sireneninsel selber auftaucht ist es als gehe ein Zauber von ihr aus Der Wind ruht Die stille See glänzt von heiterer Bläue des Himmels Ein himmlischer scheint die Wasser zu senken Jetzt als Hörweite nahe ist der Sirenengesang selbst Nur acht Verse aber vielleicht das klangvollste was in Ilias wie Odyssee vorkommt Man merkt dem Dichter ordentlich die Verantwortung an dieses Lied das selbst den schlauen Odysseus verführen soll wörtlich zu geben und doch hat er es gewagt Aber die Genossen des Dulders die ihre Ohren mit Wachs verstopft und ihn selber zur Vorsicht an den Mast gebunden haben rudern vorbei Leiser immer leiser verhalte der singenden Lied und Stimme Es ist eine arge Sache wie mit Namen umgesprungen wird Den scheußlichsten rohesten Lärmapparat den der spätere Kulturmensch erfunden hat nennt er eine Sirene Ein Tier Geschlecht aber von so unerhörter Unform dass ein Schwein dagegen die leichtfüßige Eleganz verkörpert hat der moderne Naturforscher sozusagen amtlich als das der Sirenen bezeichnet nämlich die mit anderem Wort sogenannten Seekühe Wenn man sich eine Kuh denkt die mit derselben unerschütterlichen maschinenhaften Konsequenz mit der eine richtige Alpenkuh rupfend und rückend tagaus tag ein ihre Matte dezimiert Seegras statt Wiesengras abweidet wenn man diese Kuh für das Wasserleben hinten abhackt und in eine plattliegende Fischflosse auswalzt ihr auch gleich dabei die Hinterbeine fortschneidet und die Vorderbeine in runde Paddeln verbreitert so kommt man auf die Seekuh in dieser Gestalt liegt sie ihr Leben lang faul über ihrer unterseeischen Küstenmatte und äst wobei sie im Vorschreiten gelegentlich ihrer Weide auch in die großen zur See mündenden Flüsse hinein nachpaddelt und so bis tief ins Binnenland kommt ihre Weide ist fett und das Wasser trägt so darf sie alle Kuhmaße überbieten und als kolossale Fleischwalze von fünf oder gar zehn Metern Länge über ihre Wasserwiese schaukeln dabei ist sie gleich der richtigen Kuh ein Säugetier ihre milchgebende Mutterbrust hat sogar etwas ganz Menschliches in Lage und Form und hier steckt die halbwegs gangbare Begriffsbrücke die zur Vergleichung mit einer homerischen Sirene geführt hat denn es wird behauptet dass diese Seekühe im indischen und roten Meer gelegentlich schon vor den ältesten Seefahrern beim Luftschöpfen auftauchend und solche Brüste produzierend geradezu die Fabel von Meerweibchen also doch irgendwie der Verwandtschaft wenigstens der echten sirenischen Fräuleins erzeugt hätten die meisten Säugetiere aber die nachträglich denn alle echten Säuger waren geschichtlich wohl zunächst Landtiere wieder ins Wasser gegangen sind haben dort eine Art Zersetzungs und Zerfließungsprozess ihrer Leibesformen erlebt während während der Fisch als ursprüngliches Wasserkind durchweg selbst im riesigen Hai eine gewisse Grazie der vollkommenen Anpassungsform bewahrt hat stößt man beim Wassersäuger auf die gräuliche verschwommene und zerhackte Missform des Nilpferdmauls oder die Monstra der großen Wale und Pottfische die jeder geordneten Linienführung im Umriss spotten und so ist auch die Seekuh auf ihrer Wasserweide an Nichtform ein echtes und rechtes Meerwunder geworden so ungeschlacht wie nur möglich wie einer der sich gehen lassen kann und es nicht mehr nötig hat auf nettes äußeres und adrette Umgangsform zu setzen gleich für die ersten klaren Ordnungsgenies in der neueren Tierkunde musste es dabei aber eine wichtige Frage werden zu welcher engeren Ecke des großen Säugervolks nun dieser fetter Wanst eigentlich gehöre vom Lande war er gekommen an was für eine Landform aber sollte man ihn dort systematisch anreihen war es wirklich die Kuh gewesen die gefräßig ihrer Weide nachrückend in irgendwelchen Urweltstagen so ganz allmählich sich ins Seichtwasser hinein verloren hatte und endlich dort zur regelrechten Taucherin geworden war wo die Grasnarbe sich allzu tief unters Wasser verlor ganz so seltsam wie es sich anhört wäre solcher Vorgang nicht so ist das allbekannte Nilpferd ja wirklich nichts viel anderes als ein in die weiten Binnensee Gründe voller Lotusweide dauernd verlocktes altertümliches Schwein das bei Sanzibar sogar schon wie eine rechte Seekuh kühn ins Meer hinaus schwimmt längere Zeit indessen war unsere wissenschaftliche Tierkunde zu solchen Ableitungen deshalb nicht recht mutig weil ihr überhaupt zweifelhaft geworden war ob sich eine Tierform aus einer anderen entwickelt haben könnte so gesellte man einstweilen die Seekuh gar nicht zu irgendeinem Landtier im System sondern rückte sie mit zwei anderen ausgesprochenen Wassersäugern dem Seehund und dem Walfisch zu einer engeren Gemeinschaft der Fisch- oder Seesäugetiere zusammen so haben wir es noch aus dem alten wirklich noch vom Manne dieses namens verfassten Bremen gelernt und der älteren Generation sitzt's noch in Fleisch und Blut Es hilft aber nichts die Welt läuft und der Mensch muss mitlaufen und immer wieder umlernen Schon als der erste Darwinismus hochkam wurde klar dass einer aus diesem künstlichen bloß dem Aufenthaltsort nach vereinten Trio unbedingt woanders hinkommen müsse nämlich der Seehund Er war wirklich ein Stück Hund nämlich lediglich ein für die ergiebige Wasserjagd umgepasstes ursprüngliches Landraubtier Ein Räuber das heißt ein absoluter Fleischfresser ist aber auch der Walfisch und so entstand vor ihm bald ein zoologischer Argwohn dass er obwohl ersichtlich viel weiter fürs offene Meer umgeformt irgendwie doch auch zuletzt und in grauen Entwicklungsuhrtagen an die Raubtiere anschließe das ist in neuester Zeit durch geologische Funde auch immer wahrscheinlicher wenn auch noch nicht ganz zur Gewissheit geworden die Landväter sind in diesem Falle wohl noch wahre Urraubtiere sogenannte Kreodonten gewesen blieben zuletzt also wieder als vereinsamter Rest unsere Seekühe diesmal schien aber ihre Kuh Natur zunächst wieder zur Anerkennung kommen zu wollen bei Heckel dessen Systematik jetzt für eine neue Generation zu einer Art zoologischen Brevier wurde las man dass die Seekuh höchstwahrscheinlich ein Wasserableger des paar hufigen Huftiers sei also eben der Gruppe zu der unter anderem auch die Kuh gehört solche entwicklungsgeschichtlichen Vermutungen sind nun bei umsichtiger Handhabung der Theorie stets sehr wertvolle Fingerzeige und Heckels provisorische Stammbäume haben trotz allen wohlfeilen Gegnerspots eine wahre neue Ära der ganzen zoologischen Systematik eingeleitet in der praktisch heute auch alle die leben und weben die Heckels Namen nachträglich undankbar verleugnen auf der anderen Seite bleibt aber ebenso wahr dass alle noch so geschickte Theorie arm ist wenn nicht das Glück wirkliche Neuentdeckungen hinzubringt in diesem Falle also den Fund wirklicher vorweltlicher Skelette von Übergangsformen die etwa den Schritt von einem Nilpferdisch und noch weiter wasserlieb gewordenen Zweihufer aus der Kuhverwandtschaft zur Seekuh leibhaftig vor Augen stellten Nun Geografischen Grenzen durchweg auf den Kopf gestellt scheinen so muss man sich auch hier mit dem Bilde befreunden das noch in der Epoche der Tertiärzeit als unser allbekannter Bernstein als frisches Harz von Waldbäumen des Landes tropfte über die Gegend bei Mainz und Darmstadt ein Meeresarm ging dessen Seegras Wiesen auch dort damals schon von zahlreichen mäßig großen etwa drei Meter langen Seekühen abgeweidet wurden Diese alten Darmstädter Meerweibchen zeigten wie es scheint äußerlich noch ein verkümmertes Hinterbeinchen das heute ganz fehlt sozusagen ein Abzeichen noch mehr ihrer sicheren ehemaligen Landverwandtschaft Aber das war auch alles Im Übrigen waren sie schon genauso missgeformt und wasserfroh wie ihre Genossen unseres Tages etwa in ihrem fernen roten Meer Die sirenische Übergangskuh hatte man jedenfalls in ihnen noch nicht vor Augen Inzwischen gab es aber eine alte Stimme aus der Tierkunde selbst fast vergessen wie der Mann von dem sie hauptsächlich ausgegangen war der schon fast zehn Jahre vor Darwins Auftreten verstorbene Franzose Blancville Sie mahnte an die höchst seltsamen Zahnverhältnisse dieser Sirenen in denen offenbar noch ein separates Geheimnis stecke Wenn Wenn von den homerischen Sirenen Mädchen die böse Kunde gilt dass ihr süßer Sängermund in verschwiegenen Stunden Menschenfresserei trieb zu der neben verminderten ethischen Hemmungen mindestens ein gutes Gebiss gehörte so hatten einzelne der wirklichen Sirenen Kühe überhaupt keine Zähne oder doch nur spärlichste Reste solcher Doch das war offenbar wieder Wasseranpassung für sich Auch der ungeheure Grönlandwal ist zahnlos und seit nur winziges weiches Meergetier durch seine Gaumen baten die uns das bekannte Fischbein liefern Was aber noch vorhanden war von sirenischem Normalgebiss das war wirklich bedeutsam genug Bald zeigte sich ausgesprochene Neigung die oberen Schneidezähne unter der fetten Wulstlippe in regelrechte Stoßzähne zu verwandeln Bald wuchsen die Backenzähne beständig neu nach und zwar so dass der vorderste immer noch einer Weile ausfiel von hinten her aber die Zahnreihe ergänzt nachrückte Diese Zahnwunder aber erinnerten auffällig jetzt an einen zweiten Fall im Säugerbereich der ganz und gar nichts mit der Kuh zu tun hatte sondern mit dem Elefanten Auch die riesigen Stoßzähne unseres lebenden Elefanten sind obere Schneidezähne und auch bei den Backenzähnen dieses Elefanten herrscht ein mindestens sehr ähnliches System von streng geregelten Verfall und Ersatz Kein Zweifel die Sirenen hatten auch im übrigen Bau ihres Skelettes mit den schweren nicht gehüllten Knochen mancherlei Züge vom Elefanten Trotzdem schien der notwendig hier auftauchende Ideengang selbst den kühnsten Stammbaum Theoretikern zu kühn Unglücklicherweise wusste man lange Zeit gerade von der eigenen Urverwandtschaft der Elefanten gar nichts Sie standen bis heute auf dem Lande und doch wusste man nicht wo sie auf diesem Lande hergekommen sein sollten Kein anderes Säugetier glich ihnen genug zur Anknüpfung Die Gegner der Deszendenz Theorie liebten es lächelnd hierher mit Fingern zu weisen Hier waren Tiere die riesengroß waren schon in Urweltsperioden massenhaft gelebt und massenhaft versteinerte Knochen hinterlassen hatten und doch hatten sie anscheinend keine Ahnen Eines Tages indessen sollte das ein recht jähes Ende nehmen Im untersten Ägypten im Hinterlande des sogenannten Fayum entdeckten die Geologen vor einigen Jahren eine geradezu fabelhaft glänzende Fundstätte vorweltlicher Säugetiere Nie werde ich den Anblick vergessen als ich im Londoner Naturhistorischen Museum beim Eintritt in die große Halle vor dem ersten frisch ausgestellten Prachtstück von dort stand dem grotesken Riesenschädel eines sogenannten Arsenuiterium eines Elefanten ähnlichen Ungetüms das auf der Nase zwei enorme nebeneinander gestellte knöcherne Zapfen die an die Zipfel einer kolossalen Narrenkappe erinnerten getragen hatte schon dieses jedenfalls nahe verwandte neue Tier bewies dass man hier in die Urverwandtschaft des Elefanten geraten war Schlag auf Schlag folgten sich dazu dann die weiteren Entdeckungen an dieser Glücksstelle es zeigte sich ein Vormastodon das die Entstehungsgeschichte des späteren Elefanten Rüssel enträtselte die Krone aller Entdeckungen aber war der Ahne des ganzen Elefantengeschlechts überhaupt er erschien in trefflicher Erhaltung schon in einer Schicht der Tertiärzeit die geologisch noch ein Stück älter war als jene der Asinuitärien und Vormastodons da erschien ein Tier auch etwa so groß wie ein Tapir also gegen den heutigen Elefanten relativ klein die Gliedmaßen schlank ein langer Schwanz im flachen keineswegs elefantenhaft steil getürmten Schädel ein altertümliches Gebiss in dem doch aber die Schneidezähne schon eine Tendenz zeigten dauerhafte Stoßzähne zu werden im Umriss also ganz gewiss kein Elefant und doch durch so und so viel feine anatomische Details einzig und allein an die Elefanten anzuschließen die Sachkenner waren sich bald einig man hatte den so lange vermissten Elefantenvater vor sich ein durchaus altertümliches Landtier selber noch den ältesten sehr indifferenten Huftieren der Vorwelt nahe das aber den Ausgangspunkt der seltsamen Entwicklung zu den elefantischen Kolossen all den Dinotherien Mastodons Mammuten und wie sie hießen gebildet hatte da in Altägypten in dieser Fayum Gegend der berühmte Myrissee gelegen hat wurde das einzigartige Geschöpf Myriterium getauft kaum aber hatte man sich mit seiner Existenz abgefunden so sollte es den Tierkundigen noch eine Überraschung bereiten die zu den größten gehört die alle Tierkunde je erlebt hat an der Küste des urafrikanischen Kontinents wo sich zu ihrer Zeit die Myriterien herumtrieben lebten damals vom Wasser her in die Flussmündung aufsteigend auch schon Seekühe auch ihre Knochen kamen in den heute erhärteten Schichten des alten Uferschlamms von ehemals für uns zu Tage und nun zeigte sich das Unerwartete diese uralten Seekühe hatten fast genau den Schädel und das Gebiss des Myriteriums gehabt auch in den Beckenknochen glichen sie ihm noch frappant und doch waren sie sonst schon Seekühe Seekühe aber die zugleich schwimmende Elefantenväter waren kein Zweifel in jenen Anfangstagen war war ein Zweig myriterienhafter Urelefanten auf die Wasserweide gegangen und hatte sich dort zu Seekühen umgestaltet als Wasserelefanten kamen diese Seekühe fortan in die Seichtbuchten der Ufer und die Flussmündungen über denen auf dem Festlande dröhnenden Schrittes die Landelefanten dahin stampften wie das Nilpferd zum Schwein der Seehund zum echten Hund oder Bär so stehen die Sirenen zum Elefanten sie sind seine Wasser Anpassung nun gilt es ein Umräumen in allen Museen die Elefanten lange so vollkommen isoliert bekommen Nachbarn die große Seekuh des Roten Meeres so hören wir wird bei Nacht dort bei den Korallen Riffen von den Beduinen in ungeheuren Netzen gefangen durch langes Untertauchen das sie als Säugetier ja nicht unbegrenzt verträgt erstickt und mit großen Mühen endlich gehoben das Bild erhält eine neue Farbe wenn man sich sagt dass es sich hier um eine nächtliche Elefantenjagd handelt ein Wasserelefant noch ein Meter in der Länge größer als der größte lebende Elefant im Kilimanjaro Buschwald dickhäutig und ungeschlacht über alle Begriffe im Netz gefangen und zappelnd wie ein Fisch bei Fackelschein auf der Kante einer Korallenbank wahrlich eine packende Situation mehr im Märchen der Tierwelt Ende Ende Abschnitt 17 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 18 aus von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox Aufnahme ist Lizenz frei und in öffentlichem Besitz Die Entdeckung des Riesen Clip Daxes In meiner Bibliothek stehen ein paar kleine alte Bände mit zierlicher Rückenvergoldung Die erste Ausgabe von Cuviers Tierreich von 1817 Nach solchem alten ehrwürdigen Bändchen greift man heute nicht leicht, um sich über laufende Fragen der Tierkunde zu unterrichten Es muss schon mehr in Sonntagslaune sein, wenn man sich einmal an der Stimmung einer Zeit ergötzen will, die zwar weit hinter uns an zoologischem Wissen stand, die aber eines immerzu noch erleben durfte, das uns fremder wird, nämlich ganz große Sensationen Überraschungen dieses Wissens Eine solche Sensation ersten Ranges steht dort bei Cuviers beschrieben, wenn er von dem Tier spricht, das nach einem übertragenen Namen der Klippdachs heißt. Mit unserem bärenartigen Raubtier Dachs hat es nichts zu tun. Man nennt es auch Klippschliefer, das heißt einen, der in engen Klippenspalten gern unterschlüpft, schläft. In Luthers Bibelübersetzung figuriert es als das Kaninchen der palästinensischen Felsen. Die Klippdachse sind kleine, dick bepelzte Geschöpfchen vom Habitus mittlerer Häschen oder großer Meerschweinchen, die von Syrien bis zum Kap teils so in Höhlen schliefen, teils hoch im Urwaldgezweige fast affenhaft ihr Wesen treiben. Kein Mensch, der sie so sieht, wird sie wirklich für etwas viel anderes halten als Karnickel oder Eichhörner, zumal, wenn er aus ihrem Mäulchen auch noch die spitzen oberen Vorderzähne anscheinend völlig nagetiergemäß vorstehen sieht. Als Nagetiere waren sie dann auch von den Zoologen bis auf Cuvier verrechnet worden. Er aber musste jetzt den inhaltsschweren Satz drucken lassen, diese Klippdachse seien eine Sorte des Rhinoceros en Miniatur. Sie hätten die Backenzähne des Nashorns und trügen an den meisten ihrer Zehn kleine Hufe. Man muss in den Quellen der Zeit die Entrüstungsrufe der übrigen Zunftgelehrten von damals lesen, dass so etwas möglich sein sollte. Ein Nashorn von der Größe eines Kaninchens. Aber Cuviers Ansehen war zu gewichtig, um dauernden Widerspruch aufkommen zu lassen. Der Klippdachs ist wirklich fortan bei den Huftieren und versuchsweise immer wieder in der Nähe des riesigen Nashorns in den Listen der Tierforscher geführt worden, so schwer es auch fallen wollte. Aber man wurde das Gefühl eines Rätsels dabei nicht los, das seiner wahren Lösung noch harrte. Inzwischen wurden sein Leibesbau und seine Lebensweise von vielen und immer eingehender studiert. Man stellte jene Tatsache fest, dass er auch auf Bäume klettern konnte, was dann für ein Rhinozeros noch grotesker wirken musste. Unser großer deutscher reisender Schweinfurt sah ihn an steilen, glatten Felsen in so unmöglichen Lagen auf- und abturnen, ja, Todeswund noch wie angeklebt haften, dass er auf eine besondere laubfroschartige Saugkraft seiner Füßchen raten musste, die in der Tat beim Einziehen und Ausdehnen eines Spalts im Sohlenpolster durch Luftverdünnung zustande kommt. Ein Rhinozeros mit Laubfroschfüßen auf polierten Rutschflächen Im übrigen Körperbau kamen aber auch immer neue Seltsamkeiten ans Licht Die Hufe waren eine Vereinigung von Affen oder menschenhaften Nägeln mit dem echten, die Fingerbeere ganz umgreifenden Sohlenhorn des Hufs Aus dem Pelz ragten überall einzelne lange Tasthaare vor, deren Gebrauch unklar blieb. Im Rückenfell umschloss eine abweichend gefärbte Flocke eine kleine Tonsur, deren Zweck ebenfalls im Geheimnis verharrte. Wieder Keuen wurde behauptet, dann wieder abgeleugnet. Jedenfalls passte der Magen nicht dazu. Je mehr man aber allmählich anfing, Tiere überhaupt entwicklungsgeschichtlich im Bilde eines Stammbaumes zu ordnen, desto dringlicher musste die Frage werden, an was für einen Ast des großen Stammbaumes man diesen verdrehten Gesellen mit seinen Saugfüßchen denn nun tatsächlich kleben sollte. Das Nashorn selber kam dort zweifellos zu Pferd und Tapir. Unter den Pferdeahnen waren vorgeschichtlich auch kleine Geschöpfe gewesen. Aber ihre speziellen Knochenreste, als man sie fand und zusammensetzte, wollten wieder gar nicht zum Klippdachs stimmen. Viele Jahrzehnte galt es als eine Hoffnung der Versteinerungskundigen, endlich einmal vom Klippdachs selber urweltliche Reste zu entdecken, ob die den Schleier lüfteten. Würden auch sie uns kleine Tiere weisen, sodass der lebende Schliefer ein echtes Überbleibsel wenigstens der allgemeinen Zeit wäre, in der alle Huftiere, auch die größten, auch Nilpferd und Nashorn klein angefangen hatten? Oder würden sie wirklich jetzt Nashornhafte Riesen von Klippdachs Gestalt zeigen, eine Ahnenschaft der entsprechend Großen, von der unser lebender Freund später erst und jämmerlich zu seinem Zwergen Maas wieder heruntergesunken wäre? Lange aber wollte kein einziges Knöchelchen datun, dass überhaupt schon Klippdachse in der tierreichen Vorwelt gelebt hätten. Merkwürdige Verwandte unserer Nashörner von heute fanden sich ja unter dem Urweltsvolk genug. Da hatte es in Nordamerika, wo heute überhaupt kein Nashorn mehr existiert, Rhinozerosse gegeben mit ganz kurzen Beinchen wie ein Teckelhund. Andere, die überhaupt kein Horn auf der Nase trugen, dafür aber Dickköpfe mit gewaltigen Eckhauern führten wie ein Nilpferd und auch nilpferdhaft amphibisch lebten. Und noch wieder andere, die ihren hornlosen Nashornkopf auf langen Hälsen trugen und die gewandtesten schlanken Galoppierbeine des Pferdes anzunehmen begannen. In den nahverwandten sogenannten Titanentieren Titanotheria hatten die Hörner umgekehrt wahre Orgien wilder Gestaltungskraft gefeiert. Je zwei nebeneinander, nicht nacheinander, hatten sich auf festen Knochenzapfen nach Art eines Ochsengehörns aus der Nase erhoben und zuletzt waren hier aus den Zapfenhörnern regelrechte Masken mit weithin vorspringender Knochengabel geworden, die den alten Bullen nicht mehr geschützt, sondern eher wehrlos gemacht haben müssen. Ein Nebenzweig dieser Titanentiere, also immer doch noch im Nashorn Anschluss, hatte es in dem Wunderwesen Kalikotherium gar zu einer nicht mehr trabenden, sondern grabenden Form gebracht, die bei Rhinozeros Maßen des Körpers statt Hufen mächtige, krumme Grabkrallen wie ein Riesengürteltier besaß. Aber kein echtes Klippdachs-Nashorn fand sich dazu, so sorgsam man auch gerade darauf fahndete. Unterdessen lenkte der Zahnbau des lebenden Klippdachses gelegentlich aber noch einmal auf einen ganz anderen Gedanken. Aus dem Maul ragten wie erwähnt oben die beiden vordersten Schneidezähne gleich kleinen scharfen Stoßzähnen, beim Männchen kräftiger als beim Weibchen vor. Diese Stößer waren immer wachsende Zähne mit Emaibelag, die trotz ihrer Ähnlichkeit mit Nagezähnen, von dem rein Blätter oder Kräuter fressenden Tier doch nie zum wirklichen Nagen benutzt wurden. Dagegen hatten sie eine in jedem Betracht frappante Ähnlichkeit mit den allbekannten Elfenbeinstoßzähnen des Elefanten. Der Elefant ist nun auch ein großes altertümliches Huftier und als solches im weitesten Sinne natürlich auch mit dem Nashorn Ur verwandt. Im engeren aber wissen wir ja jetzt, wir haben eben davon gesprochen, dass sein Stammbaum später ganz eigene Wege, unabhängig sowohl von der Nashorn- und Pferdelinie wie auch von der Nilpferd, Schwein- und Wiederkäuerlinie genommen hat. Sollte auch der Klippdachs in seiner dunklen Vorgeschichte am Ende mit dem Elefanten noch näher zusammengegangen sein als mit dem Nashorn? Lange tappte auch diese Idee für sich im Dunkeln, da man die Elefanten Vorfahren in wirklichen Knochenresten selbst zunächst ja nicht finden konnte. Erst in letzter Zeit ist das wie gesagt in Ägypten endlich geschehen. Gerade jetzt aber mischte recht ärgerlich sich auch noch ein grober Fehlschluss in den Fall Klippdachs ein. Der höchst eifrige aber etwas voreilige Paläontologe Amegino in Südamerika beschrieb nämlich plötzlich die angeblichen Ahnen des Klippdachses aus angeblich so uralten Gesteinsschichten Patagoniens, dass sie gar noch in der großen Saurierzeit, in der Kreideperiode gelebt hätten. Beides war aber falsch, sowohl die Zeitbestimmung wie die Sache selbst. Es hatte eine Verwechslung mit echt südamerikanischen Huftieren stattgefunden, die selber, wie in allem, was aus ihnen je geworden ist, niemals über Südamerika hinausgekommen sind und nicht einmal entfernt den Klippdachsen geglichen haben. Leider wurden die betreffenden Tiere in der ersten Hitze Urklippschliefer, Archäohyrax, benannt, und dieser Name erbt nun nach dem Gesetz der Erstgeburt in unseren Lehrbüchern fort, obwohl er völlig in die Irre führt. Das Gesetz hat schon manche Not dieser Art gebracht, diesmal aber sollte es ein besonders missliches Exempel werden. Denn kaum, dass der falsche Ur-Klippdachs im Buche stand, mit dem Vermerk, dass er falsch sei, so meldete sich wie zum Tort gerade der so lange Gesuchte selbst. Jenes Fayum-Gebiet in Unterägypten gab bei Gelegenheit der erfolgreichen Suche nach den dort begrabenen Vorfahren der Elefanten nun doch plötzlich eine Fülle auch echter urweltlicher Klippdachsknochen frei. Und das lief jetzt auf eine wirklich große Überraschung hinaus. Um das Ende des ersten Drittels der Tertiärzeit haben die sumpfigen Waldungen des damaligen nordafrikanischen Kontinents offenbar auch schon sehr zahlreiche Klippdachse bewohnt. Unter ihnen aber wandelte als auffälligste Gestalt damals noch der wahre Riesen Klippdachs Megalohyrax. In der Größe nahm er es mit dem stärksten Bären oder wenn wir beim Nashorn bleiben wollen ungefähr mit einem mittelgroßen Sumatranashorn auf. Ein solcher entsprechend schwerer Riese kletterte natürlich nicht auf Bäume, so wenig er in engen Felsspalten schliefte oder sich an glattes Gestein klebte. Das Wasser dürfte er mit seinem schwachen Schwanz auch nicht geliebt haben. Seine kurzen bei solcher Größe jedenfalls noch nicht zu springflinken Klippdachsbeine machten ihn vielmehr wohl zu einem ruhigen Waldgänger, der behaglich das üppige Laub abweidete. Im ganzen Habitus muss er aber sonst schon ein durchaus echter Klippdachs gewesen sein, bloß dass alle Eigenart viel imponierender hervortrat. Der dicke Pelz als große Bären oder mammuthafte Wollgestalt die emalierten Stoßzähne als wirkliche starke Elefantenstößer. Recht unheimlich muss der Riese ausgesehen haben, obwohl gewiss auch er kein besonderer Angreifer war und von den bösen Raubtieren dieses urafrikanischen Waldes sicherlich viel Not gelitten hat. Entscheidend aber löst er uns die oben gestellte Frage, also auch die Klippdachse hatten einmal ihre große Zeit. Ganz früh hatten sie diese Zeit schon, in Tagen, wo das Pferd sogar noch klein war. Aber dieser frühe Glanz erlosch auch umso rascher. Im letzten Drittel der Tertiärzeit hat, wie wir jetzt aus nachträglich richtiger Deutung von Knochenresten auch glücklich wissen, auf der Insel Samos und dem griechischen Festlande noch ein einzeln verspäteter, relativ großer Alt-Klippdachs jener Glanztage fortgelebt. Auf unsere Zeit aber kam das Geschlecht nur mehr in kaninchenhafter Verzwergung. Bedeutsam aber ist dabei wieder der alte Ort des Glanzes Afrika. Offenbar haben die Klippdachse zum ältesten Stamm ursprünglich afrikanischer, in Afrika Landes- und geburts-eigentümlicher Hufsäugetiere unserer Erde gehört. Im Gebiss wesentlich noch urtümlicher, weniger einseitig gebaut, verraten jene großen Altformen ihres Geschlechts uns auf der einen Seite jetzt noch deutlich auch ihren Anschluss an die Stammgruppe der Huftiere überhaupt, von der auch alle die geografisch Entfernteren, selbst die nordamerikanischen Formen, ursprünglich einmal ausgegangen sein müssen. So erklären sich die Beziehungen, die den kleinen Schliefer von heute noch in seinem Zahnbau mit dem Nashorn verknüpfen. Einzelne jener alten Fayumer gemahnen ebenso und stärker hier auch noch an das Schwein, das heute doch wieder vom Nashorn so weit fernsteht. Das sind aber eben ganz allgemeine Altersreminiszenzen. Andererseits muss dagegen für ihre engere afrikanische Fortbildung und Nächstverwandtschaft jetzt entscheidend werden, dass sie in dieser ihrer engeren geografischen Wurzelung wirklich nur noch einen einzigen uns erkennbaren, ebenfalls damals hochsteigenden Genossen gehabt haben, nämlich tatsächlich das alte große Wundertier der Sage wie Naturgeschichte, den Elefanten. In jenen gleichen nordafrikanischen Sumpfwäldern der älteren Tertiärzeit sind ja auch die Elefanten damals hochgekommen aus den relativ kleinen, wirklich sumpfbewohnenden Urelefanten, Myriterien, zu den späteren Riesen. Wenn nun im Bau der Stoßzähne wie in mehreren Einzelheiten des Fußbaus eine unverkennbare engere Ähnlichkeit auch von Klippdachs und Elefant heute noch besteht, so legt diese geografische Einheit einen solchen Stein jetzt dazu in die Waagschale, dass es fast zwingend zu des Märchens wie der Weisheit letztem Schluss wird, Klippdachs und Elefant gehörten ursprünglich auch körperlich noch länger zusammen, bildeten eine Einheit und erst in ihrem Afrika selber haben sie sich allmählich getrennt. Der Urelefant, in dem er zuletzt auf Mastodon und Mammut ins Kolossale ging, der Klippdachs, in dem er zum Kaninchenzwerge später sank. Nicht ein Miniaturnashorn lebt uns also heute in diesem Klippdachs fort, wohl aber ein Miniaturelefant. Ende von Abschnitt 18 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 19 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bösch Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Mammutschnitzer von Pretmost Sie kommen, da hilft nun nichts mehr. Lange genug haben wir uns ehrlich gewehrt, nun ist es Zeit, dass wir uns ehrlich für besiegt erklären. Nämlich jene wunderbaren Menschen der Diluvialzeit, die so viele Jahrtausende vor Beginn unserer geschichtlichen Überlieferung gelebt haben, dass den Historiker, dem schon ein Tag ein Wert ist, mit Recht dabei ein Gruseln überläuft. Wie auf dem Bilde Kaulbachs über dem Schlachtfelde noch die Geister der Gefallenen weiter bekämpft werden, so haben wir mit ihren unheimlichen Schatten gerungen, als sie zuerst vereinzelt aus den feuchtkalten Kellergewölben ihrer Höhlen aufzusteigen begannen. Aber aus den Schemen sind ganze Völker geworden und die Gespenster haben, was das Entscheidende für ihre Aufnahme in die wirkliche Geschichte sein muss, für uns eine Seele bekommen. Keine Tradition wusste von diesen Menschen, sie haben für uns keinen Namen, keine Sprache, vielleicht auch keine Heimat, denn sie tauchen als schweifende Jägerstämme bei uns in Europa auf, die wer weiß, wie weit herkommen konnten. Aber sie tauchen auf in der Eiszeit. Mit nicht schlechten, aber ganz einseitigen Waffen, Stein, Horn, Bein, Holz, jagen sie die märchenhaften Tiere jener Erdepoche. Auf europäischem Boden Löwen und Panther, riesenhafte Bären, Elefanten und Nashörner, das Urwildpferd und den Präriebison. Nie wieder hat Europa solche Jagd gesehen. Wie verschwinden alle Herkules-Sagen der Griechen dagegen? Zu den Ungetümen, die sie bezwangen, möchte man sich schauerlich wilde Vormenschen denken, die selber noch halbe Ungeheuer waren, zumal in so endlos ferner Zeit. Aber gerade das sind sie auch nicht gewesen. Und dass sie es nicht waren, ist wohl das allerverblüffendste an ihnen, vor dem auch die energischsten Heißsporne, die zuerst für ihre Existenz eintraten, noch haben umlernen müssen. Sie hatten schon eine hochentwickelte Kunst. In unzähligen Denkmälern, die in Südfrankreich und Spanien neuerdings fast Monat für Monat neu aus den alten Höhlen und Kulturgeschichten hervorgezogen werden, ersteht diese Kunst augenblicklich imposant vor unserem Blick. Schnitzereien, Gravierungen, Reliefplastik und farbige Malereien, die Jagdszenen, Tierbilder, Ornamente darstellen, geben ein nie erwartetes, ein überwältigendes Bild. Diese Menschen begannen nicht erst mit der Kunst, sie besaßen sie bereits. Sie waren vielfach Meister der Darstellung. Die Prachtwerke über die Luviale Höhlenmalereien, die gegenwärtig unter der Ägide des Fürsten von Monaco erscheinen, riesige Quartbände mit Farbentafeln, enthüllen nicht nur wissenschaftliche Dokumente zur Kunstgeschichte, sondern sie geben, besonders aus der Wunderhöhle von Altomira in Spanien, deren ganze Decke ein figurenreiches und farbenprächtiges prähistorisches Fresko-Gemälde bedeckt, einzelne Blätter, die fortan die Freude jedes künstlerisch empfindenden Auges sein müssen, wie nur irgendeine große Höhenleistung sonst der älteren Kunst. Und erst seit wir in diese Kunst der Mammutjäger schauen, lässt sich wirklich jenes eben gebrauchte Wort anwenden, dass wir jetzt auch diese Menschen seelisch besitzen im Inhalt unserer Kulturgeschichte. Von Mammutjägern also zu Mammutmalern und Mammutschnitzern. Die amüsante kleine Episode, die ich hier an diese mächtige neue Melodie knüpfen möchte, beweist indessen mit ihrem Anfang klärlich, dass man auch heute noch in unseren bekanntlich sehr hellen Tagen bei einem Mammut zunächst an etwas wesentlich anderes denken kann als an Kunst. So geschah es nämlich Herrn Kromitschek, Gutsbesitzer zu Pretmost, einem kleinen Flecken bei Prerau in Meeren, der vor einer Reihe von Jahrzehnten hinter seinem Garten Graben ließ und dabei in einer alten verbackenen Staubschicht des ehemaligen diluvialen Steppenbodens dieser Gegend auf eine Katakombe gewaltiger Knochen stieß. Die meisten und größten stammten eben vom Mammut und nie bisher ist eine großartigere Anhäufung von Gebeinen dieses verschollenen europäischen Elefanten zutage gekommen. Die Reste von fast tausend Individuen sind noch in der Folge geborgen worden, Junge und Alte dabei, vom Urvater bis zum Embryo. Daneben Knochen des Nashorns, des Urstiers, des heute noch in Grönland existierenden Moschusochsen, des Elchs, des Wildpferdes, der Gemse, vermischt mit denen von Löwe, Leopard, Wolf, Vielfraß und Biber. Herr Kromitschek, aber als umsichtiger Landwirt, ließ diesen ganzen reichen Segen, so oft er sich beim Abbau des alten Steppensandes wiederholte, reichlich zu Pulver zerstampfen und düngte seine Felder damit, lange Jahre hindurch. Und dann erst fanden ein paar hinzukommende ausgezeichnete Gelehrte, zunächst Wankel, nachher Masker und Kritz, dass dieser Dünger doch für Kohlköpfe oder Rüben entschieden etwas zu kostbar sei und besser menschlichen Gehirnen und wissenschaftlichen Theorien zugewendet werde. Als das ganz besonders Interessante ergab sich nämlich, dass es sich hier nicht bloß um ein zufälliges Massengrab vorweltlicher Tiere, etwa aufgrund zusammengeschwendter oder in einem Staubsturm gemeinsam begrabener Kadaver handelte, vorgeschichtliche Menschen hatten schon einmal die Hand dabei im Spiel gehabt. Zu vielen Tausenden lagen ihre Steinwerkzeuge am Fleck, auch einzelne Skelettreste. An Holzkohlen und Asche erkannte man, dass sie Feuer gebrannt hatten. Viele der Tierknochen waren künstlich zerschlagen, angebrannt, bekritzelt, rot gefärbt. Stellenweise lagerten die Mammutgebeine in hübsch sortierten Haufen. Hier lauter Beckenknochen, dort Schulterblätter, Zähne oder Gelenkköpfe zueinander gesammelt. Kein Zweifel, Menschen hatten mit dem Material gewirtschaftet und wenn irgendetwas nahe lag, so war es die Annahme, dass es sich um eine Jägerstation handelte, wo frisches Jagdwild abgehäutet, verarbeitet, zum Teil gebraten und gegessen, zum Teil in seinen brauchbaren Knochenteilen ausgeschlachtet worden war. Wohlverstanden, hauptsächlich Mammutwild. Eine Art Abdeckerei oder Schlachthaus aus der Mammutzeit selber stand vor Augen und der Schlechter war schon der Mensch gewesen. Es war eine gar gewaltige Triebkraft, was dieses Mammutlager von Pretmos damals, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, in die Annoch junge prähistorische Wissenschaft hineinzubringen schien. Zum ersten Male fasste man davor den ganzen Mut, den Menschen der alten Steinzeit wirklich zusammenzusehen mit diesen schauerlichen letzten Urweltsgestalten der Tierwelt, die alle ältere Geologie noch durch die furchtbarste Erdenkatastrophe von jeglicher Menschennähe getrennt gedacht hatte. Aber der Geistesboden war zu glänzend damit gedüngt, um nicht eine ganz unerwartete Riesenrübe noch hervorzutreiben, in Gestalt eines genialen Gedankens, der so genial war, dass er tatsächlich noch einmal die ganze Geschichte in die Luft fliegen ließ. Der Gedanke wuchs im durch und durch gescheiten Kopf des alten Japetus Dehnstrup aus Kopenhagen, der damals schon bald 80 jährig eigens herangepilgert war, um sich auch von dem Wunder zu überzeugen. Steenstrup, Zoologe von Haus aus, dann selber Prähistoriker, hatte die gründlichsten allgemein geachteten Forschungen hinter sich. Über das Liebesleben jener wundersamen Seetiere, die stets in einer Generation wirkliche Liebespärchen, in der nächsten dagegen nur ein einziges pflanzenhaft ausschlagendes Elternwesen hervorbringen. Über die verschrobenen Augen der Flundern, über die geschichtlichen Geheimnisse der dänischen Torfmoore und Muschelbänke und anderes mehr. Meister Steenstrup befand sich aber kaum im Angesicht des Mammutfeldes, so gab er auch schon die überraschendste Lösung. Jedermann kennt die berühmte Geschichte von den sibirischen Eiskadavern von Mammuten, die vor ungezählten Jahrtausenden in Gletscherspalten eingefroren, heute noch gelegentlich mit Haut und Haaren heraustauen. Wenn solches Tauen geschieht, kommen die hungrigen Wölfe heute noch hinzu und fressen von dem derben Brocken vorgeschichtlichen Gefrierfleisches. Nicht minder aber besuchen die armen Tungusenjäger da oben die Städte, um sich der famosen Elfenbeinhauer zu bemächtigen. Wer beweist uns nun, fragte der alte Steenstrupp, dass ein solcher Hergang nicht auch den Fall Pretmost selber erklären kann. Bis ans Ende der Eiszeit reichten nordsibirische Verhältnisse tief nach Europa hinein. Wenn nun schon damals im gefrorenen Boden oder Gletschereis solche Gefriermumien gesteckt haben, bloß eben damals bis in Gegenden noch hinein, die so weit südlich lagen wie dieses meerische Pretmost. Und wenn schon damals einmal ein solcher ganzer Eisschrank gerade hier aufgetaut war, seine uralten Mammutbraten nicht in ganz delikatem Zustande wieder herausgebend, wenn dann Menschen von damals in der Nähe vorbeizogen, werden nicht herausgesucht haben, die ekle Stätte wird jedenfalls gründlich von ihnen durchwühlt worden sein. Wölfe werden von dem Fleisch gefressen haben, wer weiß, am Ende sogar halb verhungerte Menschen selber. Steinzeitmenschen natürlich. Aber deshalb noch lange nicht Zeitgenossen des lebenden Mammuts. Keine Mammutjäger. Unabsehbare Zeiträume mögen die Zeit, da diese Mammute wirklich gelebt hatten, schon damals getrennt haben, von der Stunde, da ihre Gefrierleichen heraustauend so in Menschenhand kamen. Sibirien in Predmost nichts weiter, aber nicht lebende Menschen vor lebendigen europäischen Elefanten. Wenn je ein Gedanke mit seiner Logik bezwang, so war es dieser. Ich weiß selbst noch genau, wie er mich absolut sieghaft gefangen nahm, als ich ihn zum ersten Male las. Es gab keine Widerrede. Für einen so geistvollen und eminent kenntnisreichen Kopf wie Virchow ist er damals entscheidend für seine ganze Stellungnahme zu diesen Fragen bis an sein Lebensende geworden. Er schien berufen, pädagogisch eine wahre Warnungstafel zu werden, wie heillos vorsichtig man beim Gehen auf diesem schwankenden Staub und Schnee der Vorwelt sein müsse. Nach solchem Fiasko an der eklatantesten Stelle musste man auch alle anderen angeblichen Beweise für das Zusammenleben von Mensch und Mammut mit neuen und zwar mit sehr, sehr kühlen Augen ansehen. Virchow kam mit solchen Augen zu dem festen Schluss, dass es trotz aller Reederei und Flunkerei bisher keinen diluvialen Mammutmenschen gebe, so wenig wie einen tertiären Affenmenschen. Die Franzosen besaßen allerdings damals längst in einer ihrer Sammlungen ein viel bewundertes Stück Mammutelfenbein, gefunden im Visertal in der Dordogne, wo das wahre Pompeji diluvialer Kultur und Kunst ist, mit einem wohl erkennbar eingravierten Bilde eines Mammut darauf. Das musste jetzt eine Fälschung sein. Wenn einige tüchtigste deutsche Forscher, die damals aburteilten, dort Direktor gewesen wären, wer weiß, in was für einer Müllgrube das unschätzbare Stück verschwunden wäre. Wer aber ja noch so leichtgläubig sein wollte, es für echt zu halten, der musste sich sagen lassen, dass es selbst dann nichts beweise. Denn wenn die Steinzeitmenschen noch Eiskadaver mit erhaltenen Rüsseln und Mähnen aufgefunden hatten, so mochten sie danach auch ein echtes behaartes Elefantenbild, wie es jene Platte wies, konstruiert haben, ohne doch je ein lebendes Mammut gesehen zu haben, auch dieser Schluss hat mir selber lange imponiert. Das unschätzbare Stück, denn das ist schließlich doch der Witz und die wahre Nutzanwendung der ganzen Geschichte geworden, dass der alte Stenstrup sich trotz gründlich verhauen hatte. Seine Idee stand und fiel mit der einen Möglichkeit, dass jene Steinzeitler zu ihrer Zeit in Meeren mit uralten, in undenklichen Zeitfernen rückwärts niemals aufgetauten Eismassen und Gefrierböden in Berührung kommen konnten. Die nähere geologische Untersuchung der Stelle hat diese Möglichkeit aber rund verneint. Predmost ist überhaupt niemals in der Diluvialzeit derartig vereist gewesen, konnte also auch keine Mammute konservieren. Die Menschen jener Tage lebten nicht auf Dauereisboden, sondern in weiten Grassteppen, wie sie für große Landgebiete und Zeitperioden der langen Diluvialzeit vielfach in Mitteleuropa charakteristisch gewesen sind. Steppen, durch die die Saiga-Antilope streifte, wie heute noch im südöstlichen Russland. Ihrer Kultur und ihrem Körperbau nach gehörten diese Predmost der Jäger wahrscheinlich zu jenem Diluvialen Volk, das man heute nach dem Fundort Solutre bei Lyon benennt. Die Solutrienser waren in Frankreich besonders eifrige Jäger auf die zahllosen, auch für die Grassteppe charakteristischen Herden von Wildpferden, wie sie ähnlich heute die Wüste Gobi bewohnen. Man schiebt gegenwärtig diese Solutrienser zeitlich ziemlich weit in die Diluvialzeit hinein und lässt sie wesentlich älter sein als die sogenannten Magdalenier, die das hauptsächlichste Volk jener französischen Kunsthöhlen im Visertal gewesen sind. Nun wissen wir aber, seit wir diesen Volksanschluss ungefähr haben, aus zahlreichen anderen Funden, dass in die Jagdsteppe der Solutrienser tatsächlich auch das Mammut noch allenthalben lebend gekommen ist. Ein Nicht-Zusammentreffen mit dem Menschen, dem Jagdfrohen von damals, müsste also geradezu ein Wunder gewesen sein. Und so ergibt sich der alte Schluss für Pretmost diesmal als die selbstverständlichste Folgerung. Auch in dieser märischen Steppe müssen die Mammute besonders zahlreich gewesen sein und speziell in Pretmost haben die märischen Solutrienser besondere Jagdtriumph über das Riesenvolk gefeiert. Damit aber werden auch alle weiteren Schlüsse wieder hinfällig. Jenes von der Hand eines Diluvialmenschen gezeichnete Mammutbild kann echt und noch nach dem Lebenden Original gezeichnet sein. Es ist von einem Magdalenier gefertigt, also von einem Diluvialmenschen, dessen Volk wie gesagt erst einer späteren Epoche der Diluvialzeit als die Solutrienser angehört. Es beweist also nur, dass das Mammut über die Pretmos der Tage fort noch lange in Europa hinaus weitergelebt haben muss. Inzwischen zweifelt aber an der vollwiegenden Echtheit dieses schönen Fundstücks auch 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 längst kein Mensch mehr, weil man in den Höhlen des Visertales seither die prachtvollsten magdalenischen Malereien entdeckt hat, die zahlreiche Mammute in den lebendigsten Stellungen mitten unter den anderen zweifellosen Jagdtieren von damals darstellen. Da hört jeder Gedanke wie an Fälschung, so auch an Rekonstruktion nach Eisfleisch auf. Gerade an dieser Stelle aber hat die Geschichte neuerdings nun doch eine besondere Krönung erfahren, die erst den ganz würdigen Schluss gibt. Bereits sehr zu Anfang hatte man auf den Prättmoster Knochen leise Kunstspuren entdeckt. Zickzack-Ornamente, Wellenlinien, konzentrische Kreise, Dreiecke. Später kamen Elfenbeinschnitzereien zutage, darunter das Bild einer sehr rundlichen, anscheinend tätowierten Dame. 1895 stieß nun Herr Kritz auf ein mehrfach zerbrochenes Stück Mammutzahn, das ihm immerhin auch als ein unvollendeter Kunstversuch erschien, ohne dass er der Sache Bedeutung beilegte. Und erst 1909 fasste der andere treffliche Bearbeiter der Schätze Maska den wahren Sachverhalt. Die richtig aneinandergepassten Stücke zeigten ein höchst famoses Schnitzbild des Mammut. Ein zeitgenössisches Bild also des so viel umstrittenen Mammut von Pretmost nunmehr in höchst eigener Gestalt. Die unbedeutend fragmentarische Figur misst 116 Millimeter in der Länge. Das stark behaarte Tier ist auch hier in lebhafter Bewegung wohl heranschreitend erfasst, die charakteristische Elefantenstirn erhoben, die beim Mammut kleinen Ohren schlagend, Rüssel und Beine in rascher Schrittstellung. Ganz besonders lebendig wirkt die Schwanzquaste, die die linke Flanke peitscht. Solche Lage ergab sich aus kluger Ausnutzung des Platzes, der gleichzeitig die Stoßzähne zum Opfer fielen. Aber das Vorbild dieser Möglichkeit konnte nur aus dem lebenden Tier in der Seele des Künstlers sein, des Mammutschnitzers von Pretmost. Ende von Abschnitt 19 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 20 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bölsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Furcht vor dem Menschen Auf die menschliche Fantasie hat von je der Anblick ferner duftig blauer Inseln mit einer ganz besonderen Magie gewirkt. Noch heute empfindet man das, wenn man vom Schiff eine solche dämmernde Küste aufsteigen und dämmernd wieder verschwinden sieht. Eine unendliche Sehnsucht mischt sich mit unendlicher Neugier, als müsse gerade dort die Erfüllung aller Märchen wohnen. Und so war es in jüngeren und romantischeren Tagen der Erdgeschichte auch ein gern geglaubter Traum, es werde eine solche Insel einmal neu aus dem blauen Glas tauchen, die uns noch ein Stück des alten Paradieses bewahrt habe. Mit jungfräulichem Wald, wo der Löwe neben dem Lamm ruhte und die Tiere den Menschen als Bruder begrüßten. Vielleicht floss dort auch der Wunderquell, der die Menschen selber wieder verjüngte. Aber diese selige Insel ist nie gefunden worden. Dagegen gab es eine andere Erfahrung, die wirklich wiederholt und immer deutlicher gemacht wurde. Ganz rohes Matrosenvolk machte sie zuerst in rohen Zeiten. Leute, die gewiss das Paradies so wenig brachten, wie sie es zu finden verdienten, die auf einsamen Inseln im Meere sich als Wüste schlechter etablierten und zu ihren Proviantzwecken ganze Tiergenerationen massakrierten. Sie bestaunten und ihre Kapitäne schrieben es ins Schiffsjournal, dass die Tiere auf solchem noch nie vorher von Menschen betretenen Eiland wirklich keine Angst vor dem Menschen hätten. Als Lämmer nahten sie dem Löwenmensch, der ihnen dann allerdings gründlich genug das Paradies austrieb. Die eigentliche Hochflut solcher Inselentdeckungen im weiten Weltmeer liegt ja im Allgemeinen noch in recht unkritischen Zeiten der Beobachtung. So könnte auch diese Geschichte in den älteren Quellen also oft wie ein Schiffermärchen aussehen, bei dem die alten Schlechter dort in einer Art unbewussten Kehrbildes zu ihrer eigenen Gefühlsroheit die Legende vom ethischen Tier erfunden hätten. Aber die Sache ist wahr geblieben. An den Hauptstädten der alten Verwüster ließ sie sich freilich durchweg später nicht mehr kontrollieren. Aus dem einfachen Grunde, weil die Tierwelt, um die es sich handelte, dort längst vernichtet war, als die strenge Forschung nachkam. Aber es blieb doch noch einzelnes Neuland und hier machten jetzt auch kritische Gelehrte von moderner Schulung den gleichen Fund. Darwin hat ihm zuerst die Gewehr seines großen Beobachternamens gegeben. Zweimal trat ihm auf seiner Weltfahrt die Paradieses Unschuld solcher Inseltiere gegenüber den Menschen überwältigend entgegen. Einmal auf den Galapagos Inseln, diesem weit in den stillen Ozean hinaus verschlagenen Rest von Südamerika. Dann auf den Falkland Inseln, diesem umgekehrten Vorposten der südamerikanischen Spitze im Atlantischen Meer. Auf den Galapagos Inseln kannte kein Vogelfurcht vor dem Menschen. Man konnte kleine Vögel, Darwin war alles eher als ein Tier schlechter alten Stils, immerhin aber doch ein passionierter Sammler mit der Mütze totschlagen. So gänzlich naiv kamen sie heran. Zum ersten Mal durfte der Kulturjäger, dessen Vorgänger es daheim mit viel Bemühen bis zum Schießgewehr gebracht, wieder zurückkehrend zum Schlagwerkzeug prähistorischer Zeiten. Ein Falke ließ sich einfach mit dem Flintenlauf vom Zweige eines Baumes stoßen. Eines Tages, erzählt Darwin wörtlich, kam, während er am Boden lag, eine Spottdrossel, setzte sich am Rande eines aus der Schale einer Schildkröte gefertigten Eimers, den er in der Hand hielt nieder und begann ganz ruhig von dem Wasser zu schlürfen. An einer Quelle traf der Reisende einen Jungen, der vor sich einen Haufen von Tauben und Finken für sein Mittagessen liegen hatte. Er hatte weiter nichts getan, als mit einer Rute im Sitzen das heruntergeschlagen, was ohne jede Scheu vor ihm an der gleichen Quelle trinken wollte. Auf den Falklandinseln liefen die Wildgänse, deren Vorsicht man sonst zur Genüge kennt, dem Jäger überall in die Hand, und ein kleiner Strandvogel war wenigstens zu den ersten Besuchern vor Darwin noch so zahm gewesen, dass er sich beinahe auf ihren vorgehaltenen Finger gesetzt hatte und zu zehn Stück in einer halben Stunde mit dem Stock erschlagen werden konnte. Natürlich erschlagen, anders ging's zum Lohn für seine Paradieses Neigungen nicht. Darwin reiste in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts und seitdem ist die Zahl dieser naiven Inseln natürlich noch kleiner geworden. Wie geografisch die letzte große Terra inkognita aber die Antarktis, die Südpolarwelt auch dann noch bis auf unsere Tage bleiben sollte, so sollten sich auch hier in der Nähe die letzten Bestätigungen des alten Wunders konservieren, glücklich begünstigt durch den Umstand, dass es in dieser ganzen Antarktis auch keinen einheimischen Menschen im Sinne des nordischen Eskimo gibt und wohl je gegeben hat. Selber noch nicht eigentlich polar, aber doch schon recht weit hinausgerückt dort, wo die unendlichen Wasser des freien Indischen Ozeans gegen den südlichen Polarkreis fluten, ragen die Kerguelen-Inseln, eine Art Spitzbergen dieser Südwelt mit wilden Fjorden und Gletscherschliffen, mit Eis und Basalt, alter Glut und jungem Frost, dazwischen mit sommerlich grünen Matten und reicher Tierwelt. Freilich wunderlichen Pflanzen und wunderlicher Tierwelt. Hier und fast nur hier wächst der rätselhafte Kerguelen-Kohl, eine Gemüsepflanze mit meterhohen Blütenständen, die zur ganzen übrigen Vegetation der Erde so fremd steht, als stamme sie von der Kante eines seit Urtagen abgesonderten Kontinentes. Zwischen den Blättern dieses antarktischen Kohls aber kriechen wie Blattläuse flügellose Fliegen und zu flugunfähiger Missgestalt verkümmerte Schmetterlinge, die aussehen, als seien sie vorzeitig aus der Puppe geschält. Rüsselkäfer scheinen anzudeuten, dass einst auch diesen öden Fels Wälder geschmückt haben dürften. Den Hauptteil der Fauna aber bestreiten riesige Robben und zahllose Vögel. Und gerade sie waren es, bei denen auch in unseren Tagen noch ein vielleicht letztes Mal die Paradies Unschuld festgestellt werden konnte. Als die Gelehrten der deutschen Valdivia Expedition am Weihnachtstage 1898 dort landeten, umflogen sogleich Schwärme von Seeschwalben die Dampfbarkasse und ließen sich auf ihrem Zeltdach nieder. Von allen Seiten trippelten dann, wie der Reisebericht erzählt, auf den vom Wogenschlag abgeschliffenen Basaltkuppen die hühnergroßen weißen Scheidenschnäbel heran. Eine seltsame Sorte antarktischer Regenpfeifer, die eine besondere Scheide am Schnabel zum Schutz ihrer Nasenlöcher führen. Sie brauchen diesen Schutz beim Verschmausen des klebrigen Inhalts Stibiz der Pinguineier. In diesen Punkte sind dieselben nämlich ohne paradiesische Manieren. Umso lebhafter aber trat in jener Stunde auch ihre vollkommene Unbefangenheit gegenüber dem Menschen zur Schau. Neugierig pickten sie Herrn Kuhn aus Leipzig, der sie mit Zoologenblick musterte, mit ihren kuriosen Schnäbeln auf dem Schuhwerk, ja selbst dem Gewehrkolben herum, und schlossen sich dann als treue Begleiter dem Wanderer an, als sollten sie ihm auf dem fremden Terrain Führerdienste leisten. Als die Reisenden Rast machten, setzten sich zwei mächtige Stahlblau und weiß mit roten Schnäbeln gefärbte Kormorane behaglich zu ihnen auf das gleiche Rasenstück und reckten wie zu lustiger Frage die Köpfe. Ungeheure Robben, sogenannte See-Elefanten, deren alte Bullen mit ihren aufgeblasenen Rüsselnasen und mächtigen Hauern martialisch genug ausschauen, sodass man sie daheim auf Tierbuchbildern für die grauenhaftesten Angreifer halten möchte, blieben ruhig im Wege liegen, eugten mit ihren großen braunen Augen bloß die Fremden gemütlich einen Augenblick an und duselten und schnarchten dann wieder in ihrer Sonne weiter. Bald war man sich gewiss, dass es zum Bewältigen auch dieser Kolosse keiner Feuergewehre bedurfte, wenn man ihre Felle und Skelette für die heimischen Museen wünschte. Und vollends die Pinguine, diese drolligsten Südpolaler, behandelten das Menschenvolk völlig wie ihres gleichen. Sie traten herzu, hielten lange und eindringliche Reden in ihrer unverständlichen Sprache, versetzten auch Schnabel, Hiebe und Flossenpüffe, wenn man ihre eng gedrängte Kolonie durchschritt. Aber offenbar auch das nur nach den Regeln eines gewissen derben Anstandskomments, den sie ebenso unaufhörlich untereinander übten. Der Leipziger Professor machte sich gelegentlich den Spaß, eine ganze Herde solcher ein Meter hohen Königspinguine eine halbe Stunde lang vor sich herzutreiben oder besser gesagt zu einem gemeinsamen Spaziergang zu animieren. Gravitätisch watschelten sie mit ihm dahin, anzuschauen wie die Rektoren der Hochschulen im Ornate, die jeder von dem eigenen Werte genügend durchdrungen zur Audienz antreten. Gegen zu rasches Tempo lehnten sie sich sanft auf, fröhlich dagegen stimmten sie mit ihrem Kräh Kräh ein, als der menschliche Führer einen Wandergesang intonierte. Die lustige Tour endete leider auch diesmal etwas traurig, denn am Ufer griffen die Matrosen die schönsten Exemplare heraus und schleppten sie lebendig an Bord. Nach diesen Angaben, die nicht romantischen Fabulierern, sondern ernsten, sogar hervorragend kritisch veranlagten Naturforschern verdankt werden, kann über die Grundtatsache der Menschenfreundlichkeit nicht gejagter Tiere kein Zweifel sein. Diese Tatsache aber muss nun auch für unsere Zeit und Denkrichtung vom allerhöchsten Interesse sein. Es gibt, so zeigt sie, keinen allgemeinen Urinstinkt des Tieres, der gegen den Menschen gerichtet wäre. Im Zeitalter Darwins mit seiner Lehre vom Kampf ums Dasein denken wir ja unwillkürlich zunächst, das Feindliche müsse allemal das Erste und Ursprüngliche sein. Wir vergessen aber dabei, was für eine ungeheure Rolle auch in der sich selbst überlassenen Natur die gegenseitige Freundschaft und Hilfe längst und von früh angespielt haben und noch spielen. Wir vergessen den Urgeborenen Trieb der Tiere zur Geselligkeit und wie aus ihm zunächst keineswegs Kampf und Flucht einem neuen Wesen gegenüber resultieren. Daseinskampf im Sinne, dass die Wesen um ihre Existenz ringen mussten, ist ja gewiss eine uralte Erscheinung auf Erden, aber die engere Form, dass dabei gerade das lebendige Mitwesen befedet und gefürchtet wurde, ist keineswegs eine absolute, sondern vielfach erst eine ganz nachträgliche, sekundäre gewesen. Mächtiger als sie war von Beginn an der Versuch, durch Zusammenhalten vieler und gegenseitige Hilfe, die gemeinsame Not des Daseins zu ertragen und das Glück des Daseins positiv zu vermehren. Daher schon die Zellen staaten, dann die Liebesbünde, die Tiergenossenschaften und Tierstaaten, all diese unendlichen Wege und Ziele, deren höchste Krönung ja schließlich eben auch die unendlichen Regungen und Segnungen des menschlichen Gesellschaftslebens selber sind, ohne die der Kultur Mensch gar nicht denkbar ist und denen bei uns das entspringt, was wir Ethik nennen. Dass die Robbe, dass der Pinguin, die von Haus aus bereits extrem gesellige Tiere sind, den neu erscheinenden Menschen nicht als Gegner nehmen, ist also nur das nächstliegende. Der Feind ist ihnen ein in ein paar bestimmten Formen präzisierter leidiger Einzelfall, das Anschlussfähige, Anschmiegsame, Mittuhende dagegen sozusagen die Normalsache. Soll man die traditionelle Auffassung eines solchen Tieres menschlich ausdrücken, so würde sie wohl ungefähr lauten, es gibt ein paar Spitzbuben in der Welt, die diese oder jene bestimmte Livret tragen, jenseits dieser Ausnahmen aber ist die Masse treu und was neu ist, wird zunächst nicht eben für eine Ausnahme, sondern für die Regel gewertet werden. Der Begriff des allen Mittieren und Neutieren gegenüber wahnsinnig verscheuchten und absolut misstrauischen Wesens, wie ihn eine falsche Konsequenz der darwinschen Ideen erzeugt hat, wird von uns erst künstlich in den Normalzustand hineingedacht. Wohl aber ist natürlich auch ein weiteres wahr. Wenn der Mensch sich solchen an sich gesellschaftlich wohlwollenden Tieren gegenüber eine Weile als obstinate Räuber Ausnahme geriert, so fängt auch das Tier an, ihn als solche individuelle Ausnahme einzuschätzen und und gewisse Schutzorganisationen seiner Natur schaffen das in kürzerer oder längerer Frist zu einem festen Instinkt um. In unglücklichen Fällen kommt die Bedrohung ja rascher, als dass diese Selbsthilfe nachkommen kann. So waren die guten dicken Drontenvögel von Mauritius Truthahn große Tauben, die jeden fremden Matrosen auch zuerst als Genossen begrüßt hatten, im Nu von den proviantbedürftigen Holländern bis auf den letzten Kopf hingemordet, ehe sich von innen heraus irgendetwas bei ihnen auflehnen konnte. Bei ein wenig Spielraum aber wird der Instinkt, der das Menschenwesen fürchten lehrt, nicht ausbleiben. Auf was für einem Wege er sich durchsetzt, das ist ja heute eine Streitfrage für sich. Die einen nehmen schlicht an, dass die Tiere einzeln allmählich durch Schaden klug werden und den Gegner kennenlernen und dass sich diese Erfahrung allmählich schon als zwingender Instinkt auf die Jungen vererbt. Andern ist gerade das nicht genehm und sie suchen verwickeltere Erklärungspfade, aber das sind Nebendinge, die das Faktum nicht ändern. Darwin selbst merkte schon, dass die Vögel auf den Falklandinseln zu seiner Zeit nicht mehr ganz so zahm waren wie 70 Jahre früher. Ein Zugvogel der Inseln, der schöne schwarzhalsige Schwan, hatte aber schon damals überhaupt keine Menschenfreundschaft gezeigt. Seine Vorfahren hatten auf ihren Wanderungen offenbar längst anderswo gelernt, dass der Mensch ein Feind sei und brachten diese Weisheit schon mit ins Paradies. Ebenso beobachteten die Gelehrten von der Valdivia mit Staunen, dass ein Tier der Kerguelen in ausgesprochenster Weise die Flucht vor den Menschen ergriff, nämlich das Kaninchen. Aber auch diese Kerguelen Kaninchen waren erst junger Import. Eine englische Expedition hatte sie nicht lange vorher ausgesetzt. Wohl hatten sie sich auf dem guten Boden ins Unbegrenzte vermehrt, sodass jener interessante Kerguelen Kohl ihrem vereinten Appetit bereits bedenklich zu erliegen begann. Aber noch war auch in ihnen mit ganzer Kraft der Instinkt ihrer wahren Heimat lebendig, der Instinkt der Flucht vor dem Menschen Feinde, den ihre Ahnen in langer Notzeit dort sich ausgebildet. Wen ergreift es nicht mit einer gewissen Tragik, wenn er von diesem Umlernen des Tieres hört? Der Mensch trat eines Tages auf diese Erde, zwischen die Tiere mit ihren unverwüstlichen Geselligkeitstrieben. Die Blüte seiner Kultur verdankte auch er der Existenz solcher Geselligkeitsformen seines eigenen Lebens. Auf ihnen beruhen Sitte, Recht und Staat, Mitleid und Menschenliebe und die Idee aufopfernder Hingabe, die zuletzt die Wurzel unseres ganzen Ideallebens bildet bei ihm. Der schwarzhalsige Schwan und das Kaninchen aber haben ihn bloß als bösen Feind in den Kodex ihrer natürlichen Schutz Züchtungen aufnehmen müssen. Aber unwillkürlich denken wir, dass sich doch auch hier schon wieder etwas ändert. Hat sich im Tier etwas ändern müssen, so ändert sich jetzt wieder allmählich etwas im Menschen. Indem wir uns auf Tierschutz besinnen, einsehen, dass es nicht so fortgehen könne mit dem Wüsten hinmetzeln und zerstören, indem wir plötzlich einen neuen Standpunkt der Freude und der Achtung auch vor dem Tier uns zu erringen beginnen, bahnt sich von uns aus ein neuer entscheidender Umschwung an. Wo das Tier sich nur im Notzwange anpassen konnte, da bewähren wir Menschen eine neue und edlere Entwicklung aus eigener Kraft. Und es wird die Zeit kommen, wo auch diese veränderte Front sich im Tier selbst geltend machen wird. Seine Geselligkeitstriebe zum Menschen, der ihm in neuer Weise entgegenkommt, werden neu erstarken. Und es wird ein Triumph für uns selbst sein, wenn wir das eines Tages im Ganzen zu bemerken beginnen, wie es heute schon hier und da ein paar zusammenhaltende Nachbarn erleben, die in ihren Gärten die kleinen Vögel nicht abschießen, sondern hegen und zutraulicher zu machen suchen und die in diesen Gärten bereits wieder diese verscheuchten Vögelchen sich versammeln sehen, wie in einem Asyl. Ein erster blauer Schein wieder von der neuen Insel des Paradieses, die diesmal nicht in Wolkenkuckucksheim noch in entlegenen Polarbreiten liegt, sondern in der erstarkenden Wärme des Menschenherzens selbst. Ende von Abschnitt 20 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 21 aus Von Wundern und Tieren von Wilhelm Bühlsche Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Wie das Tier der fleischfressenden Pflanze ein Schnippchen schlug. Hier steht Aurikel in der Schenke und zapft den Gästen das Getränke. Wie lange ist es her, aus stillen Tagen ohne Kriegssturm, dass Meister Busch dieses niedliche Idyll schuf, wie Aurikelchen die Kellnerin im sonnigen Frühlingsgärtchen den dicken Käfern und leichten Immen aus Münchner Deckelkrügen süßen Honig mit verzapft und ihr dabei verstohlen ein Liebesbriefchen zugesteckt wird. Das Spiel symbolisierte die einfache naturgeschichtliche Tatsache aus dem großen Liebesgarten der Natur, dass solche kokettbunte kleine Blüte das lüsterne Insektenvolk wirklich mit einer harmlosen Honigschinkel lockt und dass die Insekten dafür ihre Liebesboten durch Übertragung des Blumenstaubes bilden müssen. Aber Meister Busch, der alte treue Einsiedler im Bienen umsummten Pfarrhaus der Deutschen Heide ist selber nie in den Tropen gewesen. Dort, wo alle leisen Melodien unseres Lebens daheim zu gewaltigem Sturm anschwellen in der Üppigkeit des Urwaldes. So konnte er nicht erfahren, was der große Erforscher der tropischen Sundarinseln, Herr Alfred Russell Welles erfuhr, als er um die Mitte der 50er Jahre den Berg Ophia auf Malacca bestieg, durch Heine herrlicher Baumfahne wanderte und sich plötzlich Rangpflanzen gegenüber sah, die ihm von allen Seiten wirkliche, ganz regelrechte Krüge kredenzten, sogar mit einem richtigen halboffenen Deckel daran. Krüge zierlich aus Blattsubstanz gebaut, die zwar nicht Münchner Bier, aber doch eine trinkbare Flüssigkeit enthielten. Er war etwas warm, der Trank, und ohne sich offenbar viel dabei zu denken, erwähnt Herr Wallis, dass er voll ertrunkener Insekten lag. Trotzdem erwies er sich als sehr schmackhaft, und alle hören wir löschten ihren Durst aus diesen natürlichen Krügen. Ohne sich viel dabei zu denken. Seit rund hundert Jahren gab es zwar damals schon eine dunkle Sage in der Welt von etwas ganz unerhört Dämonischem im stillen Pflanzenreich, das wir so gern als das Reich bloß friedlicher Duldung ansehen. Dem alten Linné hatte man schon von ähnlichen Blattgebilden in Nordamerika berichtet, die in schönen altertümlichen Deckelgläsern edles Nass darboten. Doch er träumte dabei bloß das freundliche Bild der Pflanze, die sich selber an geschickt gespartem Trunk trinkt, trinkt, in der Hitzestunde labte und des Vogels, der sich an diesem lebendigen Wasser erquickte, im anmutig geregelten Naturhaushalt. Aber schon hatte daneben der Blick des einen oder anderen auch an den Insekten gehaftet, die jedes Mal in diesen Naturpokalen ertränkt lagen. Man hatte sie verglichen mit anderen, die man immer und immer wieder an den klebrigen Haarborsten gewisser Blätter angeleimt oder in selbsttätig gefalteter Blattklappe eingeklemmt fand. Und man hatte vor ihnen herumgetastet an einem dunklen Sinn, einem dunklen Geheimnis, das doch vielleicht auch hier, wie so oft in der wilden Unterschicht des Naturkampfes irgendetwas höchst Schauerliches mit dem Idyll eines fröhlichen Kneiptisches überdeckte. Immerhin wusste man aber mit der Sache zunächst nichts Rechtes anzufangen. Die Naturseidel der Kannenpflanzen, wie man jene indischen Tropenkinder geradezu benannt hatte, zeigten oft die herrlichsten Farben und ihr Krugrand sonderte köstlichen Honig ab. Kein Zweifel, dass hier Insekten unmittelbar angelockt wurden, genau wie in den Liebeskneipen der Kellnerin Aurikel und anderer Blüten. Aber in solcher Blüte war eben die erste Voraussetzung, dass der Kneippant, das Insekt, lebendig wieder in die nächste Kneipe kam, um dort den Liebesbrief, den lebenskräftigen Blütenstaub der Pflanze, weiterzugeben. Auf Leben war dort alles aufgebaut, hier aber herrschte der Tod. Das große Fass unter dem Schenktisch lag voller Leichen. Wer den Krug angesetzt hatte, den schien er zu seinem Verderben in den furchtbaren Schlund zu ziehen. Das Wirtshaus im Spessart schien hier gebaut, nicht eine gemütliche Animierkneipe. Fast zwei Jahrzehnte erst, nachdem Herr Wallace auf dem Berge Ophir aus den Naturkannen seinen Durst gelöscht, löste Darwin des bangen Rätsels Siegel. Das lustige Deckelseide der Kannenpflanze ist ein gräulicher Sphinx-Abgrund, in dem die Pflanze das arme, verleitete, herabgestürzte Kneippopfer, das Insekt, frisst. Eine uralte Fügung des Lebenskampfes auf Erden hat hier ihre wohl eigenartigste letzte Wende genommen. Einst in Anfängen der Entwicklung war die grüne Pflanze dem Tier vorauf gegangen. Sie hatte es erst möglich gemacht. Als eine Art Schmarotzer Wesen an der Pflanze war das Tier zuerst entstanden. Es konnte nur bestehen, indem es Pflanzen fraß. In unsagbarer Arbeit hatte sich die Pflanze gegen diese Invasion gewehrt. Mit Stacheldraht und Gift, am besten schließlich doch mit ihrer ungeheuren Produktionskraft selbst, die alle Repressalien ersetzte. Bis auf jenen Friedensschluss an einer Ecke eines Tages, der das lebendige Tier gerade als Insekt in den Liebesdienst der lebendigen Pflanze stellte, zu Ehren zu Ehren jener edleren Form des Aufgehens im Anderen, die weit über dem Ziel des hohen Fressens die Feinform der Liebe vertritt. Aber hart im Raume stoßen sich die Dinge. Gerade hier setzte ein letzter grausiger Gegenzug der Pflanze ein. Eine kleine Partei drehte den uralten Spieß um. Sie fraß das gelockte Insekt auf. Und so die Kannenpflanze. Ihre weit hinausgestreckten Deckelkrüge sind infame Tierfallen. Äußerst kunstvoll ist das ganze Pflanzenblatt dazu umgearbeitet. Die eigentliche grüne Blattarbeit für das Leben der Pflanze sonst ist auf gewisse Teile des Blattstiels abgewälzt. Die Spitze dieses Stiels gestaltet dann auch noch das Bäuchlein der Kanne. Und als Deckel darauf liegt erst das eigentliche Blatt. Anfangs schützt es die noch werdende Kanne. Erst wenn es sich hebt, ist die Falle fertig. Jetzt quillt aus dem Seidelrand und der inneren Deckelfläche wie von süßem Honigmund der Zuckersaft, dessen Anwesenheit zugleich weithin prangende Farben, wie mit schreiend buntem Wirtshausschild verkünden, frisch angezapft. Alsbald sind Käfer und Heuschrecken, Wanzen und Spinnen, vor allem aber die berufensten Süßmäuler, die Ameisen, da. Gibt es doch bei diesen Tropenameisen so unersättliche Honigschlecker, dass sie mit den heimgebrachten Schätzen einzelne lebende Mitglieder ihres Staates gewohnheitsmäßig randvoll füttern, um sie so zunächst zu lebendigen Vorratsflaschen zu machen, aus denen später nach Bedarf wieder abgezapft werden kann. Doch der Kneipenrand der Kannenpflanze ist glatt. Rasch stürzt bald der, bald jener der sorglosen Kneipanten ab. In der Kanne steht hohe Flüssigkeit wie in einem Brunnenschacht. Ein Hinaufklettern gibt's nicht mehr, da ein besonderer Kranz grimmer Zähne von unten gesehen herab blickt. Und so geht's auf Tod und Leben. Über das Ende kann kein Zweifel sein. Was aber Darwin entscheidend hinzu entdeckte, war eben, dass die Pflanze jetzt die abgestürzten Opfer regelrecht frisst. In die Flüssigkeit des Seidels hinein gießt sie verdauenden Pepsinsaft, der die genießbaren Teile der Insekten löst und verdaut wie nur je ein regelrechter Tiermagen. Zu einem Magen und Darm im buchstäblichen Sinne ist jedes der Münchner Seidel geworden. Fleisch frisst die Pflanze. Menschen streiten sich, ob reines Vegetariertum vielleicht bekömmlicher und auch ethischer sei, die Kannenpflanze hat sich entschieden, sie ist nicht Vegetarierin und würde, wenn die nötige Größe gegeben werden könnte, zweifellos auch Menschen fressen. In die halbmeter langen Kannen einer Art von Borneo ginge schon ohne Mühe ein Vogel von der Größe einer Taube hinein. So weit war unsere Weisheit bis vor ein paar letzten Jahren. Aber es ist im Natur wie im Menschenleben immer das Gleiche. Auf jeden Schlag kommt wieder ein Gegenschlag, jedem Schach bietet sich ein kühnes Gegenschach. Das stolzeste Kriegsschiff erliegt dem Unterseeboot, die dickste Festungsmauer der Neuerfindung des 42 Zentimeter Geschosses. Und so hat die Naturzüchtung im Tier nicht geruht, bis sie auch hier wieder vom Tier aus den Gegenzug tun konnte. Die Pflanze hatte keck genug noch einmal spät für sich den Magen erfunden. Wie bewältigt, wie verkehrt man in sein Gegenteil jetzt den Fressmagen, das war das neue, dem Tier gestellte Problem. Nun, und da gab's eine alte Erfahrung. Wir Tiere hatten den Magen seit Alters, gewiss. Alle höhere Tierentwicklung, Tierkultur, Tiergutbürgerlichkeit hatte sogar wohl geradezu angefangen mit der korrekten Ausgestaltung des Magens auf der sogenannten Gasträa-Stufe. Aber wir Tiere in unserem Entwicklungsmärchen hatten auch seit längst den Gassenjungen, der diesem Magen ein Schnippchen schlug. Das war der Bandwurm, der Eingeweidewurm, der sich einfach in den Magen, die fressende Zyklopenhöhle, lebendig hineinschmuggelte, gegen die verdauende Pepsin-Apotheke da drinnen das dickste Fell hatte, ja sich einfach immun erwies und nun den Spieß so drehte, dass er selber als ungebetener Gast sich über den eingehamsterten Proviant da drinnen hermachte und nach Leibeskräften mitaß vom gedeckten Fremdtisch. Unzerkaut und unverdaut im Magen weiterleben und dann diesen Magen als seinen benutzen. Das war die geniale Lösung, war der gewonnene Gegenschlag. Wenn aber nun der Magen in der Pflanze ist, was hilft's? Dann muss die Kannenpflanze den Bandwurm bekommen. Eine der ersten Andeutungen des überaus sensationellen Fundes, der hier nahen sollte, las man 1905 in dem trefflichen Reisewerke der Vettern Sarrazin über Celebes. Die Untersuchung einer der großen Kannen von Nepenthes Maxima zeigte sie mit trüber Flüssigkeit halb angefüllt. In dieser schwammen Reste einer verdauten Schnecke, Nanina Zinkta, Lea, nämlich das Ende der Fußsohle und die Schale, auch diese letztere schon stark angegriffen. Ferner Überbleibsel von Spinnen, Heuschrecken und Ameisen. Merkwürdig war aber, dass lebende Mückenlarven und Fliegenmaden in der Brühe ihr Wesen trieben, offenbar ohne von der verdauenden Wirkung Schaden zu nehmen, ganz analog wie Parasiten im Magen und Darm ihrer Wirte. Also lebende Tiere im Swings-Abgrund selber, die fröhlich dort weiterlebten. In der berühmten Naturforscherstation von Beutensorg auf Java rückte man der zunächst schier unglaublichen Sache rasch näher auf den Leib. Und den Schlussstein konnte einst weilen durch eigene wichtigste Entdeckungen unser ausgezeichneter Freiburger Zoologe Konrad Günther, bekannt auch im weitesten Kreise besonders durch sein so überaus wertvolles Anschauungswerk zur Entwicklungslehre vom Urtier zum Menschen bei Gelegenheit eines Aufenthalts auf Ceylon setzen. Jeder von uns kennt unsere lieben Stechmücken, berufen offenbar uns nicht zu sehr zu Schlemmern im stillbeschaulichen Naturgenuss am idyllischen Schilfufer werden zu lassen und interessant durch ihren Bezug zur Frauenfrage, in dem es nur ihr Damengeschlecht ist, dessen kriegerischen Angriffen wir ausgesetzt sind, während die Männchen nicht stechen. Ihre kleinen Lärvchen nehmen mit jedem bescheidensten Tümpelchen Vorlieb, wo sie köpflings mit der Atemröhre zum Wasserspiegel gereckt hängen wie kleine Würste am Rauchfang. Im Tropenland ist erst recht kein Mangel an dieser allgegenwärtigen Plagerbande und was Wunder, dass sie noch emsiger jede feuchte Gelegenheit für ihre Wasserbrut auszunutzen suchen, somit auch auf die Wasserkrüge unserer Kannenpflanzen geführt wurden. Ertrinken würden gerade die Mückenlarven da drinnen ja nicht, wohl aber wäre im hergebrachten Lauf, dass die zersetzenden Verdauungssäfte des pflanzlichen Magens auch sie erbarmungslos vernichteten. Hier aber trat prompt der Gegenschachzug trat die Regulierung ein. Die Mückenbrut in der verderblichen Kanne entwickelt, wie genaue Experimente gezeigt haben, sogenannte Antifermente in ihrem Leibe, eigene chemische Stoffe, die jene chemische Zersetzungswirkung des Magenpepsins aufheben. Man kann die Probe außerhalb der Kanne mit Würfelchen Eiweiß machen. Setzt man ihnen Pepsin, also normal wirkenden Verdauungssaft zu, so lösen sie sich in gewisser Zeit darin auf. Fügt man aber zerquetschte Mückenlarven aus Kannenpflanzen bei, so hört also gleich die Pepsinwirkung auf. Man hat ein Gegengift gleichsam aus der Mücke gepresst und vor ihm bleibt jetzt auch das fremde Eiweiß intakt. Einmal so gegen die Gefahr der Kanne gefeit, hat das kleine Rackerzeug da drinnen nun seinerseits aber offenbar großen Vorteil von dem Aufenthalte gerade in dieses Walfischs Bauch. In ganzen Massen stürzt immerfort auch ihm Nahrung in seinen Tümpel herab und die zersetzende Magenbrühe in der es schwimmt liefert ihm diese Opfer sogar schon handlich zerkleinert, ja, halb verdaut in den Mund, während andererseits kein lebendiger Angreifer, kein Fisch, kein Molch, kein Raubinsekt sein Behagen stört und der Tümpel sich ewig von selber nachfüllt, ohne Gefahr des Versiegens. Kein Zweifel, die Mückenlarve hat hier durchaus im Lebensbrauch den Charakter eines wohlig geborgenen fetten Eingeweidewurms, also im gangbarsten Bilde eines Bandwurms angenommen, wozu auch stimmt, dass ihre Farbe grellweiß geworden ist, wie solcher Dunkelschmarotzer im Tierbauch. Dass auch Fliegenmaden das gleiche Kunststück fertiggebracht haben, in den Deckelkannen auszudauern, kann umso weniger Wunder nehmen, als gerade die Fliegenbrut auch sonst schon gern echte Parasiten bildet, die wie Eingeweidewürmer sich in tierische Organe einschmuggeln. Günther hat aber auch eine Milbe, also ein spinnenähnliches Tier, als Kannenbewohner näher bekannt gemacht, die im Gegensatz zu anderen gefressenen Arten als einzige Pepsinfest ist. Und als seltsamsten aller Funde, er hat eine Schmetterlingsraupe in gleicher Lage bei seinen Kannen von Ceylon nachweisen können. Hier könnte zuerst unglaublich erscheinen, wie eine Schmetterlingsraupe im Wasser leben, also den Kannenbauch als Bruttümpel suchen soll, gleich dem Mückenvolk, wenn es nicht wirklich auch sonst ein Paar solcher Wasserraupen gäbe, zum Beispiel die Zünslerraupe Nymphula in unseren Tümpeln. Speziell die pepsinfeste Kannenraupe Günthers, die er als Kannenfreund Nepentophilus bezeichnet hat, gehört aber zu den Psychiden oder Sackschmetterlingen. Dieses eigenartige Volk führt seinen Namen nach den selbst selbst gefertigten und mit Holz oder Sandkörnchen oder Blattresten bekleideten Säcken, in denen die Raupe lebt. Und solchen Sack baut sich nun auch die besagte Kannenraupe in ihrem absonderlichen Magentümpel. Sie benutzt aber dazu in erster Linie Material von den getöteten Insekten der Swingshöhle, also vor allem Ameisenbeine, die sie für ihren Zweck noch besonders zurechtbeißt. Seltsames Bild, wenn man sich ausmalt, wie eines Tages aus solchem unheimlichen fressenden Pflanzenbauch kleine lustige Schmetterlinge heraufgaukeln werden oder ein Mückenschwarm zu seiner Zeit herausdampfen wird, wie ein Rauchwölkchen, das die bauchige Pflanzenpfeife hervorpafft. Wie manches Mirakel mag da noch in der Folge hinzukommen. Mich sollte es nicht wundern, wenn einer der niedlichen tropischen Laubfrösche, die so viel Not mit der Erhaltung ihrer Eier und Kaulquappen haben und erfinderisch jedes Wassereckchen ihres Baumbereichs auszunutzen verstehen, irgendwo auch seine zarte Brut pepsinfest gemacht und der Drachenhöhle einer Kannenpflanze anvertraut hätte. Ende von Abschnitt 21 Gelesen von Klaus Missfeld 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1